Guten Morgen, liebe Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Teil unserer Tagung anlässlich des 80. Jahrestags der Wannsee-Konferenz. Und für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Monika Sommerer und ich leite seit September 2011 die Josef-Wulff-Bibliothek in der Gedenk- und Bildungsstättehaus der Wannsee-Konferenz. Wir haben, wie ich finde, zwei sehr spannende und volle Tage im DBB-Forum hinter uns, in denen eine Vielfalt an Themen zur Sprache kam. Zum einen die Bedeutung der Wannsee-Konferenz in der Geschichtsschreibung, sowie in der Kunst, in der Literatur und im Film. Darüber hinaus haben wir uns auf die Vermittlungsarbeit konzentriert, hier im Wannsee, aber auch in Südafrika und in Israel. Gestern am späten Nachmittag hat dann Deborah Lippstadt noch einen sehr spannenden Vortrag über Antisemitismus und Holocaust-Leugnung gehalten. Am Abend wurde in der Akademie der Künste dann der neue Wannsee-Konferenz-Film des ZDF gezeigt, mit anschließender Diskussion zwischen den Filmemachern, den Schauspielern und Deborah Hartmann. Den Film, der wird am 24. Januar im ZDF ausgestrahlt und inzwischen können Sie ihn auch schon in der Mediathek des ZDFs ansehen. Heute, am dritten Tag der Tagung, wollen wir uns ganz konzentrieren auf unsere 30-jährige Geschichte hier im Haus der Wannsee-Konferenz und deswegen unsere 30-jährige Geschichte als Gedenkstätte. Deswegen sind wir heute auch hier und Sie können uns von hier aus verfolgen. Wir gucken auf vergangene Ausstellungen, auf aktuelle Ausstellungen und auf aktuelle Vermittlungsprojekte. Nach meiner Begrüßung wird Christoph Kreuzmüller auf die drei Dauerausstellungen blicken, die in der Gedenkstätte seit 1992 zu sehen waren. Die erste Ausstellung war von der Eröffnung 1992 bis 2005 im Erdgeschoss des Hauses zu sehen und wurde maßgeblich konzipiert von unserem Gründungsdirektor Gerhard Schönwerner. Die zweite ständige Ausstellung entstand unter der Leitung von Norbert Kampe. Sie spannte historisch einen weitaus größeren Bogen und war jahrelang der Grundpfeiler und gewissermaßen das Handwerkszeug der pädagogischen Arbeit im Haus. Hans-Christian Jarsch und Elke Kegleski wollten mit der dritten Dauerausstellung, die seit Januar 2020 im Haus zu sehen ist, noch einmal andere Akzente setzen. Die Ausstellung ist im Design für alle konzipiert und beschreitet damit noch mal ganz neue Wege in der Vermittlungsarbeit. Christoph Kreuzmüller kann sehr gut von all dem berichten, weil er eigentlich seit der Gründung der Gedenkstätte bei uns gearbeitet hat. Er hat erst als freier Mitarbeiter und seit 2013 dann als Mitglied des festen wissenschaftlichen Teams hier im Haus und er hat sich nur einmal dreieinhalb Jahre lang beurlauben lassen, weil er da im Kuratorinnenteam des Jüdischen Museums Berlins die neue Dauerausstellung konzipiert hat. Moderiert und vermutlich auch kommentiert wird der Vortrag von Peter Klein und für den geht eigentlich Ähnliches. Er ist der Gedenkstätte seit der Gründung ganz eng verbunden als langjähriger freier Mitarbeiter, als wissenschaftlicher Berater, als Autor, als Kooperationspartner in seiner Funktion als Professor und Dekan am Turo College und inzwischen auch als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. Nach einer kurzen Pause stellen wir Ihnen dann drei verschiedene digitale Projekte vor, die mit dem Haus in Verbindung stehen, beziehungsweise von Kolleginnen der Gedenkstätte maßgeblich konzipiert worden sind. Das ist die Virtual Reality Anwendung WANSEE-Konferenz des ZDF, die im Zusammenhang mit dem neuen Film zur WANSEE-Konferenz steht. Das Projekt Questioning Eichmanns Numbers, in dem es um die Seite 6 des Protokolls der WANSEE-Konferenz geht und die interaktive Online-Ausstellung An Unrecht erinnern, die das Schicksal russischer Kriegsgefangener in den Blick nimmt. Moderiert wird dieses Panel von unserem Kollegen Jakob. Zum Abschluss des Tages und auch der gesamten Tagung wird es eine Vernissage geben, leider nur eine virtuelle Vernissage. Wir wollen mit Ihnen unsere neue Gartenausstellung eröffnen. Alle, die öfter in die Gedenkstätte kommen, kennen die Ausstellungsfläche im Rundell vor dem Eingang zur Gedenkstätte. Eine Zeit lang wurde dort die Geschichte einzelner Villen hier im Umfeld der Gedenkstätte erzählt. In den letzten Monaten hingen dort Einführungstafeln zum Thema, damit wir in der Ausstellung die Gruppengröße verkleinern konnten aufgrund der Pandemie. Nun zeigen wir dort was völlig Neues, nämlich heutige gesellschaftliche und künstlerische Positionen zur aktuellen Fragestellung wie Antisemitismus nach der Schoah, jüdische Perspektiven auf die Geschichte der Schoah und Emotionen an Gedenkstätten. Die virtuelle Eröffnung, in dem wir Ihnen auch einen kurzen Film zeigen werden, wird moderiert von Deborah Hartmann. Die 30-jährige Geschichte und Entwicklung der Josef-Wulff-Bibliothek, ihre Pläne und auch ihre Visionen kommen heute nicht zur Sprache. Dieter Berger hat es am Mittwoch gesagt, wir sind am Wannsee ein vergleichsweise kleines Team und arbeiten auf sehr begrenztem Raum. Das gilt vor allem auch für die Bibliothek, die immer das Fundament der wissenschaftlichen wie der pädagogischen Arbeit im Haus war und auch bleiben möchte und damit muss sie auch wachsen. Hierfür brauchen wir mehr Raum, auch nach der Fertigstellung des Seminargebäudes, von dem am Mittwoch auch schon die Rede war. Wie wir weiter wachsen können, darüber werden wir im kommenden Jahr diskutieren. Darüber hinaus arbeiten wir an einem völlig neuen Bibliothekskonzept, das eine Art Lernzentrum in der ersten Etage der Gedenkstätte vorsieht. Hierzu werden wir im Mai diesen Jahres ein Workshop veranstalten im Rahmen der nunmehr fünften Lesung zur Erinnerung an die Bücher verbrennen. Anknüpfend an den Titel dieser Tagung zum 80. Jahrestag, 20. Januar 1942, Was bleibt, stellt die Bibliothek außerdem über die kommenden Monate verteilt 80 Erinnerungsberichte von Zeitzeuginnen und Überlebenden aus ihrem Bestand auf Instagram vor. Diese Berichte von Verfolgten, die wir umfassend sammeln, sind eben Zeugnisse, die bleiben. Mitarbeitende und WegbegleiterInnen der Gedenkstätte und der Bibliothek kommentieren diese Texte. Begonnen haben wir damit gestern am 20. Januar mit einem Post zu dem Bericht von Slammer Benwiner aus dem Todeslager Kornhof. Aber jetzt zurück zum Programm unseres dritten Tagungstages. Ich denke, wir haben sehr spannende Stunden vor uns. Und melden Sie sich im Chat, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Und ich übergebe an Christoph Kreuzmüller und Peter Klein. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen, freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen. Und wenn ich Ihnen heute Christoph Kreuzmüller kurz als Referenten vorstellen darf, der mit uns zusammen einen Gang durch drei Ausstellungen in drei Jahrzehnten unternimmt, dann sollten Sie vielleicht Folgendes vorher wissen. Christoph Kreuzmüller gehörte zu denjenigen Doktoranden, die als Doktoranden des späten Professors Ludolf Herbst an der Humboldt-Universität Berlin wirkten und auch die Dissertationen schrieben, was für sich schon eine Art von Qualitätsziegel ist. Seine Dissertationen zu Banken und Finanzpolitik im Falle der Commerzbank in den besetzten Niederlanden und in Böhmen können als Ausweis für die Verbindung zwischen Besatzungspolitik, Finanzpolitik und Ausbeutung betrachtet werden. Doch dies war erst der Start einer Karriere, die stets wissenschaftliche Fragestellung, empirische Recherche und pädagogische Anwendung zugleich miteinander zu verbinden musste. Christoph Kreuzmüller verantwortete Ausstellungen wie etwa Verraten und Verkauft, in der ein empirisches Forschungsprojekt über jüdische Betriebe in Berlin zum Sprechen gebracht werden mussten. Also Zahlen und wirtschaftsstatistische Entwicklungen. Ich persönlich glaube ja, dass dies eine der größten Herausforderungen ist für jemanden, der Ausstellungen macht. Würde man nun durch die 130 Einträge in der Bibliografie von Christoph Kreuzmüller durchscrollen, dann ließe sich ohne weiteres herausfinden, dass seine Engagements neben weiteren kuratorischen Tätigkeiten zum Lager Gürs oder zum Topic der Katastrophe im Jüdischen Museum führen. Hinzu kommt allerdings sein genauer Blick auf Fotografien als historische Quelle, sei es auf die Kudammkrawalle 1935 und 1938, auf den Novemberpogrom, sowie auf Auschwitz anlässlich der Ankunft der ungarischen Juden im Frühsommer 1944. Es erstaunt dann schon einigermaßen, dass er quasi nebenbei die sammelbiografische Studie über die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz mit herausgegeben hat. Wie kein zweiter Historiker in der Bundesrepublik verbindet er sein Wissen über jüdische Wirtschaftstätigkeit, die gewalttätigen Verfolgungen und die fotografischen Spuren hierzu mit dem Wunsch der pädagogischen Aufbereitung. Kurzum, nicht viel Theorie, die kann er, sondern viel Praxis, Anleitung zum genauen Hinsehen und deswegen zum Nachdenken. Christoph Kreuzmüller ist ein Urgestein des Hauses seit 1992, ein echter Glücksgriff für die pädagogische Abteilung, weil draußen, damals vor der Tür bis zur Bushaltestelle, die Besucherschlangen reichten. Und hoffentlich schlägt er mich jetzt gleich nicht, wenn ich Ihnen zum Abschluss ein kleines Bonmont aus diesen Tagen verrate. Er trug vor 30 Jahren immer die längsten, die spitzesten und die schwärzesten Schuhe. Nick Cave wäre vor Neid erblasst. Bitteschön. Meine Schuhe sind heute leider anderer Form. Das Alter. Ich danke dir sehr, lieber Peter, für diese Einführung. Ja, und ich habe mir erlaubt, den Titel meiner Ausstellung etwas zu ändern. Ich habe viel nachgedacht über den Titel unserer Tagung. Was bleibt? Das ist ja so ein bisschen resignierend, ein bisschen zurückbleibend. Aber tatsächlich ist vielleicht die Frage, was bleibt von einer Dauerausstellung, wenn sie abgehängt ist, eine gute Frage, eine richtige Frage. Und dieser Frage möchte ich mich annähern. Was sagt so eine Ausstellung denn über das Haus aus? Kann so eine Ausstellung oder können solche Ausstellungen losgelöst von den gesellschaftlichen Diskussionen, deren Teil und ja auch Ausdruck sie sind, betrachtet werden? Kann man sich nicht vielleicht fragen, und das frage ich mich wirklich, ob die Eröffnung der ersten Dauerausstellung eigentlich fast eine Randnotiz war, wenn man sie vergleicht mit der Tagung, die dann drei Tage später, am 23. Januar 1992 begann, mit dem Titel Judenmord und öffentliche Verwaltung. Denn diese Tagung hat definitiv Pädagogikgeschichte geschrieben und wirkt im Haus dank der berufsspezifischen Studientage bis heute fort. Aber ich muss mich den Zeitvorgaben beugen. Ich habe 45 Minuten und lasse schweren Herzens die oft innovative Arbeit von, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal so sagen 80, 90 Kolleginnen, die so in diesem Haus waren, durch dieses Haus gegangen sind. Und außen vor ihre Führungen, ihre Konzepte, ihre Seminare, ihre Aufsätze, ihre Forschung, all das stillschweigend sozusagen hinter dieser PowerPoint in der Bibliothek eigentlich zu finden. Ich vergleiche weniger kuratorische Konzepte, sondern ganz praktisch die Ausstellung, wie sie aussahen, wie es war, in ihnen zu arbeiten. Also ich gehe ein bisschen subjektiv ran und ich hoffe aber, dass ich, und ich bitte Peter, der an allen, dem beteiligt war, wieder noch Füße hinzutreten, wenn das nicht der Fall sein sollte, ich hoffe, dass ich das mit Respekt tue. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe gemerkt, als ich das geschrieben habe, dass ich manchmal noch in alten Diskursen so verhakt war. Das fand ich doof und da sitze ich auch natürlich noch ein Stück weit drin. Möchte das aber nicht sein, weil das ist nicht der Ort hierfür. Wannsee ist ja nun symbolisch aufgeladen. Die Konferenz aber sehr abstrakt und sie hat keine Spuren am Haus hinterlassen. Also Eichmann hat kein, kein AE irgendwo in die Toilette geritzt mit dem Filzstift oder so. Das ist alles, sowas ist nicht zu finden. Die Konferenz ist spurlos quasi an dem Haus vorbeigegangen. Und trotzdem muss sie in diesen Ausstellungen gefangen werden. Ich mache jetzt die Tür zu und stelle die Hocker bereit. 45 Minuten, so lang ist es eigentlich immer gewesen, eine kurze Einführung für so eine große Gruppe zu machen. Da gehe ich jetzt durch drei Ausstellungen durch. Entschuldigung, ich habe mich vertippt. Wie ich das mache, ist in drei Schritten. Erst die Rahmendaten, dann der Rundgang durch die Ausstellungen, wobei ich der ersten Ausstellung wesentlich mehr Raum widmen werde als dann der zweiten und der dritten, die ja zu sehen ist und heute Nachmittag auch noch heute Mittag nochmal präsentiert wird. Und dann möchte ich einige Kernaspekte vergleichen. Das geht dann auch Richtung Pädagogik hin. Zu den Rahmendaten können Sie hier sehen. Die Ausstellung, eine historische Ausstellung hat normalerweise so eine Halbwertszeit von zehn Jahren. In Wannsee ist es ein bisschen länger, 13 Jahre. Die Zahl der Besucher, die Sie sehen können, ja, wofür spricht sie? Spricht sie für die Qualität der Ausstellung? Vielleicht auch, ja, aber sicherlich auch über das öffentliche Interesse und schlichtweg auch über Touristenströme. 2006, das Jahr des Sommermärchens, das ist ja der Punkt, wo der internationale Tourismus Berlin entdeckt hat in den Jahren danach. Auch das schlägt sich sicherlich in diesen Besucherzahlen 1,5 Millionen der zweiten Ausstellung nieder. Und natürlich die Pandemie jetzt in der dritten Ausstellung. Da die Kuratorinnen bei der letzten Eröffnung etwas unter den Tisch gefallen sind, sollen sie hier heute genannt werden. Das gesamte Team der ersten Ausstellung ist 2001 einmal schon überarbeitet worden durch Wolf-Dieter Mattasch und Wolf Kaiser Norbert Kampe. Norbert Kampe hat dann die zweite Ausstellung zu verantworten gehabt und er konnte auf ein Team zurückgreifen, das sich gebildet hatte im Haus. Es waren viele junge Historikerinnen, die an das Haus gebunden werden konnten durch Wolf Kaiser und durch vor allem Annegret Ehmann, der ich persönlich sehr verbunden bin, hat natürlich auch ein Stück weit mit der Lage am Arbeitsmarkt zu tun gehabt. Aber diese jungen Historikerin Peter Klein, Matthias Haß, sehen Sie, kennen Sie, die hat Norbert Kampe wirklich eingeladen, diese Ausstellung mit ihm zu machen. Sie ist einmal dann überarbeitet worden, Einraum 2013 durch Markus Grütblewski. Die dritte Ausstellung durch Elke Grütblewski, Hans Christian Jasch und David Zoldan, wobei vielleicht interessant ist zu wissen, dass sowohl Elke als auch Chris auch mal Mitarbeiter, freie Mitarbeiter des Hauses gewesen sind. Zu den Ausstellungen selbst. Die Ausstellung hat, ich meine, historische Ausstellungen sind sehr, sehr gern chronologisch gehalten. Das ist auch hier festzustellen. Die erste Ausstellung arbeitet mit der deutschen Chiffre, die übrigens im Ausland gar nicht so schnell verstanden wird. 3345 ist für uns so ein gesetztes Datum, was in Österreich vielleicht 3845 wäre, in Niederland 4045. Aber mit dem Chiffre und mit dem Zeitraum arbeitete sie. Die zweite Ausstellung, auch dem Forschungsschwerpunkt von Norbert Kampe geschuldet, die holte weiter aus, ging in Rassismus und Antisemitismus vorab viel stärker rein. Und die dritte Ausstellung dann bezieht sich in die Jetztzeit, in unser jetziges Sein. Man hätte ja auch denken können oder überlegen können, thematisch das schwerer zu gewichten. Das versucht die dritte Ausstellung. Und die zweite, da gab es auch einen Raum, wo eine thematische Schwerpunktsetzung war. Aber man könnte das natürlich auch viel radikaler gedacht haben. Wir denken jetzt mal, wir haben etwa 15 Räume, wir haben aber auch 15 Teilnehmerinnen gehabt. Plus eins für die Sekretärin, die es ja noch dringend nachzuarbeiten gilt in der jetzigen Ausstellung. Dann hätte man pro Raum einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, könnte Heidrich sozusagen aufs Klo setzen, wenn man möchte. Oder man denkt, die Akte Endlösung hat 300 Seiten, 16 Räume, 15 Räume, das sind 20 Seiten Protokoll pro Raum. So etwas hätte man ja denken können, ist aber einer Chronologie eigentlich gewichen. Nächste Frage, die sich klassisch stellt im Vergleich, gibt es denn Objekte? In der ersten Ausstellung gab es anfangs Objekte, ich erinnere mich an Stoffbahnen mit aufgedruckten Judensternen auf jeden Fall. Aber die sind entfernt worden, dann war diese Ausstellung wirklich eine Flachwarenausstellung, auch die zweite ganz bewusst. Und die dritte Ausstellung, die hat teilweise Objekte, aber die sind auch relativ flach. Abgesehen von den zwei Videokassetten sind es Faximiles von Dokumenten, ein, zwei, drei Bücher. Ja, im Prinzip sind eigentlich die Ausstellungen doch relativ objektarm alle drei gewesen. Obwohl das Haus durchaus ja Objekte hätte sammeln können. Also wir haben nie nach dem Stenostift von Frau Werlemann geguckt. Ich weiß zufällig, dass das Auto in dem Heidrich einem Atentat zum Opfer fiel. Das existiert sogar noch, das hätte man ja in die Mitte mal platzieren können. Muss man vielleicht nicht, aber also Objekte gäbe es. Sie sind nicht benutzt worden. Wenn man über Objekte redet, dann muss man über den Tisch reden. Der Tisch ist eigentlich ein Ausstellungsmobiliar gewesen, aber wurde oft auch betrachtet als symbolisch oder historisches Objekt. Dazu haben Tilman Müller-Kuckelberg und Gerd Kühling in dem Making of wirklich einen schönen Beitrag geschrieben. Insofern gehe ich da gar nicht weiter darauf ein. Für mich als jemand, der lange mit dem Tisch gearbeitet hat, ich habe natürlich so einen Phantomschmerz. Weil ich, jede Führung ist natürlich inszeniert, das ist ein Theaterstück und ich auch gewöhnt war, in bestimmter Art und Weise diesen Tisch zu nutzen, mich an diesen Tisch zu lehnen, mit diesem Tisch zu arbeiten und jetzt fühle ich mich zuweilen ein wenig nackt, wenn ich ohne diesen Tisch in der Ausstellung stehe. Die erste Ausstellung hat die Räume, die waren voll genutzt, 14 Räume. Die zweite Ausstellung hat sogar noch erweitert um den Wintergarten und hat noch einen Raum geplant, der dann allerdings nie realisiert wurde. Ein Ausstellungsraum sollte im vierten Haus entstehen und da sollte die Landschaft, also sozusagen die ganzen SS-Villen hier in der Umgegend sollten dort dargestellt werden und das Gästehaus des Reichssicherheitshauptamtes in den Fokus genommen werden. Was übrigens etwas ist, was keine der Ausstellungen so richtig, richtig gemacht hat, dieses Gästehaus anzugucken. Jetzt zu dem Rundgang, zum zweiten Teil meiner Ausführungen. Zur Erinnerung, die erste Ausstellung 1992 bis 2005 ist natürlich eine Zeit, wenn wir jetzt heute von einer blühenden Erinnerungslanders sprechen, dann sprechen wir 1992 bzw. 86, 92, die Zeit, wo geplant wurde, von der Ödnis. Und in diese Ödnis kam diese erste Ausstellung. Diese erste Ausstellung hatte einen Grundriss, der ganz spannend ist. Also diese erste Ausstellung hat gesetzt, dass der Raum, den ich hier jetzt mit dem Cursor zeige, wenn Sie den sehen können, der Raum Nummer sechs, der Raum der Konferenz sei. Diese Setzung funktioniert bis zum heutigen Tag fort. Da diese Setzung geschehen ist, hat man sozusagen ein Problem kuratorisch. Wenn man rechts rum geht, hat man relativ wenig Zeit bis zur Konferenz. Wenn man anders rum gehen würde, hätte man viel mehr Zeit. Also diese Ausstellung entscheidet sich, rechts rum zu gehen. Also relativ, also einfach, weil der Raum so gesetzt war, ist es, ja, physisch, ja, relativ, ja, muss man zügig arbeiten, um dann vom Jahr, wie auch immer, 1933 bis ins Jahr 1942 zu kommen. Diese Ausstellung von Schönberner hat ästhetisiert, ist auch, hat inszeniert, war auf solchen Milchglas-Scheiben gedruckt mit großen Fotografien, sehr wenig Bildunterschriften, die teilweise eher assoziativ daherkamen. Also keine, keine Angaben zu den Fotografen enthielten zum Beispiel, auch keine seltenen Angaben zu den Dokumenten enthielten. Das ist der erste Raum, die Diktatur in Deutschland. Ich führe sie in eine Ecke dieses Raumes, weil dort die Objekte zu sehen sind, die in allen Ausstellungen, in allen drei Ausstellungen zu sehen waren. Also nur mal als Beispiel, also auch Objekte haben ja ihre Geschichte und werden fortgeführt, wenn sie funktioniert haben. Rechts sehen Sie den Pranger-Marsch in Norden, da ist ein Foto, sind Fotos immer zu sehen gewesen und links Hans Eichlers, du bist sofort im Bilde. Das ist sogar eins der Objekte in der jetzigen Dauerausstellung. Ging dann durch, Vorkriegszeit, Krieg in Polen, Ghettos, wobei vielleicht interessant ist, dass, wenn Sie das rechte Foto sehen, den Ghettoalltag, den Menschen, der dort zählt, an einem Tisch, das ist eigentlich ein Farbdier. Das ist also auf schwarz-weiß abgezogen worden, obwohl es eigentlich ein Farbfoto war. Ging dann in den Raum rein, Massenerschießungen und der Titel war auch Programm. Also der war brutal, dieser Raum. Er war Massenerschießungen. Selbst in der Verkleinung habe ich jetzt noch einige Fotos abgedeckt. Und was Sie vielleicht als Gliederungselement sehen, auch immer diese Zeittafeln. Also es gibt so einen Einleitungstext und dann diese Zeittafeln, die Sie ganz rechts auf dem Foto sehen. Und wenn man aus diesem Raum rauskam, dann war man recht unvermittelt in diesem Raum Wannsee-Konferenz. Also das erinnere ich mich als Schwierigkeit, dass man eigentlich gar nicht, also man konnte sagen, ja, das Ermorden war schon im Gange, aber warum jetzt die Wannsee-Konferenz? War schwer darzustellen. Und was Sie hier sehen, ist der Raum nach der ersten Überarbeitung schon, wo wesentlich mehr Dokumente dazugekommen waren. Dann ein, wie ich fand, total schöner Raum, der Raum Deportationen, von dem ich aber kein ordentliches Foto finden konnte. Und der Raum Deportationen ist ja wichtig, weil wenn man fragt, was ist das Resultat der Wannsee-Konferenz? Das sind die, dass die Deportationen europaweit beginnen. Und insofern war der Raum sehr, sehr wichtig und auch sehr gut zu führen. Aber wir haben eine Schwierigkeit auch bei der Überlieferung der Fotografie. Ich habe sie jetzt Michael Haupt zugeschrieben. Ich weiß es nicht mal ganz genau, ob das stimmt. Darum das Fragezeichen in der Bildlegende. Ging dann durch den Raum Todeslager, die Halle der Nationen durch in den Raum Auschwitz. Und das finde ich ganz spannend, dass in dieser Ausstellung an diesem symbolisch aufgeladenen Ort noch ein anderer Ort symbolisch aufgeladen wird. Auschwitz-Birkenau, der in Westeuropa für den Völkermord an sich steht. Und kam dann in einen Raum rein, wo ich eigentlich bei jeder Führung gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Titel, Leben im Konzentrationslager. Der arbeitete natürlich auch mit dieser Reibung. Hatte dann auch Abgänge, wie Sie dort rechts sehen können, ganz groß, diese Menschenversuche. War schwierig zu führen. Aber die Frage, wieso der Titel passt oder nicht passt, war eine Frage, die ich sehr oft gestellt habe und die sehr kontrovers diskutiert wurde. Danach kam man in den Raum, der der Ghetto aufstand, also nicht einer der, sondern es wurde der Ausstand im Warschauer Ghetto als Sinnbild für jüdischen Widerstand benutzt, gezeigt, gezeigt anhand der Fotos der beiden Strobalben. Ganz klassisch. Also nicht Bialstock oder so, sondern Warschau. Und ging dann rein über einen Raum, der hieß das Ende. Ein Raum, wo ich nie was zu gesagt habe, weil ich bei mir da echt nichts einfiel. Und dann zu Befreiung. Oh, schwieriger Titel. Und die Befreiung der Raum, wir sehen, so der schmalen Raum, der endete dann in einem Epilog. Dort waren mit Hakenkreuz beschmierte Steine, Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof zu sehen und eine Jugendbegegnung von Aktion Sühnezeichen in Auschwitz. Aktion Sühnezeichen spielte, oder Menschen, die dort gearbeitet hatten, spielen eine große Rolle am Anfang in dieser Gedenkstätte. Einen Eintrag aus dem Gästebuch möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schreibt 1996 eine Familie. Very interesting, well prepared exhibit. Is it possible to have English translation of the display panels? 1996 hatten wir noch keine englische Übersetzung. Die Ausstellung war anfangs nur in Deutsch. Und ist erst, wenn ich mich recht entsinne, 1998 in Englisch aufgefüllt worden. Vielleicht zu Schönberners Haltung. Ich habe versucht, so jeweils ein Zitat zu finden. Das schreibt Schönbärner in einem Aufsatz, wo er berichtet über das Machen dieser Dauerausstellung. Und ja, es ist, wie ich finde, zeigt Schönbärner von seiner eloquenten Seite, das realistische Detail als dramaturgischer Kunstgriff gehandhabt, kann sich als nützlicherweise. Ja, es ist inszeniert worden, Schönbärner weiß das. Kommen wir zur zweiten Ausstellung von Norbert Kampfe und seinem Team. Ja, hat eine andere Entscheidung getroffen. Man geht rein durch den großen Saal und dann links. Was schlichtweg heißt, dass die Besucherinnen sehr, sehr viel Zeit haben, bis sie zur Konferenz kamen. Und diese Konferenz ist dann, und das fand ich sehr, sehr toll, in drei Räumen dargestellt worden. Hier bewege ich meinen Cursor, das ist der achte Raum. Da wurden die Teilnehmer vorgestellt, auch mit sehr spannenden Fotos, teilweise privaten Fotos. Dann die Konferenz selbst und dann nochmal das Protokoll. Und es gab so Hörboxen, wo man Eichmanns Aussagen über die Konferenz hören konnte. Das fand ich, also wirklich die Ausstellung bis jetzt, die der Konferenz eigentlich am meisten Platz, dem meisten Raum gegeben hat. Und auch in dem Raum Deportationen nochmal vieles aufnahm. Drei europäische Länder dargestellt hat. Und auch die, sozusagen die Auswirkungen dieser Konferenz damit ein Stück weit eingefangen hat. Wir gehen jetzt, wir gehen schnell rum durch die Ausstellung. Das ist der große Saal. Bei Schönberner noch ganz verstellt, jetzt geöffnet, den Blick auf den Wannsee heischend. Ging man dann an der Karte, stand man sehr, sehr oft an der Karte, 1933 Europa, ging dann links rum in den Raum, wo es erst Rassismus und dann über Antisemitismus, den Aufstieg der NSDAP ging. Das war Kampffs großer Forschungsschwerpunkt, da hat er sich auch wirklich sehr eingebracht. Kam dann in den Raum, wo es über die Verfolgung der Juden, Widerstand und Selbstbehauptung von Juden ging. Und dann der nächste Raum über den, und das wurde so genannt, den Völkermord in Polen und Südwesteuropa. Also streng chronologisch arbeitend. Gut, aber gerade der Blick auf Südwesteuropa war, das habe ich übrigens falsch geschrieben, Entschuldigung, Südwesteuropa war seinerzeit wirklich neu, wirklich spannend. Und dann, das sage ich jetzt nicht, um Peter um die Schuhe zu gehen, der Raum, der Weg zum Genozid, wissenschaftlich wirklich der Raum, der ganz, ganz viel gemacht hat. Und ich, ja, die These aufnehmen, dass das eben um den 12. Dezember so eine Kernzeit des Entscheidens war. Eine Kernzeit in der Zeitenschwelle, wie es da ein Diener vorgestern genannt hatte. Ging dann durch mehrere Räume, das hatte ich ja schon beschrieben, in den Raum der Konferenz, den ich gleich nochmal, die Räume werde ich gleich nochmal miteinander vergleichen, und kamen dann über die Deportationen, Ghettos, Konzentrations- und Todeslager, Zwangsarbeit und Tod in Konzentrationslager. Und ich habe Ihnen nur ein Foto mitgebracht, um einfach Zeit zu sparen. Da sieht man so ein bisschen die Schwierigkeit der Ausstellung, dass sie teilweise wahnsinnig voll war. Also ich erinnere mich bei Führungen, dass man wirklich sagen musste, hier seht ihr unter den Gruppenstand und sagten, was sehen wir? Dann stellt man sich auf irgendeinen Stuhl und sagt, hier, kommt mal und so. Das war schwierig, aber andererseits war wirklich die Vielzahl der Dokumente, die Einarbeitung der Dokumente wirklich super. Und man sieht hier ja die Fotos aus dem Lili Jakob-Album, auch die waren gut aufgearbeitet nach dem Stand des Wissens seiner Zeit. Es wurde immerhin angedeutet, anders als das Schönberner getan hatte, woher die Fotos kamen, nämlich aus dem Fotoalbum. Und ging dann in einen Raum rein, der die Gegenwart der Vergangenheit hieß, von Elke Grücklewski gemacht, der sozusagen mit Zitaten sozusagen, ja, eher so als Brainstorming in Abschlussgedanken evozierte. Spannend ist, dass natürlich Josef Wulff zitiert wird, Lothar Kreisig, einer der Gründerväter von Aktion Sühnezeichen, und auch ein Mitglied der Familie Alunbrenner. Und diese Familie Alunbrenner war eine der Familien, eine der vier Familien, deren Schicksal in die Ausstellung eingewoben war, was ich seinerzeit 2006 sehr modern fand, aber ein bisschen untergegangen ist in der Fülle des Materials. Es waren also vier Familien immer, die kamen immer wieder sozusagen rein an bestimmten Stellen. Eigentlich sehr klug gedacht, aber ich weiß aus Führung, dass es schwer war, das nachzuvollziehen. Und dann gibt es einen Raum, von dem ich gar nicht berichten kann. Das ist der Raum, der nicht realisiert wird, der in dem Vörtenhaus ist, wo heutzutage übrigens notabene mein Büro ist, wo gerade der Kaffee kalt wird. Vielleicht ein Zitat von Norbert Kampe, eine Dauerstellung in einer Gedenkstätte von nationaler wie internationaler Bedeutung muss auf der Höhe des Gesichterhaltens Forschungsstand sein. Ich glaube, das kennzeichnet die Haltung von Norbert Kampe beim Machen dieser Ausstellung. Das ist aus der Presseerklärung aus dem Jahr 2005. Zur dritten Ausstellung, die ich wesentlich kürzer mache, einfach weil wir ja auch noch die Ausstellung miteinander vergleichen wollen und dann auch noch mit Peter Klein reden möchten oder ich noch mit Peter Klein reden möchte. Ausstellung entscheidet sich wiederum rechts rum zu gehen, also den kurzen Weg zur Konferenz. Inszeniert stark, aber gebrochen. Also sagt, sie legt das Haus als Objekt frei, verschließt das Haus aber auch ein Stück weit. Legt hier in diesem Falle im Vorzimmer, in der Anrichte, die Dälfter Kacheln frei, schließt aber einen Durchgang, den es eigentlich immer gab, richtig stark ab. Also es ist beides. Es ist eine Freilegung, aber auch eine Blockade. Sehr stark auch hier zu sehen, ist ein großer Eingriff in die Räume der ehemaligen Küche und der Speisekammer, die wirklich ganz abgedunkelt sind. Aber man sieht die Inszenierung, man sieht Technik orange, sehen Sie tatsächlich eben Hörboxen, wo Betroffene zu uns sprechen. Also eine starke, ein starker Raumausdruck. Und ich überspringe jetzt ganz viele Räume und gehe in den Raum rein, der wirklich neu ist. Das ist der vorletzte Raum der Ausstellung. Das ist der Raum, wo das Museum sich selbst musealisiert. Wo es eine Geschichte der Gedenkstätte sozusagen gibt. Und auf dem Bildschirm sehen Sie gerade ein Interview mit Gerhard Schönwerner. Also es ist wirklich das Spannende, dass sozusagen die letzte Ausstellung erst die erste ist, wo gefragt, was sind wir eigentlich für eine Institution? Und auch die Bände, die Sie dort sehen können aus der Bibliothek, die eben über die Konferenz gehen, allerdings leider Gottes nicht über die Forschungsleistung des Hauses berichten. Weil das Haus hatte ja mal eine eigene Forschungsreihe. Ich glaube, das ist ein Zitat, ich habe lange gesucht. Das ist so ein Zitat, also wenn ich das einmal mache, dann muss ich das zweimal machen, dann muss ich auch das dritte Mal machen. Ich glaube, das kennzeichnet die Kuratorinnen, die Erinnerung an den Mord von Jüde und Juden prägt unsere Gesellschaft in unterschiedlicher Art und Weise bis heute. Das ist es wohl. Also dieses Geöffnetsein. Dieses Geöffnetsein, was ja auch in dem Design für alle sich widerspiegelt, was ich nicht groß erwähnt habe. Aber wirklich, das ist die große Stärke, finde ich, der Ausstellung, dass sie sich öffnen, dass die Texte so geschrieben sind, dass sie wirklich fast für alle verständlich sind. und sich damit sehr der Gesellschaft und eigentlich unseren Gesellschaften öffnen. Zum Vergleich. Das Erste, was man vergleichen muss, ist natürlich der Raum. Wobei wir gar nicht genau wissen, ist es der Raum. Also rein technisch ist nicht, nicht ganz auszuschließen, dass der obere Raum ganz oben, wo jetzt die Direktion sitzt, der Raum war, wo die Konferenz stattgefunden hat. Da hat man den besten Blick über den See. Im Dezember. Und es gibt einen Fahrstuhl. Also das wissen wir nicht. Aber es ist gesetzt worden. Und ich weiß nicht, darüber müssen wir diskutieren. Aber ich finde es einfach spannend, das einfach anders zu denken, weit zu denken. Wir setzen diesen Raum als den Raum, wo die Konferenz stattgefunden hat. Und eigentlich hat die erste Ausstellung sehr, sehr viel bestimmt, wie das laufen kann. Das Protokoll als zentrale Ausstellungsobjekt wird sozusagen gespiegelt, korreliert mit den Biografien der Teilnehmern. Wobei es ganz spannend ist, dass wir anfangs nicht mehr für alle Teilnehmer Fotos hatten. Kritzinger war lange ohne Foto. Da hatten wir einfach kein Foto. Von anderen hatten wir wahnsinnig schlechte Schwarz-Weiß-Kopien von Schwarz-Weiß-Kopien, wo die wirklich so fast wie so Zeichnungen daherkamen. So verwaschen. Aber das ist eigentlich das Prinzip gewesen. Die Teilnehmenden in Biografien dem Protokoll gegenüberzustellen. Diese Leistung, das zusammenzudenken, mussten die Rundführenden beziehungsweise die Besucherinnen dann selbst machen. Ja, und hier haben sie die quasi fast wie so eine Hühnerleiter, die Teilnehmenden im Organigramm, dann auch schon mit einer englischen Übersetzung. Wie gesagt, das Foto ist dann wohl 2000 in etwa aufgenommen worden. Und im Prinzip hat es die nächste Ausstellung, die Ausstellung Kamp, ganz ähnlich gemacht. Organigramm links, Protokoll in der Mitte auf einem deutlich als modernen Tisch erkennbaren Gebilde und der Blick zum See eigentlich frei mit einigen Zitaten unterbrochen. Da kommt dann die neue Ausstellung, die wirklich ganz anders agiert. Und ich glaube, das Bild erklärt meinen Fatum-Schmerz. In der Mitte eben nichts. Und das umdreht. Rechts an der Wand das Protokoll und zum See hin dann die Teilnehmern. Wenn man die Teilnehmer anguckt, sind die ganz klug geclustert. Also es gibt verschiedene Cluster, also SS und Polizei, links, dann Ministerien, in der Mitte, wo der Pfeil drauf weist, Besatzungsverwaltung und Partei. Und das Spannende auch bei Führung ist natürlich zu sagen, dass dieses Cluster wirklich klug ist, aber dass es gar keinen Sinn macht, weil die Ministerien längst schon SS geworden sind. Und Moment, was ist der Unterschied zwischen SS und Partei eigentlich? Ist die SS nicht eigentlich eine Parteiarmee? Also sowas kann man diskutieren. Aber es ist ja richtig, das versuchen auseinanderzunehmen. Und es ist genauso richtig, dann in Führung, das mal wieder zusammenzudenken. Und die Schwierigkeiten, die ja diesen Staat ausmachen, Schwierigkeiten, das auseinanderzunehmen, charakterisiert. Und das erste Mal die Erwähnung von Weizsäcker. Weizsäcker, der Staatssekretär, war in den anderen Ausstellungen nicht erwähnt worden. Es gibt einen Entwurf, den ich gesehen habe, in der zweiten Ausstellung, da sollte er erwähnt werden. Der Entwurf ist nicht ausgeführt worden. Zu den Fotos. Hier haben Sie eine Wand des Raumes Auschwitz. Zum Todeverurteil steht da drüber und der ist angeordnet wie ein Triplichon. Ganz klar, wenn man eins der Fotos mal rausnimmt, das ist dieses Foto links von Bernhard Walter, schätze ich, 26. Mai 1944. Das ist eine der 13 Aufnahmen, die in Porträtformat aufgenommen worden sind, im gesamten Album. Deshalb von Schönberner genommen worden. A, auch genommen worden für das Originalcover seines Bandes, der gelbe Stern. Und wir haben uns vorher unterhalten, wir sind beide einer Meinung, es ist schon ein bisschen, die Ausstellung war ein bisschen der gelbe Stern an der Wand. Und dieses Foto hat er noch mal zusätzlich beschnitten, damit es eben diesen Triplichon-Charakter kriegt. Dabei hat er die Information weggeschnitten, dass hier rechts unten eine Frau mit einem karierten Kopftuch sitzt und ein Mann mit Rollstuhl da hinten am Zug. Also ein wirklich radikales Beschneiden von Fotos und ohne Quellenangabe natürlich. Das war in der zweiten Ausstellung deutlich anders. Es wurden Fotos wirklich besser benutzt, auch nicht zu groß, was teilweise schwierig war dann bei Rundführungen, wenn man 30 Kinder vor sich hat und versucht irgendwie zu sagen, hier seht ihr, und irgendwie davon 10 sagen, sehen wir nicht, wir sehen nur die Köpfe, war teilweise schwierig, aber auch die Einordnung war manchmal nicht ganz glücklich und ich habe natürlich, das ist meine Aufgabe, dann eine kritische Sache genommen, wo hier ist bei den, an der Tafel, wo es eigentlich um die Nürnberger Gesetze geht, sind diese beiden Fotos aus Norden und die Unterschrift lautet Demütigung einer Rasseschänderin aus dem Stadtarchiv Norden. Ja, man könnte, man sollte man vielleicht wissen, dass der Mann, der die Fotos gemacht hat, fünf Fotos gemacht hat, also dass es eine Serie ist, man könnte auch dazu sagen, dass der Mann, der die Serie gemacht hat, in der Partei war und diese Serie teilweise als Postkarten verkauft hat. Das ist also, das wäre eine Fotoanalyse, die ich durchaus auch eingefordert habe seinerzeit und das große Problem ist aber, dass diese Fotos, ja der Text nur sozusagen im letzten Schritt sagt, dass es Juli 35 ist, haben fast alle Besucherinnen immer sofort gedacht, hey, das ist das, was aus den Nürnberger Gesetzen rauskommt. Also eine Illustration, die Fotos als Illustration der Nürnberger Gesetze gesehen, dass sie das Brodeln des Antisemitismus, das Puschen von unten dargestellt haben, war etwas, was die Rundführenden sozusagen anfügen mussten. Aber auch, und ich weiß, ich kriege dafür Schläge, aber auch die Neudausstellung, manche Fotos, naja, also die Fotos sind viel klüger, viel zurückhaltender, die Fotos sind unterlegt, beleuchtet, also gut zu sehen, aber manche Auswahlen sind schwierig. Also dieses Foto ist ein Foto, was so scheint, als wenn der sogenannte Boykott am 1. April 1933 so eine friedliche, schöne Veranstaltung war und alle irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und diese Frau, da ist natürlich ein Gender-Bias drin, diese Frau erkennt, huch, ich soll ja gar nicht einkaufen, huch, ist das halt, so, sowas in der Art, SA-Mann ist sehr freundlich. Wir wissen aus den Akten, dass Degginger gezwungen worden ist, seinen Laden zuzumachen mit Gewaltandrohung. Also da ist dieses Foto, es zeigt etwas, was der Boykott nicht war. Der Boykott war eine Blockade und die Blockade war gewalttätig. Also da gibt es, denke ich, noch Nacharbeitungsmöglichkeiten und jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen, aber es gibt natürlich die Fotostation. An der Fotostation, sorry, dass ich das, aber ich konnte ja nicht, nicht, nicht. Diese Fotostation, die ich selbst entwickeln durfte, glaube ich, gibt einen Hinweis, wie man mit Fotos umgehen kann, was ich aber sehr gern diskutieren will. Ich will mich jetzt hier nicht dran hinstellen und sagen, hey, ich mache immer alles richtig. Da ist bestimmt auch viel Blödsinn drin. Zur Gewalt, zu meinem vorletzten Punkt. Ja, Schönbänders Ausstellung war gewalttätig, hat keine Rücksicht genommen. Ich habe dieses Foto selbst aufgenommen und ich weiß, dass ich versucht habe, mit meiner analogen Kamera das Foto selbst zu verwackeln. Das sieht man in dem Foto, aber selbst das reicht nicht. Darum habe ich jetzt das nochmal überlegt. Aber ja, und man sieht aber auch die Inszenierung links, diese Männer, die fotografieren, als geifernde Fotografen, dargestellt werden und auf die Blödsinn der Frauen zu gehen. Das ist natürlich eine Aussage, eine sehr, sehr starke Aussage, aber auch eine Aussage, die den Frauen, die dort beschnitten, übrigens, die Fotos sind alle beschnitten, beschnitten, Gewalt angetan wird, noch weiter demütigen, in der Art und Weise, wie sie schwer erträglich für uns betrachten, heutzutage ist. Auch die andere, die zweite Aussage hatte Gewalt, Demütigung von Juden hier in dem Raum Nummer 5, Massenerschießungen und auch in Serbien die Erschießungen, das wurde durchaus gezeigt, allerdings in kleineren Fotos, zurückhaltender. Und ich fand den Raum von Christa Schikora, wo das Leiden mit Zeichnungen, das Leiden der Häftlinge, das Sterben der Häftlinge mit Zeichnungen von Häftlingen dargestellt wird, wirklich kuratorisch sehr, sehr, sehr gelungen, weil es eben dieser bisschen Dreh machte. Die jetzige Ausstellung ist sehr, sehr zurückhaltend, es wurde sehr viel diskutiert, auch im Kollegenkreis, welche Fotos gezeigt werden können und was ich Ihnen zeige, ist quasi das gewalttätigste, eins der gewalttätigsten Fotos, die so bewusst ausgewählt worden sind, dass man die dort Ermordeten eben nicht mit Gesicht, nicht persönlich sehen kann. Was ich eine richtige Entscheidung finde. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Was machen wir jetzt mit bürokratischen Prozeduren? Wie stellen wir die denn dar? Und das ist etwas, wo ich gern am 40. Jahrestag der Konferenz nochmal vielleicht drüber reden möchte, falls ich dann hier in diesem Hause noch bin, weil da müssen wir noch einen Weg finden. Es gibt Fotos davon, diese Fotos davon, eins aus der Ausstellung. Das ist eine bürokratische Prozedur, es werden Passpässe gestempelt und solche Fotos könnte man natürlich ausstellen, aber das ist so schrecklich langweilig, dass das, ich glaube, damit kann man keine Ausstellung füllen. Ich finde Ruth Preuss, und damit möchte ich enden, hat in der einen Präsentation, wo sie darstellt, oder wo sie zeigt, wie sozusagen das Einleitungsschreiben zu deschriftieren ist, einen Ansatz gemacht, den wir aber noch weiterführen müssten. Und ich glaube auch, dass das, was wir in dem nächsten Panel vorstellen, die Seite 6, ein Stück weit dazu gehört, also dass man diese Dokumente aufmacht, liest, querliest, gegenliest und das irgendwie mit den Besucherinnen zusammen macht. Aber wie genau, weiß ich noch gar nicht. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Wie stellen wir Bürokratie da an einem Ort, der so bürokratisch überformt ist? Danke. Ja, herzlichen Dank, Christoph Kreuzmüller. Das war jetzt eine gekonnte Lösung, über 30 Jahre zu gehen und durch drei Ausstellungen. Und ich bin sehr beeindruckt von den vielen Details, die du da nochmal aufgedeckt hast. Was mir auch recht gut gefällt, sind die drei Statements, die, wenn sie so unmittelbar nebeneinander stehen, ja eigentlich auch ganze Assoziationsketten erwecken können. Wir müssen jetzt nur alle zwei, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht über irgendwelche Details in Ausstellungen unterhalten, die Menschen nicht kennen und auch die schon längst abgehängt sind, auch wenn das eine kluge wissenschaftliche Frage ist, was passiert mit abgehängten Ausstellungen. Und deswegen würde ich gerne zunächst mal so ein bisschen problematisieren oder nachdenken darüber, ob die Veränderungen, also ob die Veränderungen von der ersten Ausstellung ausgehend im Grunde genommen die Befindlichkeiten der bundesrepublikanischen Gesellschaft oder dann später der gesamtdeutschen Gesellschaft so ein bisschen widerspiegeln. Ja, um das so ein bisschen auszuführen, 1992 ist eine Ausstellung gemacht worden von Gerhard Schönberner, der, wie gesagt, einen dramaturgischen Kunstgriff in den Vordergrund gestellt hat und großformatige Fotos verwendet hat, die er auch inszenatorisch sozusagen nebeneinander hing und letztendlich durch sparsame Betitelungen und Kommentare eher impressionistisch, sage ich mal, ausgedeutet hat und damit hatte dann der Besucher und die Besucherin umzugehen. Nun ist das Jahr 1992 auch das Jahr gewesen, in dem die Holocaust-Forschung international und vor allen Dingen in der Bundesrepublik geradezu explodierte, würde ich sagen. Ja, also wenn wir an die Dachauer Gespräche denken, wo es hieß, am Anfang der Neuen Täterforschung, wenn wir an Christopher Brownings 101er Buch denken, dann ist diese frisch eröffnete Gedenkstätte, die ja auch einen internationalen Zuschnitt hat, obwohl das, was dort passiert, quasi nur 90 Minuten dauert, aber eben europäisch angelegt war, natürlich in einem besonderen Maße in einer Bringschuld gewesen, aktuelle politische und auch aktuelle wissenschaftliche und publizistische Erkenntnisse unten sofort einzugliedern. Meine erste provokante Frage ist also, war die nicht von Beginn an schon altmodisch? Und wie ist das mit der zweiten Ausstellung? Wenn man jetzt das Jahr 2005 hernimmt, befinden wir uns in einer bundesrepublikanischen Phase sozusagen, in der andere große Ausstellungen und andere Debatten dafür gesorgt haben, dass es sich ein unglaublich hohes Konfliktpotenzial damals angehäuft hat. Ja, ich denke nur an Goldhagen, ich denke an die Wehrmachtsausstellung, die 2002, die 98 zugemacht worden ist und dann 2002 wiedereröffnet hat und die eine ähnliche Texturprägung hat. Und eben jetzt an die jüngere Zeit, in der diese Ausstellung sozusagen sich ganz andere Projekte vornimmt. Eben auch sozusagen viel stärker zugewandt an die Leute zu sein, die mit ganz besonderen Bedürfnissen und auch Informationswünschen herkommen. Also kurzum, könnte man drei Ausstellungen als Spiegel bundesrepublikanischer Befindlichkeiten ausdeuten? Ja, natürlich. Das habe ich ja ganz bewusst nicht gemacht, weil dann würden wir ja sehr, sehr lange reden, aber es ist eine sehr spannende Sache. Ich finde wirklich, dass 1992 diese Ausstellung, die war aus der Zeit gefallen. Und ich weiß, dass ich das tatsächlich auch in seiner Zeit gesagt habe, dafür auch nicht nur Lob geerntet habe, weil das, was ich dann sagte, auch gedruckt wurde, dass es eben anachronistisch sei. Und natürlich die Täterforschung. Und ihr habt das, die Himmler-Tagebücher gefunden, also diese ganzen Dokumente, die neu auf uns kamen, durch die Öffnung der Archive, und darauf geht Kampe ja sehr oft ein, die musste auch erst mal verarbeitet werden. Und ich glaube, diese zweite Ausstellung ist auf der Höhe der Zeit gewesen, aber natürlich, das schreibt die Süddeutsche, im Echoraum der Wehrmachtsausstellung auch. Also die spiegelt da diese Diskussion ein Stück weit. Und das fand ich ganz klug formuliert. Allerdings, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich glaube, dass natürlich jede historische Ausstellung, an der man drei Jahre arbeitet, wenn man sie öffnet, eigentlich schon wieder veraltet ist. Dafür ist das, das ist das Medium. Also man nimmt dann Gedanken auf, die wir uns, man nimmt dann Gedanken auf, die wir uns, Konzepte, die schreibt man, naja, und dann recherchiert man, und bis die Ausstellung dann da ist, ist drei Jahre ins Land gegangen, oder zweieinhalb Jahre, und dann sind die Gedanken, die man drei Jahre später, drei Jahre vorher, sind ja schon ein Stück weit wieder passé. Nicht mal en vogue. Also das ist, ich glaube, das Manko jeder historischen Ausstellung, dass sie in der Eröffnung eigentlich schon wieder veraltet ist. Das ist das Medium. Ein Zeitungsartikel oder eine Online-Ausstellung ist viel schneller. Aber das soll jetzt nicht, aber das finde ich als Gedanken ganz spannend, weil gerade solche neuen Ausstellungen, da wird ja so viel, und das dauert dann so lange, und dann ist das, was man jetzt so neu gedacht hat, schon längst von anderen wieder überholt worden. Müssen wir mit leben. Macht aber Spaß, darüber nachzudenken. Ja, damit müssen wir leben. Ich würde ganz gern noch auf einen anderen Punkt eingehen, was die zweite Ausstellung angeht. Diese zweite Ausstellung, die von Norbert Kampel sozusagen nach deiner, sag ich mal, schlanken Zusammenfassung, ja, als auf der Höhe des gesicherten Forschungsstandes qualifiziert worden ist, zeigt ja so ein bisschen sozusagen die wissenschaftliche Absicherungsbestrebungen sozusagen der Leitung des Hauses. Ja. Ich habe dafür damals und ja auch heute noch sehr viel Verständnis gehabt, aber wenn ich mich doch genau daran erinnere, ging es nicht nur um die Frage einer wissenschaftlichen sozusagen genauen Absicherung, Sondern gerade die Tatsache, dass doch das Team der Aussteller, das Team sozusagen der freien und festen Mitarbeiter eine Ausstellung gemeinsam gemacht hat, hat zum Schluss eigentlich dazu geführt, dass ja, die Masse des Ausgestellten und des Textuellen in der zweiten Ausstellung das Material bereithalten sollte für das Konzept der sogenannten Selbstführung. und da du ja selber auch mal eine Studie gemacht hast über das Füreinander, würde ich ganz gern mal deine Einschätzung dazu erfahren. Ist diese Ausstellung vielleicht in der zweiten Variante nur eine dienende Funktion der pädagogischen Abteilung gewesen? Also etwas, was Schönbeiner zum Beispiel gar nicht interessiert hat? Ich weiß, dass das Konzept der wechselseitigen Führung, was Elke und ich ja seinerzeit entwickelt hatten in der Schönbeiner Ausstellung, tatsächlich bei der zweiten Ausstellung nicht mehr so gut funktioniert hat, weil die Schülerinnen sich oft nicht zurecht fanden in der Masse des Ausgestellten. Also das war wirklich häufiger schwierig, denen zu sagen, ihr müsst nur zwei, drei Sachen machen, weil die Ausstellung wirklich, man dachte, welche zwei, drei Sachen, wenn jetzt in einem Raum 70 Exponate hängen, ist das wirklich, wirklich, war das teilweise überfordernd für die Schülerinnen, die das zu tun hatten. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Die Ausstellung, die zweite Ausstellung hat wirklich gut funktioniert für Studientage. Also für Studientage hat man eigentlich für jeden Studientag selbst, ich sag mal so blank, für die die Gastronomen oder so hat man eigentlich was in der Ausstellung gefunden, was da passt in ein Objekt, auf das, dass du dann gehen konntest bei einer Ausstellung. Das war schön, weil sie hatte wirklich so, die Ausstellung war ja in diesem, dieser Angst, ja nichts übersehen zu wollen, die spricht er mit, die schwingt in dieser Ausstellung ja mit, dieses, nein, wir dürfen nichts vergessen. ist aber so viel drin gewesen, dass es wie so ein Bauchladen war. Man konnte eigentlich da, 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 eigentlich immer was finden, aber das war dann wirklich eine Aufgabe der Rundführenden, das rauszuwählen. Und ich, ja, also ich, diese Selbstführungsmodelle, das hat, fand ich, nicht so gut mehr funktioniert wie bei dem, bei dem ersten. Wo natürlich die Fotos auch so groß waren, dass sich irgendwie die Schüler nur gedacht haben, und das oder das nehmen. und dann konnten sie sich dann über dieses oder jenes unterhalten. Aber ja, übrigens diese Angst, was vergessen ist, schwingt ja in unserem Thema mit. Dass einem vorgeworfen wird, dieses oder jenes, dann Wichtige nicht zu sehen. Dinge nicht berücksichtigt zu haben. Was ich nochmal in Bezug auf alle drei Ausstellungen nachfragen wollte und mit deiner Expertise sozusagen auch als Fotohistoriker, werden wir nicht generell mit dem Problem konfrontiert, vor allen Dingen bei der Verfolgungsgeschichte der Deutschen und auch der österreichischen Juden, dass die Fotografien, die wir zur Verfügung haben, dass diese Fotografien eigentlich immer aus dem städtischen Raum kommen. Also mir fiel das neulich, auch bei dem einzelnen Foto, was du jetzt genannt hast, noch einmal ganz besonders auf, also wo man sagt, das ist ein Foto aus dem Juli 1935 und steht pars pro toto für die von unten erzwungene Gewalt, die dann von oben quasi durch die Nürnberger Gesetze abgefedert worden ist. Also dieses Foto ist kein Resultat der Nürnberger Gesetze, sondern dieses Foto steht stellvertretend dafür, welche Situation zur Kodifizierung der Nürnberger Gesetze führt, dann machen wir das eigentlich fest mit Fotografien aus Berlin und später aus Wien und wenn es sich doch in beiden Ländern eigentlich um ländlich geprägte Gesellschaften handelt, laufen wir da nicht Gefahr, immer etwas zu suggerieren, was so gar nicht stattgefunden hat, weil wir uns die reale Auseinandersetzung und auch die realen Übergriffe eben in kleinen Ortschaften, wo man sich kennt, im ländlichen Bereich, eher vorstellen muss als eine soziale Realität für die deutschen Juden, als das in diesen Fotografien eigentlich repräsentiert wird? Ja, das stimmt, dass in unseren Ausstellungen die Großstädte oft über repräsentiert sind, wobei, wenn man sich mal anschaut, aus welchen Städten Fotos von den Pogromen überliefert sind, dann sind das in der Regel, also in der Regel ist fast jede Kleinstadt, wo eine Synagoge stand, die dann geschändet oder verbrannt wird, das ist eigentlich fast immer fotografiert worden, weil in solchen kleinen Städten man sich kannte. In Berlin gibt es ja nur 24 Fotos und die zeigen eigentlich immer nur den Ort, nachdem die Gewalt vorbei war, sie zeigen die Scherben, also da kommt ja auch diese Begrifflichkeit Kristallnacht her, nicht den Akt. Und das Gleiche haben wir übrigens bei den Deportationen. Das Horst der Wahnsinn-Konferenz ist ja in diesem Projekt Last Scene mit drin, das genau Fotos der Deportation sammelt und Deportationen sind im ländlichen Raum schneller und häufiger fotografiert worden als in den großen Städten. Wir haben in Berlin ja immer noch kein Foto gefunden, das Deportationen zeigt, obwohl wir vor anderthalb Jahren einen Aufruf gemacht haben, wo es ganz viel Interesse gab, aber kein Fotos. Ja, ich glaube, es ist soweit, wir haben ja heute kein physisch vorhandenes Publikum, was sich ganz aufgeregt meldet. Ah, doch, haben wir, aber vielleicht darf ich die Leiterin des Hauses dazu auffordern, dass wir uns tatsächlich vielleicht mal zuerst um die Chatfragen, ja genau, ich hätte jetzt fast Kachelteilnehmer gesagt. Okay, also wir haben zwei Fragen, die in den Chat gestellt worden sind, eins von Dr. Bartol, die ist ziemlich schnell, der ist jetzt hier, warum ist in der dritten Ausstellung der Zeitraum von 1880 bis 1933 nicht mehr erwartet? Ja. Herr Bartol fragt, warum ist in der dritten Ausstellung der Zeitraum von 1880 1933 nicht mehr erhalten? Ich kann das wiederholen, also warum ist der, Herr Bartol fragt, warum der Zeitraum vor 1880 in der dritten Ausstellung keine Berücksichtigung mehr findet, ja? Okay. Ja, und die zweite Frage ist von Frau Rochmann, die fragt, gibt es zum Beispiel aus den Gästebüchern Erkenntnisse, ob die unterschiedlich gestalteten Ausstellungen auch unterschiedlich von den Besuchern rezipiert wurden? Das heißt, wurden die wissenschaftlichen und gestalterischen Änderungen vom Publikum wahrgenommen und gewertschätzt oder nimmt das Publikum Ausstellungen einfach so, wie sie sind, an? Wurde zum Beispiel die erste Ausstellung von den Besucherinnen als gewalttätig beschrieben und gab es quasi eine Erleichterung, dass die gewalttätigen Bilder in den beiden Folgeausstellungen rausgenommen wurden? Ich fange mal mit der einfachen Frage an. Das ist die Frage, warum das vor 1880 oder sozusagen die Zeit des sich radikalisierenden Antisemitismus bis hin 1933, warum sie viel weniger Beachtung findet. Das ist einmal eine kuratorische Entscheidung gewesen, eben rechts rum zu gehen. Man hat dann viel weniger Platz. Das ist faktisch so. Das ist sicherlich das. Und die Entscheidung gewesen in der Abwägung, was ist für uns jetzt wichtiger, die Zeit nach 1945 in die Jetztzeit gehend oder die Zeit vorher. Und diese Abwägung, das ist redlich, das zu fragen, aber ich glaube, es ist redlich, auch das so zu entscheiden. Für uns ist wichtiger, gerade die Zeit danach, um zu beschäftigen, was passiert danach mit unserer Gesellschaft bis zum heutigen Tag. Das kann man kritisieren, dass das rausfällt, aber ich finde, das ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, zumal sie auch so kommuniziert worden ist. Zu der anderen Frage, ja, die, wir haben keine vollständige Auswertung der Gästebücher gemacht, bislang. meine Kollegin Arja Safati hat eine Auswertung gemacht, der Einträge von israelischen Besuchern, Besucherinnen und so, wenn ich jetzt davon absehe, ist mein Eindruck, dass im Geiste der Zeit der 90er Jahre das Abbild der Demütigung und der Gewalttaten gar nicht so aufgefallen ist. Also, es war in den Gästebüchern, und da kann Peter bestimmt noch, war viel von Betroffenheit, von Scham die Rede. Scham vor diesen grässlichen, gräulichen, solche Worte wurden dazu gemacht, von diesen Vorgängen. Also, das Bewusstsein, dass die Fotos eine demütige Ausdruck, also, ich kann mich jetzt als Zeitzeugen nehmen, das ist mir auch erst, sozusagen am Anfang habe ich das genommen. So stellt man das aus, und dann irgendwann haben wir auch, haben wir gedacht, oh, da kichern Kinder, ist das richtig, und so. Das ist eindeutig so. Tatsächlich haben alle diejenigen Freien und Festen, die früher mit der 92er Ausstellung gearbeitet haben, sozusagen erst ihre eigene Sensibilisierung für das Gezeigte erfahren müssen, indem sie gemerkt haben, dass sie vor allen Dingen Reaktionen der jüngeren Besucher und Besucherinnen vor solchen Fotografien doch recht eindeutig waren. Also man fand sich sehr schnell in der Situation gegen die gedemütigte nackte Frau, die auf einem großformatigen Bild zu sehen ist, sozusagen gegen dieses Bild eine Führung zu veranstalten. Und noch viel schlimmer war es für die erste Generation der freien Mitarbeiterinnen und die waren ehrlich gesagt die ersten, die gesagt haben, bei aller Ästhetisierung der Gewalt, es ist hier ein Skandal unterwegs, sozusagen sexualisierte Gewalt überhaupt ästhetisieren zu wollen. Und dadurch ist es so langsam aber sicher quasi im gesamten Haus auch zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass das Herzeigen dieser Bilder auf dieser Ästhetisierung der Gewalt hin vollzogenen Ausstellung, dass man das eigentlich gar nicht tun kann. Ja, und Herr Schönberger kann sich jetzt nicht mehr wehren und so, aber er fühlte sich damals tatsächlich heftig angegriffen in der Art und Weise seiner Inszenierung dieser ersten Ausstellung. Also ich kann mich gut erinnern, dass er bei einem dieser Fotos gesagt hat, diese Frau wirkt wie eine Maria. Was ein Aufschrei der Entrüstung hier im Haus erzeugt hat, ist ja völlig klar. Also es gibt einen Sensibilisierungsprozess, den man dann eindeutig bei dem Schwenk quasi in die zweite Ausstellung gesehen hat, weil eben so viele Leute eingebunden waren in diesen zweiten Produktionsprozess. Das war definitiv etwas, was wir alle gelernt haben. Und ich schäme mich ein Stück weit, dass ich es am Anfang nicht so gesehen habe, aber das ist natürlich auch etwas, was wir alle zusammen gelernt haben und vielleicht lernen mussten. Es hat etwas mit dem, meiner Ansicht nach, auch mit dem Grobkonzept der historischen Kenntnis quasi dieser Generationen zu tun, Anfang der 1990er Jahre. Da ist der Holocaust eine unglaublich brutale Angelegenheit, die, wenn man sie durch Fotos zeigen kann, man sie auch herzeigt. So ist ja der Gelbe Stern auch erst entstanden. Also Schönmänner hat dieses Buch gemacht in den 60er Jahren, weil er wollte, dass der Skandal visualisiert wird, dass also diese schweigende Gesellschaft letztendlich mit einem Bildband visuell auf seine Untaten hingewiesen wird. Und das hat sich eben bis über die 80er Jahre dann bis nach 1992 halt hineingezogen und ist für pädagogische Arbeit echt eine Bürde gewesen. Es gab Ecken in der ersten Ausstellung, gegen die hat man tatsächlich anführen müssen, wenn man so will. Oder hat sie ganz schnell ausgelassen. Ich weiß, dass ich den Raum Massenerschießung fast immer ausgelassen habe, weil er nicht zu führen war. Und was die Gästebücher angeht, ich kann mich sehr gut erinnern, dass bei den ersten Gästebüchern 1990er-Jahren bei der ersten Ausstellung bestimmte Seiten herausgerissen wurden, beziehungsweise dass man neue Gästebücher hingelegt hat, wenn antisemitische Entgleisungen sozusagen auf einer Seite pranken und dann eben am Eingang der Ausstellung sozusagen täglich hergezeigt werden sollten. Und dann ist man zu dem Punkt gekommen, dass man gesagt hat, das muss weg. Und heute wäre es natürlich ein Dokument der Zeitgeschichte auch an sich zu zeigen, an welchen Wellen von antisemitischen Outbursts letztendlich so etwas auch dann Eingang in ein Gästebuch gefunden hat. Das wird man nicht glückenlos mehr machen können. Also ich habe das selber gesehen. Sorry, wir haben ein ziemlich engagiertes Publikum, die sich mit Kommentaren beteiligen möchte. Von Nelke Gleglewski kam den Kommentar. Es gab einen beeindruckenden Bericht nach dem Besuch eines Überlebenden, der sagte, solange die Frauen dort präsentiert würden, sie jeden Tag aufs Neue vom Blicken vergewaltigt werden. Und Wolf Kaiser ergänzt und erzählt, dass ich bin unmittelbar nach der Eröffnung und der ersten Ausstellung mit meinem Sohn von Überlebenden durch die Ausstellung gegangen und er hat mich empört gefragt, möchtest du deine Mutter so sehen? Sonst haben wir andere Fragen, aber vielleicht gebe ich das Mikrofon erstmal an meiner Chefin hier, der Beratmann. Danke, dass es deiner Chefin gegeben hat. Also erstmal noch guten Morgen von meiner Seite. Danke für diesen Vortrag und die wirklich interessanten Einblicke auch für eine Person, die die erste Ausstellung gar nicht kannte. Da war ich tatsächlich glaube ich noch zu klein und die zweite auch nur so am Rande mitbekommen habe. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass alle drei Ausstellungen um zwei eigentlich Aspekte besonders kreisen und das ist auf der einen Seite die Frage nach der Stimme der Verfolgten. Also wie wird eigentlich, also worauf konzentrieren wir uns eigentlich? Konzentrieren wir uns auf den Aspekt Täterschaft, also wann sie als Täterort wahrzunehmen und welche Rolle spielen eigentlich die Erfahrungen der Verfolgten und der Betroffenen? Und da war jetzt zum Beispiel mein Eindruck, dass in den ersten zwei Ausstellungen das sehr, auch so wie du das thematisch zumindest jetzt präsentiert hast, dass es da sehr viel Raum gegeben hat. Wäre eine Fragestellung, ob das jetzt nur so ausgesehen hat auf der Präsentation oder ob das tatsächlich noch mal so gewesen ist und dass das jetzt vielleicht in der dritten Ausstellung nicht ganz der Fall ist oder wie das eben auch ausgehandelt und diskutiert wurde. Wie stellt man tatsächlich die Stimmen der Verfolgten dar? Und die andere Frage war aber auch eben dieser Aspekt Täterschaft und da war mein Eindruck jetzt wiederum, dass in den ersten beiden Ausstellungen sehr stark fokussiert worden ist auf die 15 Teilnehmer der WANSE-Konferenz einen sehr stark also versucht ein bisschen davon wegzukommen und nochmal versucht stärker tatsächlich die gesellschaftliche Beteiligung ins Zentrum zu rücken ohne die ja die Verbrechen gar nicht möglich gewesen wären und das hat natürlich alles mit was weiß ich wie sie es genannt haben bundesrepublikanischer Befindlichkeit zu tun oder auch mit der Fragestellung wo stehen wir eigentlich in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Holocaust deshalb wäre auch hier eine Frage wo stehen wir eigentlich jetzt und macht es nicht auch einen Unterschied aus ob eine Ausstellung vor allem auch kuratiert wird aus der historischen Perspektive oder wie jetzt bei der dritten Ausstellung auch aus einer sehr stark pädagogischen Haltung Perspektive und Fragestellung heraus waren jetzt viele Fragen Entschuldige bitte ich bin tatsächlich im Überlegen das ist die Tat beteiligten ich glaube schon dass die zweite Ausstellung wirklich die Ausstellung war die am deutlichsten dargestellt hat woher die Männer kamen in dem Falle wurden nur die Männer dargestellt die an der Konferenz teilgenommen wo das rein rein wo die sozusagen ins Spiel reinkamen das mal so ganz aber Peter da können wir ja für immer habe ich das ja kleinen Räumen auch verortet die jetzige Ausstellung macht das ja sehr schön dass es so rausziehbare Karten gab und dass man immer mal wieder herangestoßen wird oh da war der schon beteiligt das ist etwas was was sozusagen also die zweite Ausstellung sozusagen hier sind die Räume das versucht diese jetzige Ausstellung eher so en passant einzuflechten was ich klüger finde kuratorisch was aber ja manchmal untergeht was immer wenn es eingeflochten ist Ausstellung muss ja starke Geste haben sonst siehst du nicht das ist eine halbe Antwort das weiß ich Schönberner wäre sowas wie hätte gesagt glaube ich noch die Nazis waren es ich glaube das könnte man so sagen und die zweite Ausstellung jetzt klammere ich extrem zusammen sagt die Verwaltung immerhin schon würde ich denken aber ja okay Blick der ja aus welchem aus welcher Perspektive was wir was machen es ist Schönberner hat es aus einem ästhetischen Hintergrund gemacht Schönberner ist alles mögliche gewesen großartiger Mann toller Lyriker guter Filmemacher all das und das hat er mit eingebracht in diese Inszenierung und seinen politischen Zorn ich empfand diese Ausstellung sozusagen also im Tiefen drin ist sie zornig und tatsächlich ist die zweite Ausstellung dann eine wissenschaftliche Ausstellung gewesen die viel ruhiger daherkam und die jetzige Ausstellung eine Ausstellung die die Fragezeichen stellt und sich öffnet insofern haben wir nur einmal eine echte historische Ausstellung als historische Ausstellung gehabt nämlich die zweite aber Peter es lohnt sich meiner Ansicht nach schon darüber ein bisschen zu reflektieren ich sehe es im Detail anders das Problem besteht jetzt immer da drin sozusagen dass man sich an Ausstellungsecken erinnert die jeweils das so illustrieren kann wie man es braucht ja deswegen ich wollte noch in aller Stille mal darauf hingewiesen haben dass wir einen Raum hatten der Handlungsspielräume hieß und der schon sehr weit weg von den einzelnen Teilnehmern der Wansi Konferenz begonnen hat zu argumentieren welche realen Möglichkeiten ein Täter ins B hatte um verschieden mit der Befehlssituation umzugehen also wenn ich das jetzt genau auseinander klamüsern würde mit Nöll Zimmer und Nagel als Ortskommandanten und so das würde jetzt echt zu weit führen jedenfalls haben wir eine Situation aufgemacht in der man gesehen hat dass drei untergeordnete Unterführer der Wehrmacht in ihrer Eigenschaft als Ortskommandanten auf den erhaltenen Befehl zur Erschießung von jüdischen Menschen reagiert haben einmal mit der prompten Ausführung und einmal mit heftigen internen Diskussionen unter den Feldwebel und Unteroffiziersdienstgraden beziehungsweise der glatten Verweigerung durch Sabotage also man hat einfach nichts gemacht ja und da haben wir sozusagen problematisiert dass man Täterschaften nicht unbedingt nur an Personen und biografisch anbinden muss so stark sozusagen eine Person wie lange das natürlich vorstrukturiert sondern dass man vor Ort auch zahllose Beispiele findet von fast namenlosen Menschen die in ihrem Alltag ständig mit dieser Befehlslage konfrontiert sind und dabei doch unterschiedlich anfangen darauf zu reagieren und das ist natürlich der Tatsache geschuldet gewesen dass die gesamte Fragestellung ob Täter aus ideologischer Motivation oder aus gruppendynamischen Zwängen heraus oder neuerdings aufgrund von organisationssoziologischen Erwartungshaltungen so agieren wie sie agieren das ist damals sozusagen ein hohes Konfliktpotenzial gewesen und wurde eben auch immer und das darf man nie vergessen ja ich sag's mal ganz salopp von der Kundschaft nachgefragt und das ist mit der heutigen Ausstellung natürlich schon auch ein bisschen anders geworden weil in einer Frage nach der Täterschaft und nach den Handlungsspielräumen und deren Grundlagen nicht mehr so stark am Selbstverständnis der Bundesrepublikaner gerüttelt wird weil sich eben wieder 15, 20, 25 Jahre ins Land gezogen haben und man mit dieser Ausstellung sag ich mal präzise exemplarisch argumentieren kann in der vorher musste man nicht nur erklären sondern man musste beweisen ja und die erste ist sozusagen der Appell kommt her und schaut's euch an und das sind diese unterschiedlichen sag ich mal tatsächlich bildungskulturellen Hintergründe die wir nie vergessen dürfen wenn wir gerade über dieses Haus sprechen weil es sich in der pädagogischen Arbeit in den Sammlungsschwerpunkten der Bibliothek ebenso widerspiegelt wie eben ganz konkret in der Ausstellung und in den Seminaren schweigstille ja wir haben vier Fragen noch eine spannende so wie ich das finde von Dr. Heberhard wenn hier auf 30 Jahre zurückgeblickt wird wie sieht denn die Ausstellung in 30 oder in 10 Jahren ihrer Meinung nach aus dann gibt es eine andere etwas längere Frage von Herr Köhler aus der Villa Tenhompel vielen Dank für deine wie immer gewinnbringenden und reflektierten Ausführungen meine Frage Partizipation und Transfer sind ja zwei fast schon Modebegriffe in unserem Metier in der Vermittlungsarbeit kann man diese ja sehr gut zum Ausgangspunkt von Konzepten machen wo siehst du aber Möglichkeiten jenseits von eher schlichten Dinge wie zum Beispiel Abstimmungsstationen diese Prinzipien in Installationen von Darstellungen einzubinden wo soll ich wiederholen ok wo siehst du Möglichkeiten neue Überlegungen in Installationen von Darstellungen einzubinden für für die Vermittlungsarbeit ja ist natürlich eine super Frage also ich kann es mir sehr einfach machen lieber Ebert und sagen mal in zehn Jahren steht die Ausstellung weil die historische Ausstellungen haben eine Halbjahrzeit von 13 Jahren im Haus also genau in zehn Jahren sind wir soweit dass Peter und ich hier wieder sitzen und sagen nee also die erste Ausstellung war ganz anders in 20 Jahren weiß ich nicht ich ich würde hoffen und da gehe ich jetzt auf auf die zweite Frage danke für das Lob ein dass das die Ausstellungen in dem Sinne wirklich partizipativer sind als dass die dass wir die moderne Technik dazu nutzen Dokumente und das sind sowohl fotografische Dokumente als auch bürokratisch auf papier gedruckte Dokumente tiefer analysieren und zwar so analysieren dass dieses tiefere analysieren nachvollzogen werden kann von allen Besucherinnen ich denke dass was Ruta gemacht hat in unserer Ausstellung diese Einleitung schreiben einfach mal Platz zu machen und sagen okay so geht es raus warum sieht es so aus wo kommt es an welche Beschriftung hat das genauso wie die Partizipationsstation welches Foto wird gemacht was wird nicht fotografiert all das und das für fast alle Objekte zu haben das heißt vielleicht auch dass wir weniger deutlich weniger Objekte ausstellen aber die Ausstellung Objekte die wir haben und das ist übrigens eine Forderung an alle Ausstellung dafür müssen wir ordentlich Objekt Biografien haben und eben auch wirklich tiefen Zugang die sozusagen miteinander zu sprechen bekommen also dieses Foto von dem Schandmarsch Norden natürlich korrelieren mit der Aussage einer der Frauen nach dem Krieg in ihrer Entschädigungsakte dass man das sofort aufrufen kann genauso wie das erste Benutzen dieser Fotos wann werden die überhaupt benutzt warum werden die abgebildeten Frauen nie gefragt also sowas das würde dann tiefer führen und ich glaube das wäre etwas was ich hier in diesem Hause sehen würde in zwölfeinhalb Jahren dann nicht in 20 und ja das setzt natürlich voraus dass wir als Gesellschaft und das sehe ich dass wir als Gesellschaft diese weiter an der Entwicklung dieser Häuser arbeiten und so Ressourcen da reinstecken auch das in der Tiefe zu zu sehen zu erforschen weil das was ich jetzt vorschlage ist etwas was was mit viel Forschungsleistung einhergeht halt ordentliche Objektbiografien für alles und dann ja Vertiefungsebenen für alles zu haben und das alles ist dann weniger und verknüpft Ja sehr gerne Also bei der zweiten Frage fühle ich mich im Augenblick gar nicht mal so sicher da irgendwie etwas noch dazu beitragen zu können aber bei der Frage wie stelle ich die Ausstellung in 30 Jahren aus würde ich mich jetzt mal zurücklehnen und würde sagen da bin ich tot deswegen darf ich jetzt ein bisschen darüber sozusagen philosophieren Ich glaube dass das Alleinstellungsmerkmal der Ausstellung sozusagen nach wie vor die Wannsee-Konferenz sein und bleiben wird erstens ich glaube dass die technischen Möglichkeiten dafür sorgen werden dass wir uns emanzipieren können sozusagen von der Anwesenheit in der Ausstellung um dann in einen anderen Raum zu gehen und ähnliches sondern es wird mit Virtual Reality und mit Augmented Reality zahllose Möglichkeiten geben sozusagen das Alleinstellungsmerkmal des Hauses immer zu umkreisen und ich glaube dass tatsächlich wir weiter daran arbeiten müssen wo sozusagen die Botschaft die die lange Botschaft dieses dieses Hauses worin die bestehen soll und ich glaube die wird sich immer wieder ergänzen und wird in Wellen sozusagen immer wieder dafür sorgen dass das eine ein bisschen stärker hervortritt als das andere also man kann sich sehr stark über die Bürokratie in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft angucken um anhand der Ausstellung zu zeigen wohin das führen kann ja man kann aber auch thematisieren dass dieses Bürokratisieren von Verwaltungsvorgängen und auch die Routine der Verwaltungsvorgänge letztendlich auf einem bein hatten Antisemitismus beruht dessen Ausfranzungen sozusagen bis heute munter weiterführen die man ja dann auch sozusagen aktuell im wahrsten Sinne das Wort das ja abrufen kann durch die modernen Medien ja binnen drei Minuten sind sie in einer dicken Runde von Antisemiten versammelt wenn sie das im Netz haben wollen geht das ja und also diese Dinge werden uns in Wellen sozusagen immer wieder oder werden immer wieder an das Haus herangetragen werden und es wird eine Herausforderung sein mit einer schnellen Reaktions- oder mit einer kurzen Reaktionszeit möglichst fundiert sozusagen auf jede Welle reagieren zu können und auch letztendlich im Mission Statement wenn man so will on the long run auch als diejenige internationale deutsche Organisation dazustehen die es sich geradezu zur Aufgabe macht so etwas auch genau nachzuverfolgen das soll jetzt nicht heißen dass das nicht andere Gedenkstätten auch tun können aber diese 90 Minuten und dieses Besprechungsthema ist ja sozusagen transnational ja also und pan-europäisch geht über Europa ja deutlich hinaus genau und das wird meiner Ansicht nach in den 30 Jahren an meinem 90. Geburtstag dann wahrscheinlich eher der Fall sein als dass wir uns darüber unterhalten ob man dieses und jenes in der Ausstellung vielleicht noch tiefer erschließt in der dritten und vierten und fünften virtuellen Erschließungsebene dann eben noch weiß wie die Mutter von Herrn Bernhard heißt der in Auschwitz an der Rampe fotografiert hat oder so das ist notwendiges Handwerk aber so wenn man das so also wenn man es mal groß aufzieht vor dem Hintergrund der letzten 30 Jahre würde ich mal meinen schauen die nächsten 30 so aus Fragen übernehmen aus dem Publikum haben wir noch Zeit dafür ich glaube die ist eine schöne Frage von Frau Gelis Ursula Gelis gibt es inzwischen Belege oder Geschichten über entstandene Freundschaften zwischen Mitarbeiterinnen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen wie mir selbst mit Überlebenden die die Ausstellung besuchten Ja ich ich habe es gibt ja diese wunderbare Aktion von Monika Sommerer 80 Zeit Dokumente in 80 Blogs zu veröffentlichen und ich habe dann Beitrag zu Willi Frohwein zur Erinnerung geschrieben weil der war sowas wie 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 mein Freund mit dem konnte ich auf jeden Fall über den Umstand reden dass er manche Kaninchen aus aus dem Sack zog in seinen Seinen also sozusagen natürlich auch ein bisschen geschauspielert hat als Zeitzeuge und das hat er mir offen gemacht also insofern das nehme ich als Zeichen seiner Freundschaft mir gegenüber aber ja das weiß ich von mir ich weiß es von mehreren anderen aber natürlich haben wir das große Problem dass die Zeitzeugen verstummen also das sind oft Geschichten der Vergangenheit liebe Ursula leider ja also dem ist jetzt kann ich jetzt weiter nichts hinzufügen das ist bei mir ganz ähnlich dass sich aus der Tätigkeit hier in der Wannsewille heraus ganz enge persönliche Beziehungen zu Überlebenden ergeben haben die mittlerweile gestorben sind wir erinnern ja es ist jetzt manchmal so dass ich manchmal bei Führungen dann darüber berichte also Zeitzeuge der Zeitzeugen was ich was ich ein sehr genantes etwas finde dass ich dann berichte derjenige habe das gesagt vor 20 Jahren das ist ja also um es mal ganz mal aus dem Eingemachten geplaudert ich glaube es ist 1994 94 gewesen dass ich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern hatte die mit mir eine Ausstellungsführung gemacht haben und dann nach oben in die Ausstellungen gehen sollten und ich habe ich glaube die kamen aus Hamburg ich habe dann erzählt dass die Hamburger Deportierten im Dezember 1941 nach dem Jungfernhof in der Nähe von Riga gekommen sind das war ein Lager was nicht mal umzäunt war das war also die reine Improvisation gewesen und dass eine bewegliche Postenkette aus lettischen Kollaboratoren so ganz weiträumig so ein Gelände abgesperrt haben ein verfallener Gutshof ist sozusagen die Unterkunft dieser Tausend gewesen und dann sagt so einer von den Hamburger Jungs so ganz selbstbewusst na ist doch ganz klar dass man da abhaut und dann steht eine ältere Dame die eigentlich immer sehr interessiert zugehört hat ja und sagt nee nee da hauen sie nicht ab ich war auf dem Jungfernhof und sie hauen schon deswegen nicht ab weil sie ihre Eltern und ihre Großeltern zurücklassen und die Jugendlichen standen da wie vom Donner gerührt und dann haben die sich eine dreiviertel Stunde lang nur über dieses Thema unterhalten und das sind so blitzlichtartige Begegnungen gewesen die dann auch eine gewisse Halbwertszeit hatten sage ich mal ja ich habe mich mit der Dame natürlich noch länger unterhalten weil mich dann der Jungfernhof so wahnsinnig interessiert hat und da ist dann schon eine Beziehung geblieben aber das verzeitlicht sich einfach durch das Sterben dieser Menschen die tatsächlich first hand Auskunft geben können genau hört man mich ja vielen vielen Dank wir könnten jetzt glaube ich noch ewig weitermachen das war sehr spannend aber wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause ich wollte nur sagen ja die Überlebenden es gibt nicht mehr viele aber in die Bibliothek kommen eben die Nachfahren der Überlebenden das sind immer ganz ganz wichtige und intensive Begegnungen von meinen Kolleginnen und mir und nach der ganzen Pandemiezeit wird es auch hoffentlich wieder kommen dass wir in direkten Kontakt gehen und auch sehr viele Kontakte behalten nach Israel nach in die USA also das möchte ich nur am Rande noch betonen so soweit dazu wir machen jetzt 15 Minuten Pause danach werden unsere digitalen Projekte vorgestellt die ich vorhin schon erwähnt habe vielen Dank Ja hallo genau herzlich willkommen zum Panel Digitalisierung und Gedenkstätten Pädagogik und wie sich das für ein Panel zur Digitalisierung gehört haben wir aufgrund von technischen Problemen etwas später anfangen müssen das kann ja vielleicht auch ein Thema werden für die anschließende Diskussion ich freue mich sehr dass wir drei Projekte vorstellen können die in Kooperation mit dem Haus entstanden sind oder die vom Haus selbst federführend betreut worden sind und im digitalen Raum stattfinden das ist einmal die virtuelle Anwendung des ZDFs zum neuen Film zur Wansi Konferenz die Dinesh Tschentschaner gleich vorstellen wird dass es einmal die Webseite an Unrecht erinnern die federführend von Ruth Preusser entwickelt worden ist die leider Erkrankung heute nicht dabei sein kann und dankenswerterweise ganz kurzfristig von Nora Manoukian vertreten wird aus der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain und last but not least ist das das hier am Haus angesiedelte und heute online gegangene Projekt Questioning Eichmanns Number in a European Project das ist Statistics and Catastrophe was vorgestellt werden wird von Flavia Citrinio und Christoph Kreuzmüller der ja schon bekannt ist von dem vorhergehenden Vortrag und von Antoni Zakschewski der uns aus Warschau per Zoom dazu geschaltet ist aber da wir ja bereits schon ein bisschen Zeit verloren haben möchte ich gleich mit der ersten Präsentation beginnen wir werden jeweils 10 Minuten Präsentation über die verschiedenen Projekte hören und anschließend werde ich mich dann mit den Präsentatorinnen und Präsentatoren über ihre Projekte unterhalten und über Digitalisierung und ihre Vor- und Nachteile im Allgemeinen und es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit für Nachfragen aus dem Publikum anschließend und das ist eine Besonderheit wird es die Möglichkeit geben in Breakout Sessions mit den Betreuern und Betreuerinnen aus den Projekten noch mal intensiver ins Gespräch zu kommen das heißt also wenn es ganz spezifische Fragen gibt zur virtuellen Präsentation zum Beispiel des ZDF oder zu Statistics and Catastrophe dann können die später noch in den Breakout Sessions gestellt werden und zu Unrecht erinnern natürlich auch als erstes freue ich mich aber sehr dass ich Dinesh ist Bauingenieurin und das ist erstmal überraschend aber sie arbeitet seit 1994 vor allem in den Medien wenn ich das richtig gesehen habe zunächst beim hessischen Rundfunk wo sie ab 1999 online verantwortliche war und dann von 2000 bis 2005 bis 2009 Entschuldigung neue Fernsehformate entwickelt hat seit 2009 ist Dinesh Tschentschaner beim zweiten deutschen Fernsehen wo sie 2011 Redaktionsleiterin der für den Grimme-Preis nominierten Sendung der Marker war von 2013 bis 2017 war sie für Dreisat und ZDF Kultur verantwortlich im Januar 2018 gründete das ZDF die Stabsstelle neue digitale Kulturpartnerschaften und die Aufgabe war gemeinsame Projekte zwischen externen Partnern aus dem Kulturbereich und dem ZDF zu organisieren die heißt seit 2020 digitale Partnerschaften und ja diese Kooperation mit gesellschaftlich wirkenden Institutionen ich hoffe wir sind das aus dem Bereich Bildung Wissenschaft und Geschichte kann man eben auch anhand dieser virtuellen Präsentation sehen ich freue mich sehr dass Dinesh Tschentschaner hier ist und übergebe ihr somit das Wort Vielen herzlichen Dank Jakob Müller vielen Dank für die freundlichen Worte danke auch für die Einladung und ich würde Ihnen jetzt gerne in den nächsten zehn Minuten das Projekt was wir gemeinsam in enger Kooperation mit dem Haus der Gedenkstätte entwickelt und kuratiert haben vorstellen es ist in dieser Form tatsächlich eine sehr neue Form der Zusammenarbeit die wir hier umgesetzt haben und ich würde Ihnen jetzt die Anwendung einfach mal so erstmal in allgemeinen Wort vorstellen diese Web-VR Anwendung trägt den Obertitel ZDF Entdeckungstour Haus der Wahnseekonferenz und ist ein Teil in dem Themenschwerpunkt zum 80. Jahrestag den das ZDF produziert hat neben dem Fernsehfilm es gibt eine Dokumentation in Langformat es gibt kürzere Dokumentationseinheiten und auch Mittel die im Unterricht eingesetzt werden können und diese Web-VR Anwendung ergänzt diesen Themenschwerpunkt und soll insbesondere sich auch für den Einsatz im Unterricht eignen und wird deshalb auch über das Bildungsangebot des ZDF das die Namen TerraExpress Schule trägt auch gefunden werden Das Online-Modul selber bietet den Nutzerinnen und Nutzern innerhalb der Mediathek die Möglichkeit eines virtuellen Besuchs der historischen Villa Grundlage für das kuratorische Konzept bilden zum einen die Exponate und Vermittlungsstrategien der Gedenk- und Bildungsstätte aber auch Video-Ausschnitte aus den Produktionen die das ZDF zu diesem Jahrestag zu diesem zu diesem Thema auch produziert hat Eine Besonderheit an dieser Web-WR-Anwendung auch für uns in der Weiterentwicklung ist, dass es einen Moderator gibt eine Art Host der durch diese Anwendung führt und das würde ich Ihnen jetzt gerne einfach mal kurz zeigen wie die quasi Startseite dieser Web-Anwendung aussieht und Mirko Drotschmann wird Ihnen gleich selbst erzählen wie diese Anwendung funktioniert und was zu sehen ist noch ein kurzer Hinweis Videos ruckeln in Zoom in der Anwendung selber ruckeln sie nicht deswegen wundern sie sich nicht falls es ein bisschen stockt das jetzt hier Multitasking in Reinstform weil ich bin sozusagen Präsentatorin und Freigebende in einem und Sie müssen jetzt das im Folgenden sehen Herzlich willkommen zu einem virtuellen Besuch der Gedenk- und Bildungsstätte Hauswehr Wannsee Konferenz in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin eine ehemalige Fabrikanten die damals als Gästehaus für Polizei und SS genutzt wurde kamen am 20. Januar 1942 hochrangige Vertreter des Nationalsozialistischen Staates aus Polizei und SS der NSDAP und verschiedenen Ministerien zusammen um die Umsetzung der europaweiten Deportationen und den Mord an 11 Millionen Jüdinnen und Juden zu besprechen Um zu verstehen welche Bedeutung die Besprechung die später als Wannsee Konferenz in die Geschichte einging für die Verfolgung und den Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden hatte ist es ganz wichtig zu betrachten welche Ausgrenzungs- und Verfolgungsmaßnahmen es bis zu diesen Treffen gab und wie sie sich danach entwickelten wie war die Situation und das Leben der Jüdinnen davor wie wurde das im Protokoll der Wannsee Konferenz festgehaltene anschließend konkret umgesetzt wie verhielt sich die deutsche Gesellschaft angesichts der überall sichtbaren Ausgrenzung und Verfolgung der Jüdinnen und Juden und wie wirkt das Geschehene nach 1945 bis heute fort Antworten finden sich in fünf verschiedenen virtuellen Themen in Dokumenten Fotos Videos Berichten der von der Verfolgung Betroffenen und Einordnungen von Historikern Ja, Mirko hat das schon sehr gut beschrieben es gibt fünf Räume in dieser Anwendung drei davon sind virtuell zwei davon sind die fotogrammetrische Erfassung der historischen Räume vor allem des Konferenzraums die Grundidee ist dabei dass jedem Raum ein Oberthema gegeben wird der die Zeitspanne dreht sich darum dass auch die Zeit davor und danach auch mit beschrieben wird das Besondere ist hier die Idee dass man diese gerade die historischen Räume begehen kann auch wenn man jetzt selber nicht zur Gedenkstätte fahren kann aber es ist kein Ersatz es ist ein Komplementär und wir haben hier auch Mittel eingesetzt wie jetzt auch Mirko quasi in dieser Moderations Rolle aber auch Video Inhalte die man dann in diesen historischen Räumen auch abrufen kann ich würde als erstes Beispiel mal einen virtuellen Raum zeigen Es dauert immer einen Moment weil ich muss hier zwischen den Bildschirmen hin und her schalten ich hoffe sie sehen mir diese kleinen Klick Pausen nach Das hier ist jetzt ein virtueller Raum und man sieht auch Mirko steht in diesem Raum und wenn man auf Clay drückt das sieht man hier unten auf dem Boden leitet er quasi ein in diesen Raum wichtig war uns wenn diese Anwendung zum Beispiel im Unterricht eingesetzt werden dass dann auch die Lehrenden die Möglichkeit haben hier sozusagen auch nochmal über eine andere Person also einen Moderator in diese Thematik einführen zu lassen Ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel zeigen wie man sich in diesem Raum bewegt man geht eigentlich mit der Maus diese Pfeil auf dem Boden sind so Springpunkte aber ich habe hier zum Beispiel ein historisches Dokument was von der Bedenkstätte kommt das ist ein Audio 14. Oktober die Gestapo ist schon in der Stadt 15. Oktober die Plünderungen halten an das jetzt nur als Beispiel ich habe den Text dazu aber ich habe auch in dieser Anwendung auch einen Ausschnitt jetzt hier zum Beispiel aus der Doku ich würde es kurz anspielen es wird ruckeln Die Besprechung beginnt mit Heidrichs Rückblick auf die es im Protokoll heißt Säuberung von Juden auf legale Weise was das heißt zeigt das Schicksal einer Familie aus Hier sieht man einen Ausschnitt aus der Dokumentation es gibt verschiedene andere Inhalte auf die man klicken kann und kann man sich diese einzelnen Sachen angucken Wichtig war uns vor allem dass in dieser Anwendung auch gezeigt wird dass die Perspektive der Opfer sehr viel weiter im Vordergrund steht und wir haben uns da sehr eng an das kuratorische Konzept der Gedenkstätte gehalten Der nächste Raum den ich zeigen möchte ist da bin ich gespannt wie Sie darauf reagieren weil Sie sitzen ja quasi vor Ort ist tatsächlich der historische Konferenz Raum der jetzt hier so aussieht wir haben tatsächlich versucht auch das sehen Sie im Hintergrund auch dieses Gefühl zu vermitteln dass man durch die Fenster ins Freie blicken kann dass man tatsächlich die Anmutung hat dass es sich auch um einen echten Raum handelt im Gegensatz zu den virtuellen Räumen wir haben ihn tatsächlich neu eingerichtet neu modiert es gibt hier vor allem zum einen ist diese Tage wichtig das sind die Biografien der Teilnehmer der Besprechung auch flankiert mit Ausschnitten aus der Dokumentation man kann sich hier quasi durchklicken durch die verschiedenen Bilder und es gibt Ausschnitte aus dem Film die aber auch kombiniert werden mit Ausschnitten aus der Dokumentation das heißt ich kann diese Anwendung immer Stück für Stück mir in meinem eigenen Tempo und auch mit meinen eigenen Fragestellungen besuchen tatsächlich ist eine der Kernideen hinter dieser Anwendung dass sich die Nutzerinnen und Nutzer selbstbestimmt also Ort und Zeit souverän durch diese Anwendung bewegen können sie sind mit dem Thema sehr vertraut die Nutzerinnen und Nutzer sind mit vielen Themen die in diesem gezeigt werden auch überfordert und auch sehr angestrengt und deswegen war es wichtig hier auch zu sagen wenn ich nicht die sehr klare Abgrenzung in Zeiteinheit wie bei der Dokumentation habe dass ich hier auch Pause machen kann und wieder anfangen kann und vor allem sollte es einen Zugang auch für Jüngere bieten deswegen auch ganz bewusst ein Moderator der Protschmann und der zeitgeschichtlichen Themen auch im ZDF steht der auch vor allem für Jüngere Zuschauende eine kompetente Person ist und es ist vor allem auch wichtig dass diese selbstbestimmte Exploration auch die Chance bietet dass man diese historischen Fakten auch wieder begreift können unsere Hoffnung ist natürlich dass diese Anwendung auch im Unterricht Einsatz findet es gibt verschiedene andere Materialien die das ZDF auch ermöglicht also zur Verfügung stellt um diesen Unterricht möglich zu machen und wir hoffen auch dass wir vor allem Jüngere damit erreichen an dieser Stelle möchte ich mich auch sehr herzlich auf den Rahmen die außerordentlich gute und neue Form der Zusammenarbeit bedanken und auch dass die Gedenkstätte mutig war mit uns dahin zu führen das war es jetzt erstmal von meiner Seite Ja vielen Dank Dinesh Tschentschana wir haben gesehen dass ihr in der virtuellen Anwendung um mal an den letzten an das letzte Gespräch anzuknüpfen auf den Tisch verzichtet habt das ist doch schon mal bemerkenswert auf jeden Fall ich möchte jetzt gar nicht so viel Worte hier verlieren wir gehen ja nachher dann mit allen drei ins Gespräch oder fünf und möchte erstmal die nächste Referentin vorstellen Nora Manoukian bei der ich mich noch mal sehr bedanken möchte dass sie so kurzfristig für Ruth Preuße eingesprungen ist sie ist Historikerin und Referentin für Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain die zur Stiftung Sächsische Gedenkstätten gehört Wer die Gedenkstätte nicht kennt sie erinnert an ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager in dem 25.000 zumeist sowjetische Kriegsgefangene vor allem an Mangelernährung starben Zeithain das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen das liegt im ländlichen Raum in Nordsachsen zwischen Dresden und Leipzig Nora Manukian ist bereits seit langem in der konzeptionellen und praktischen historisch-politischen Bildungsarbeit unterwegs sie hat unter anderem für die Gedenkstätte Pirna Sonnenstein gearbeitet eine Gedenkstätte die an den Mord von Insassen von Psychiatrieeinrichtungen erinnert und sie hat auch für das Militärhistorische Museum in Dresden gearbeitet und war Projektkoordinatorin im sächsischen Kultusministerium und bei den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden Schwerpunkt ihrer Forschungsarbeit und das finde ich besonders interessant ist die strafrechtliche Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der DDR wie gesagt ich freue mich sehr dass sie so kurzfristig zugesagt haben und bin gespannt auf die Präsentation der Webseite Unrecht erinnern die jetzt folgen wird Ja vielen Dank für die freundliche Vorstellung nochmal an Sie Herr Müller ich grüße Sie aus Zeithain in Sachsen hier aus der Gedenkstätte und bitte sehen Sie mir es nach dass ich jetzt aufgrund der kurzen Anfrage gestern jetzt keine Präsentation vorbereiten konnte sondern Ihnen die Online Ausstellung um die es hier heute geht anhand der Webseite ganz praktisch vorstellen werde und dazu auch meinen Bildschirm jetzt hoffe ich schnell teilen zu können und dass Sie mir alle auf die Webseite folgen können Das Projekt Unrecht erinnern startete 2018 am Haus der Wannsee Konferenz initiiert von der dottigen Mitarbeiterin Ruth Preußel die eben heute leider krankheitsbedingt verhindert ist und das Projekt natürlich ihr Projekt auch gerne selber hier vorgestellt hätte das Projekt startete mit einer sehr umfangreichen Förderung durch die Stiftung Erinnerung Verantwortung und Zukunft und ein wichtiger und für die Förderung natürlich auch notwendiger Partner war die Institution die international agierende Institution in Russland Memorial International Moskau Ihnen sicherlich allen ganz aktuell ein Begriff der Verein gerade durch die russischen Behörden ja zwangs aufgelöst wurden und das ja gerade in unserem Kontext Arbeitskontext für viel Aufsehen gesorgt hat die Ausstellung ist während der Pandemie fertig geworden also 2018 startete das Projekt während der Pandemie ist sie fertig geworden und konnte deshalb in der Gedenkstätte Haus der Wannsee Konferenz bisher auch gar noch nicht groß vorgestellt werden so dass das eigentlich heute die Möglichkeit für Ruth Preußel war dieses Projekt in einem größeren Raum und vor einem größeren Publikum vorzustellen Mitte 2020 ging die Ausstellung dann so die Webseite die Sie hier sehen dann ans Netz beziehungsweise online es handelt sich bei der Ausstellung um eine zweisprachige das ist ganz wichtig Sie sehen oben rechts die Anzeige oder den Link zur russischen Version also eine deutsch-russische Online-Ausstellung die sich vor allem an Jugendliche wendet das werden Sie in der weiteren Vorstellung auch sehen die ganze Form Ästhetik Ansprache das Wording ist so gewählt dass Schüler und Schülerinnen Jugendliche Interessierte sich mit diesem Thema befassen können und nicht durch Fremdwörter durch zu viel Vokabular was sie nicht verstehen und kennen abgeschreckt werden thematisch umreist die Ausstellung die Verbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg aber sie geht deutlich weiter als 1945 sie behandelt auch die Repression mit denen zurückgekehrte sowjetische Kriegsgefangene beziehungsweise deren Angehörige dann in der Nachkriegszeit in ihrer Heimat in der Sowjetunion umgehen mussten leben mussten und sie zeigt auch die Erinnerungskultur im geteilten Deutschland zunächst also in der alten Bundesrepublik genauso wie in der DDR und beschäftigt sich auch mit der Erinnerung in der Post Sowjetunion die Gedenkstätte Ehrenheim Zeithain also mein Arbeitsort von dem aus ich jetzt hier spreche war einer von vielen und mehreren Partnern bei der Erstellung dieser Online Ausstellung Partner bedeutet in diesem Zusammenhang die Gedenkstätte war ein Unterstützer der zum einen die Ausstellung mit Inhalten die Sie gleich sehen werden befüllte und zum anderen aber auch gut Preuße beraten zur Seite stand das Thema sowjetische Kriegsgefangene war jetzt kein Forschungsthema bisher vom Haus der Wannsee Konferenz die zweite Perspektive aus der ich dann sprechen werde ist weniger die Entstehung das werde ich dann aber eher in der Breakout Session tun sondern meine Perspektive der Nutzung ich nutze als Mitarbeiterin einer die Ausstellung sehr oft und sehr viel im Vermittlung Kontext und dazu wie gesagt möchte ich dann einiges in der Breakout Session sagen für einen Einblick was konkret und mit welchen Formen und welcher Ansprache die Ausstellung arbeitet möchte ich Ihnen den Einführungsfilm zeigen der sowohl die inhaltlichen Fakten zeigt und wie gesagt eben auch die besondere Ästhetik und Grafik die die ganze Website durchzieht mit einbezieht Ich würde die Technik bitten den Film nun abzuspielen Am 22. Juni 1941 überfiel Deutschland die Sowjetunion Stalin und die Rote Armee waren darauf nicht vorbereitet schließlich hatten die beiden Länder erst zwei Jahre vorher einen Nicht Angriffspakt geschlossen Doch für die Nazis waren Slaven Untermenschen Sie sollten für die angeblich wertvolleren Deutschen Platz machen und höchstens als Zwangsarbeiter dienen Die Wehrmacht gab für diesen Krieg die Befehle Es kam zu schrecklichen Kriegsverbrechen Wehrmacht und Einheiten der SS brannten ganze Dörfer nieder Sie ermordeten systematisch vermeintliche Partisanen Darunter vor allem die jüdische Bevölkerung und sie verschleppten Millionen Menschen zur Zwangsarbeit Auch die Behandlung der Kriegsgefangenen wurde der rassistischen Weltanschauung der Nazis untergeordnet Politische Kommissare und jüdische Soldaten wurden im ersten Kriegsjahr unmittelbar nach der Gefangennahme aussortiert und erschossen Die anderen bekamen kaum zu Essen Das Eingesparte sollten die eigenen Soldaten und die deutsche Bevölkerung bekommen In den ersten Monaten des Krieges schien der deutsche Vormarsch nicht zu stoppen Millionen Rotarmisten gerieten in deutsche Gefangenschaft Darunter auch tausende Frauen die sich freiwillig gemeldet hatten Ein Massensterben begann Die Menschen verhungerten unter freiem Himmel Wer die ersten Monate in den provisorischen Lagern in den besetzten Gebieten überlebte wurde zur Zwangsarbeit eingesetzt Hunderttausende brachte man dafür nach Deutschland Im ganzen Land waren sogenannte Stalaks gebaut worden von wo aus die Gefangenen auf Arbeitskommandos weiterverteilt wurden Auch dort bekamen die sowjetischen Soldaten weniger und schlechteres Essen als Gefangene anderer Nationalitäten Zwischen 1941 und 1945 starben etwa 3,3 Millionen sowjetischer Soldaten in deutscher Gefangenschaft Die Sterberate lag damit bei fast 60 Prozent Das Kriegsende bedeutete für die Überlebenden keine Erlösung Sie wussten dass sie in ihrer Heimat bestraft werden konnten denn Stalin hatte bei Kriegsbeginn erklärt dass jeder der sich gefangen nehmen lässt ein Verräter ist Sogar ihre Familien waren betroffen sie galten als Volksfeinde Die Rückkehrer wurden vom sowjetischen Geheimdienst dem NKWD in einem Filtrationslager überprüft Einige wurden zu Arbeitslager verurteilt andere mussten noch länger in der Armee dienen Wer nach Hause entlassen wurde hatte es schwer bei der Arbeits- und Wohnungssuche und bekam keine Vergünstigungen wie die anderen Kriegsteilnehmer Erst nach dem Ende der Sowjetunion unter Präsident Jelzin wurden Kriegsgefangene vollständig rehabilitiert An diese Opfer des Nationalsozialismus wird bis heute kaum erinnert Während des Kalten Krieges wurde das Thema in beiden deutschen Staaten totgeschwiegen Erst 2015 erkannte der Bundestag die Haftbedingungen sowjetischer Kriegsgefangene als Verbrechen an Doch weiterhin wollen viele Deutsche die Verantwortung der Wehrmacht nicht wahrhaben Und in Russland spricht man offiziell lieber von der siegreichen Roten Armee die Europa vom Faschismus befreit hat als von den Verbrechen an den eigenen Leuten Doch in den betroffenen Familien ist dieses Unrecht bis heute nicht vergessen Von WDR Ja, nach dem Einführungsfilm, Sie haben den gesehen, der sehr dicht ist an Informationen. Es werden unterschiedliche Perspektiven und inhaltliche Dimensionen angeteasert, die sich dann in der weiteren Ausstellung vertiefen, mit der man sich dann vertiefend beschäftigen kann. Die Ausstellung hat drei Zugangsebenen. Das sind zum einen unterschiedliche Orte, die Sie hier sehen. Und das ist auch das Besondere der Ausstellung, dass diese Worte weiter wachsen, dass es eine dynamische Ausstellung ist, also anders, als wenn es eine echte Ausstellung wäre, die man vor Ort besichtigen könnte, hat jetzt hier die Möglichkeit in der virtuellen Ausstellung, dass hier noch weitere Orte folgen können und auch folgen werden. Die zweite Zugangsebene sind Themen, wo Begriffe und Hintergründe hinter diesen unterschiedlichen Reitern erläutert werden. Und dann Kernstück und auch für die Zusammenarbeit mit Memorial sehr wichtig und Kernstück der Ausstellung sind die unterschiedlichen biografischen oder Biografien, die Sie hier sehen können und die man hier vertiefend anklicken und besuchen kann. Gut, Preuze war es wichtig, dass auch weibliche Gefangene, das war auch eine Besonderheit der sowjetischen Kriegsgefangenen, dass es sehr viele weibliche und Amistinnen gab, die in Gefangenschaft geraten sind. Und auch hier, die sollten auch mit berücksichtigt werden. Und Sie sehen hier an Olga Golovina und, jetzt muss ich kurz kurz kurz, Antonia Trofimova, dass das auch gelungen ist. Die vier dieser Interviews sind von Memorial beigesteuert worden. Memorial hat diese Interviews gesammelt für ihre eigenen Forschungen in Bezug zur stalinistischen Verfolgung in der Sowjetunion, so dass all diese Interviews von überlebenden Kriegsgefangenen, zurückgekehrten Kriegsgefangenen stammen, die auch eben diese Perspektive mit beinhalten. Also nicht nur bis 1945, sondern auch deren Leben nach 1945, möglicherweise deren Verfolgung nach 1945 in der Sowjetunion mit beinhalten. Eine weitere Besonderheit, die die Webseite hat, verbirgt sich dann hinter diesem Link und Reiter macht mit. Das ist dann der aktivierende Teil der Ausstellung. Zum einen gibt es hier die Möglichkeit, Schülern und Schülerinnen, aber auch anderen Teilnehmern und Gruppen eigene Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit an historischen Orten, an Spuren, die sie in ihrer Heimat finden, hier einzustellen. Das habe ich auch schon mit Schülern und Schülerinnen genutzt, dieses Portal. Und es gibt Unterrichtsentwürfe unter drei Themen. Zum einen, Sie sehen das hier, Lerneinheit Biografien, Überleben, Lerneinheit Orten, das ist das Thema Erinnerungskultur, Gedenken. Und dann zum letzten unter Themen, das Thema Täterschaft, also diese drei Themen, Erinnerungskultur, Biografien und Täterschaft für Lehrer fragen. Fragen, Unterrichtsentwürfe, mit denen Lehrer und Lehrerinnen beziehungsweise andere Multiplikatoren mit Jugendlichen arbeiten können. Vielleicht soweit zur Vorstellung der Webseite, sehr viel mehr auf Praktisches und Erfahrungen in der Bildungsarbeit, dann in der Krieg-Frau-Session. Vielen Dank. Okay. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Vielen Dank. 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 Anna Arendt. Anna Arendt once said in the wonderful essay, We Refugees, I speak of unpopular facts, and I do not even dispose of the sole argument which impress modern people, figures. Figures do impress us, and page number six does impress us. If you look at it, though, as an icon, you won't see a lot. We have to analyze it, and that's what we wanted to do. Who made the list? Okay. Eichmann made the list. How did he do it? Why isn't the list on a strict alphabetical order? What does A mean? What does B mean? Why is Serbia in B, even though it ought to be in A? Why is Alza Mosul not missing? They could have been labored as free of Jews already, that territory. Instead, Estonia is labored free of Jews. Is that true? Or is it a fact? Or is it false fact? And that's the question we asked. So, as Christophe just mentioned, there is a lot of questions that are raised when one looks at this list, and this is why we tried to structure our project around deconstructing the numbers, and the statistics that were used to prepare the list, then later on became page six of the protocol of the WANSE conference. And trying to do that, we had three educational goals in mind. The first one is to show that numbers are not just numbers, and that it's important to look at them carefully and deconstruct where they come from and what they actually mean, who they include. The other goal was to stop the representation of European Jews as numbers, which is something that maybe it's not that easy to do, looking just at page six and portray them as human beings. This is something that you can find on the website as the so-called biography buttons that my colleague Tony will talk about later. And the other very important goal we had in mind was not representing the Nazis, the perpetrators, as working only on an accuracy basis, but also making mistakes, and not only, you know, this perfect order-loving Nazis that sometimes is portrayed on in different kinds of cultural mediums. And this is why we call the project Statistic and Catastrophe, Questioning Eichmann Numbers. With all these goals in mind, we also had to try to adapt the project to a graphic outset, and this is reflected, the educational goals I just mentioned, it's reflected also in our graphical choices. The graphic bureau with whom we worked together, Superscript from Warschau as well, supported us in trying to present the page six, the famous list of the protocol of the WANSE conference in a different graphical way, where we tried to break the order that was set for page six, and then translate it onto a map. And we hope that this will help us reach better our target groups. Okay. So on behalf of the ENRS, I would like to thank House of the WANSE conference for the fruitful cooperation, and on the more personal level, I would like to thank Flavia and Christop also for their cooperation, which was perfect. So our project is dedicated to the visitors in the House of the WANSE conference, not only individual, but also participants of the workshops and seminars. It is also dedicated to the internet audience and the people, of course, who cannot travel to WANSE during pandemics, especially students and teachers who would like to deepen their knowledge about WANSE conference. We also hope that scholars dealing with the topic of Holocaust will find something more detailed and interesting in our approach to these topics and the presented historical sources. All of these target groups might have a slightly different point of view, but I think we've managed to find a common ground for all of them. And the infographic will be a support in the education process. Statistics and Catastrophe website is part of the ENRS project called High Story Lessons. It is a web-based educational platform aimed at innovative approach to teaching and learning about the complicated history of the 20th century Europe. I would like to invite you also to the website and where you can find other infographics, animations, and also lesson scenarios. But first, let's move to January 1942, and we are going to present you the introduction to our website without the comments. Okay, so I will now try to share the screen. So I will now try to share喝. ...sharing. Okay. Okay. . accommodated Yeah. mist intel session English Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, so here is the starting point of our website, a map which shows the situation in January 1942, according to Adolf Eichmann. As you can see in the animation, the names of the territories are taken directly from page 6 of the protocol. The map is divided into two colors, and part A and part B, as you can see here in the legend. The map is, as you can see, interactive, and you can click on any country and read the short description about the territory. So here is the name, translation, the part of the list, and the number of choose according to Eichmann. Another very important thing are case studies, and here you can see much more detailed description about the case studies, which we are going to discuss later in the breakout rooms. Also, if you click on the case studies, you can see different historical sources, for example, a report by American Joint Distribution Committee, or of course, the WANZE protocol with the highlights of the territory. Another very important thing, which Flavia mentioned earlier, are the biographies, because one of our messages is that each number represents a human being. So here we have that this is the one of 11 million. So here is the short biography, and here are the photos of the documents issued usually by the perpetrators, and I say usually because this this one here is forged identity card, which we also find very interesting. After clicking on the icon of the WANZEWILLA, you can read more about the whole conference, you can see our icon, as Christoph mentioned earlier, and also you can highlight it and make it bigger and see the details of the list. The last thing that I would like to mention is the about where you can read more about the project, about organizers, and about our sponsors and authors, and contact if you have find any mistakes, but I hope there is not so much. Thank you very much for the possibility to present the project, and we are looking forward to the discussion. Thank you very much, Antoni Zakschewski, for this presentation. And now I would like to thank all the participants in a discussion, and first of all I would like to ask Dinesh Chenchana, if she is still there, if she is still there, I see her, wunderbar. Dinesh Chenchana, im Vortrag hast du erwähnt, dass ihr euch einen Einsatz im Unterricht vorgestellt habt, also ihr habt vor allem ein jungeres Publikum im Blick, und wie soll so ein Einsatz im Unterricht aussehen, wie habt ihr euch das vorgestellt? Die Idee dabei ist, dass wenn man jetzt die Unterrichtsstruktur sich genauer anguckt, gibt es drei unterschiedliche Phasen in diesem Unterrichtszusammenhang, also wie steigt man in ein Thema ein, wie werden dann die unterschiedlichen Arbeitsaufträge dann auch erteilt und wie können die Schülerinnen und Schüler dann sozusagen eintauchen. Das sind jetzt Dinge, die wir im Gespräch mit Lehrenden erfahren haben, weil wir sind ja keine Didaktiker, wir sind Journalisten und Journalisten, also letztlich auch FernsehmacherInnen, und wir mussten uns an diese Struktur eines Unterrichtsforments auch erstmal gedanklich hineinfinden, und hier geht es darum, dass in der ersten Phase eines Unterrichts also das Einsteigen in ein Thema das grundsätzliche erste befassen, damit hier eine wichtige Rolle spielt. Deswegen gehen wir auch in eine bestimmte inhaltliche Tiefe auch nur rein, deswegen auch diese Moderation von Dr. Brotschmann, die in das Thema letztlich einführen. Man kann sich auch vorstellen, dass ein Lehrender, der sich mit diesen mit diesen ganzen zeitlichen historischen verschiedenen Ereignissen auch beschäftigt, auch sagt, heute gehen wir in einen Raum, deswegen haben wir das auch in verschiedene Räume sortiert und sagen, heute befassen wir uns mit diesem Oberthema oder mit diesem speziellen Zugang. Hier hilft tatsächlich auch dieses Selbstbestimmte, also dass man sagt, ich springe zu einem bestimmten Punkt, befasse mich damit, schaue das entweder zusammen in der Klasse an, oder ich gebe das quasi als Hausaufgabe an. Und das beschäftigt sich alles in allem mit der ersten großen Phase im Anlieferungsgeschehen. Ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein Eindruck, ganz interessant, dass ihr also auch mit Lehrinnen und Lehrern zusammengearbeitet habt. Meine nächste Frage an Nora Manukian geht in eine ganz ähnliche Richtung. Du hast ja berichtet, dass ihr die Präsentation in Zeithain bereits mit Gruppen eingesetzt habt. Jetzt vor allem in der Pandemie waren ja häufig dann persönliche Besuche auch nicht mehr möglich. Und eure Website ist ja die einzige, die jetzt schon länger online ist, weil Statistics and Catastrophes ist gerade online gegangen, genauso wie die virtuelle Präsentation vom ZDF. Wie sind bisher die Reaktionen auf unrecht-erinnern.info? Also was mir Ruth Preuze, bei der natürlich die Reaktionen zuerst einlaufen, jetzt auch die Online-Ausstellung übermittelt hat, ist, dass es vor allen Dingen im letzten Jahr, als in Brandenburg und Berlin der Angriff auf die Sowjetunion Prüfungsthema der Abiturprüfungen im Fachgeschichte waren, die Lehrer und Lehrerinnen das sehr intensiv und auch für ihre Schüler empfohlen haben, genutzt haben als Vorbereitungstool. eben gerade auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Klar, es war komplementär zu den einzelnen Gedenkorten geplant, aber es diente, so muss ich auch in meiner Arbeit ganz deutlich sagen, eben auch die Ausstellung mir als eine Ersatzmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen, die eben nicht die Gedenkstätte besuchen konnten, sondern ich dann eben mit ihnen gemeinsam diese Ausstellung erarbeiten konnte. Dann natürlich auch unter dem Fokus des Ortes Zeithain diesen Ort vorstellte, überhaupt die Möglichkeit hatte, diesen Ort so vorzustellen in so einer gut aufbereiteten Art und Weise. Also Reaktionen gerade eben in Bezug auf die Prüfungen und Reaktionen jetzt von Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr positiv auf dieser Zeit. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an euch drei, also an Antoni, an Christoph und an Flavia. Und eure Website beschäftigt sich ja mit einem einzigen Dokument. Das unterscheidet sie auch von den beiden anderen. Das macht sie auch so ungewöhnlich. Und meine Frage ist dann so ein bisschen, warum soll man sich damit beschäftigen? Was sagen uns denn diese Zahlenkolonnen über die Täter? Was sagen die uns über die Opfer? Das funktioniert, so hoffen wir. Wir konnten es ja noch nicht ausprobieren. Wir hatten noch sehr wenig Zeit, das zu entwickeln. Es funktioniert, glaube ich, auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist tatsächlich, dass es dieses gängige Stereotyp wissenschaftliche Arbeit der Täterinnen, die Nazis sind akkurat. Es wurde in der Tagung sehr oft gesagt, dass es das einfach aushebelt. Und das zweite ist, dass das Beschäftigung mit der Liste eben auch die Frage stellt, was ist daran antisemitisch oder was ist daran rassistisch? Und unsere Antwort ist, dass das Erfassen von Menschen auf einer antisemitisch-rassistischen Grundlage ist, mit der Absicht, sie zu ermorden, ist das schon. Und darum stellen wir da einige Menschen in den Grund, die erfasst worden sind. Wir arbeiten da ganz bewusst mit Dokumenten, die im Rahmen der Erfassung dieser Menschen ausgeteilt worden sind. Also es sind immer Personalpapiere. Also in Niederlande der Personsbeweis, der wirklich ausgeteilt wird im Rahmen dieser Erfassung. Ja, vielen Dank. Und ihr habt das ja in Kooperation mit einigen Partnern gemacht, also unter anderem eben mit dem European Network, Remembrance und Solidarity. Waren noch andere Partner beteiligt? Also INRS und vor allem Toni waren unsere Hauptpartner. Die andere große Partner waren natürlich die Grafiker, Superscript, die auch in Warschau angesiedelt sind. Aber wir haben sehr viele andere Partner gehabt, mit denen wir die Texte zusammen geschrieben haben und auch die Forschung erarbeitet haben. Darunter auch Tal Bruttmann, Elisabeth Kant und auch eine großartige Historikerin aus Polen auch, Alexandra Bankowska. Super. Vielen Dank. Meine nächste Frage, die dreht sich so ein bisschen um die Frage zwischen Fiktion und historischen Quellen. Das war ja eine Frage, die Astrid Messerschmidt in ihrem Vortrag gestern aufgeworfen hat. Ob, wann sie nicht in den Ort ist, wo die Möglichkeit besteht, die Besucherinnen und Besucher auch mit Abstraktionen zu konfrontieren, anstelle eben von Remakes mit Authentizität versprechen. Jetzt würde meine Frage an Dine Tschentschaner gehen. Ihr mischt ja in eurer virtuellen Realität Ausschnitte aus dem Film mit Exponaten aus der Ausstellung. Also das heißt also fiktionale Elemente und historische Quellen. Habt ihr das beim Arbeiten der Ausstellung reflektiert? Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir haben das auch schon sehr früh auch schon diskutiert, überlegt, weil natürlich eine fiktionale Befassung oder ich sage mal bewegt wird insgesamt immer sehr schnell einen Behauptungsraum aufmacht. Ich träge das auch, wenn ich das zeige. Es ist ja eine Grunddiskussion, die in filmischer und Fernsehbefassung von historischen Prozessen ja schon immer ein Thema ist. Auch dieses Reenactment, wie weit kann ich gehen, wie sehr prägt auch das, was ich da zeige, natürlich auch nur sozusagen in so einem Interdependenz- und Moment auch das, was ich da aufnehme. Wir haben uns hier tatsächlich dazu entschieden, das zu kombinieren, weil wir auch sehen, dass gerade das filmische Erzählen für die jüngere Generation unglaublich wichtig ist. Video ist ein so wichtiger Bestandteil des Erzählens und deswegen ist hier der Mix sozusagen zwischen einem Ausschnitt aus dem Film, der ja wie ein Kammerspiel ist, und auch hier schon sozusagen die Räume ja auch nochmal anders inszeniert mit dem Oberbegriff, so hätte es gewesen sein können. Hör mal auf, wir wissen nicht, wie es genau war, weil es gibt nur diese Seiten von dem Protokoll. Und das Zweite ist, das zu kombinieren auch mit dokumentarischen Ausschnitten und das auch wie in dem Beispiel, was ich gezeigt habe, wo das auf einer Stähle sozusagen auch nebeneinander steht. Also ein Historiker und der Ausschnitt aus dem Film. Das ist sicher eine andere Form des Erzählens, als es jetzt in einer Gedenkstätte angegangen wird. Das liegt sicher auch daran, dass das Spannende in dieser Zusammenarbeit auch ist, weil wir ja aus diesem Fernsehmachen, Filmemachen kommen und die Sachen anders miteinander kombinieren können, auch in unseren ureigenen Erzählflächen, und das sozusagen hier in einem Mix sozusagen auch versucht haben zu machen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel bei den historischen Dokumenten der Biografien, da sind wir sehr streng sozusagen nach dem vorgegangen, das auch als Exponat vor ist, aber alles, was man zusätzlich reingeben kann, das ist das, was für uns wichtig ist. Das ist auch das Beispiel der Familie Popsen, aus der Dokumentation, das auch zu kombinieren, auch in der Dokumentation werden die fiktionalen Elemente, größt die realen. Man sieht das auch an einer Stähle, wo die einzige Frau, die bei dieser Konferenz dabei war, auch quasi im Film und in realen Aufnahmen oder in Fotos gezeigt hat. Also diese Kombination ist eine neue Form des Erzählens, die Chancen und Risiken bietet, die auch neue Form des Befassens. Ja, vielen Dank. Und ich wollte, Nora, eine ähnliche Frage stellen. Ihr habt euch ja dafür, oder Ruth hat sich dafür ja auch entschieden, anzufangen mit so einem Comicstrip, also dieser sehr beeindruckende Videoauftakt zu Unrecht erinnern. Wie sind die Reaktionen da? Gab es ja Leute, die gesagt haben, das ist unangemessen, man kann das doch nicht als Comic sozusagen darstellen? Oder war das durchweg positiv? Also wie gesagt, mit den Reaktionen, das muss ich ein bisschen zurückspielen. Da kenne ich nur meine, in meiner, durch meine, an, durch das Nutzen der Website, die jetzt hier mit dem Publikum und den Losern ich gemacht habe. Also ob das umfänglich ist, das muss Ruth Preuße dann vielleicht nochmal andere Reaktionen einspielen. Bei mir, nein. Man kann, es gibt auch andere, gerade vom Internationalen Roten Kreuz, wie das Thema der Genfer-Konvention, was ein wichtiges Thema in der Bildungsarbeit in Bezug auf sowjetische Kriegsgefangene ist. Auch die arbeiten mit ähnlichen Animationsfilmen, wo das humanitäre Völkerrecht auf eine sehr einfache Art und Weise, natürlich ist die nicht umfassend und natürlich ist die im Zweifel, also werden da Sachen vereinfacht, wo der eine oder andere sich fragt, ja, ist das jetzt hier zu vereinfacht, ist das historisch noch so korrekt? Ich finde alles, was hier in dieser Animation gesagt wird, ist historisch korrekt. Mein Problem ist eher, dass es sehr dicht ist. Es ist natürlich, wenn wir uns das anschauen, erfassen wir in diesen vier Minuten die vielen Anteaserungen und Hintergründe und Inhalte, die dahinter stehen. Aber das ist bei einem jungen Menschen, der für den dieses Thema, also der Ersteinstieg in dieses Thema natürlich nicht so. Da bleiben, auch wenn die Worte verständlich für ihn sind, aber trotzdem im Zweifel noch viele, viele Fragen. Aber Fragen generieren, das ist ja wohl das Wichtigste in unserer Arbeit, in der Bildungsarbeit. Und deswegen kann man genau an diesen Fragen wunderbar, die bei diesem Film entstehen, dann in der Arbeit ansetzen. Also ich nutze das als Anteaser und verschiedene Sachen werden angesprochen, die wir dann vertiefend weiter bearbeiten und wo eben auch die Online-Ausstellung dann die Möglichkeit gibt, genau das vertiefend einzusetzen. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage werde ich auf Englisch stellen, weil sie an Antoni Zakrzewski geht. Well, you have the 11 million, very prominent in statistics and catastrophe. And that's a wrong number, because it was not 11 million European Jews. But why did you decide to focus on that number to say, well, we say one of 11 million, although we don't think it was 11 million Jews at the time that Eichmann made these statistics. There must have been a choice, and maybe you could tell us something about that. Okay. And I have to say that the whole 11 number is like, we have to deal with this whole baggage, because it's 11 million of lives, actually. And you have to remember that the fact that they presented the list, and the list is simple only on the first impression. I spent the last few months looking at it, but I think this is the half percent of the time that Christoph looked at this list. And you can see that it raises a lot of new questions when you are just dealing with this. These are not simple numbers, because actually it's not 11 million. They wrote Uber elf millionen, so over 11 million. And it's actually 11 million, 292,300. So why make a detailed statistics when at the end you are just writing the end something over 11 million? So this is also the fact that we have to deal with that it's not always 11 million. And yeah, I think when we focus on the biographies, we wanted to pay tribute to the victims of the Holocaust, and not only deal with this huge number, but also deal with the personal biographies and personal catastrophe that stood behind this huge number. Okay, thank you. Until now, your website is only in English, but you're from Poland, and you two are from Germany and or Italy, and we have a French partner. And are there plans to have a multilingual website or make it a multilingual website? Yes, it's planned in our schedule. We have this feature disabled for the sake of the presentation, and right now it's only in English. But it's available, it will be available in the translation, first to Polish and English, Polish and German, excuse me, and later to the other languages. And we also have a lot of plans to develop our project in the future. And one thing that I would like to add, it's not only available on the website, on the computer website, but it's also available on the smartphones. So we think that is also a nice feature. Okay, thank you. Die Frage zur Sprache, die wurde aus dem Chat auch an Dinesh Cencana gerichtet. Und die Frage war, wird es die virtuelle Präsentation auch auf Englisch geben oder wird die nur, also wird die deutsch bleiben? Also wir haben darüber intensiv diskutiert. Wir hatten tatsächlich auch einen gewissen Zeitstress in dem Projekt. Deswegen sind wir jetzt noch am Weiter überlegen, wie wir das machen. Es ist für uns als deutschsprachigen Sender, war es wichtig, erst mal das sozusagen auf Deutsch aufzuproduzieren. Die englischen Sprachfassungen der verschiedenen Dokumentationen ist das, was jetzt auch noch kommt, wenn ich das richtig in Kopf habe. Wir überlegen das tatsächlich letztendlich nochmal auch in einer weiteren Sprache dann in Englisch anzubieten. Irgendwo halt nur das jetzt erst mal sozusagen, auch weil es die quasi Kernausrichtung des ZDF ist, quasi deutschsprachige Produktionen auch zu produzieren, haben wir uns erst mal darauf fokussiert. Und ja, es gab, glaube ich, noch zwei andere Fragen, die, ich will jetzt nicht mehr weggreifen, mit dem Chat aufkamen, zum Thema Barrierefreiheit und Infertitel. Das ist immer ein großes Thema für diese Online-Flächen, auch das ZDF, die barrierearm, schräg, sprich frei, können diese Angebote sein. In diesem multimedialen Raum, in dem wir uns bewegen, ist das eine wirkliche Herausforderung, das zu realisieren, umzusetzen. Aber auch da sind wir jetzt dran, zu gucken, wie wir das hinbekommen. In der Tat ist die Position von Mirko, der jetzt quasi diese Moderationsposition einnimmt, zu bewegen, wie man das machen kann, wie man einen Untertitel einbauen. Es ging jetzt erst mal tatsächlich darum, diese Kooperation, die ja auch mit der Gedenkstätte eine neue Form der Zusammenarbeit dargestellt hat, einfach alles mal online zu bringen. Das Projekt hat eine Publikationssorgung von fünf Jahren, das heißt, wir haben noch Zeit, das weiterzumachen. Okay, vielen Dank für die Antwort. Und dann würde ich jetzt an meine Kollegin Monika Sommerer abgeben, die Leiterin der Bibliothek, die einige Fragen aus dem Chat stellen wird. Also ich habe einige Anmerkungen, kann man nicht hören, aber Frau Tschinchaner sieht den Chat selbst und hat ihre Fragen netterweise schon beantwortet. Für die anderen, die den Chat jetzt gerade nicht sehen können, von Tobias Elbrecht-Hartmann, möchte ich ein Lob wiederholen. Great Projects, tolle Projekte. Da schließt sich aber dann auch die einzige Frage dann noch an, die nicht an Frau Tschinchaner ging, sondern an euch, are false numbers really proving that the Nazis made mistakes or can it also be proof of the fictional character of the figures that only pretend to be empirical but actually express the fantasy of the total annihilation of European Jewry and exaggerate the self-proclaimed task of the Nazis to free Europe from Jewish influence. Thus, they would represent the redemptive Nazi anti-Semitism. Quite a simple answer, yes. It is. Ja, sonst, wie gesagt, die anderen Anmerkungen hat Frau Tschinchaner alle schon beantwortet, mit den Sprachen, den Untertitel der partizipativen Sachen. Okay, wenn das alle Fragen aus dem Chat waren, dann hätte ich noch eine Frage an Nora Malkin-Nutian. Und zwar, ihr habt ja eine deutsch-russische Webseite gemacht. Und ich hatte ja die Ehre, auch ein Synchronsprecher zu sein für einen der Zeitzeugen. Nutzt ihr das auch für deutsch-russische Begegnungen oder habt ihr das bisher schon genutzt in Zeitheim? Ja, das ist total wunderbar, diese deutsch-russische, also diese Zweisprachigkeit, weil wir hier tatsächlich wie nationale Gruppen, viele haben natürlich deutsch-russischsprachig und wir können jetzt eins zu eins die gleichen Inhalte, die deutsch-sprechenden können sich die Inhalte auf der deutschen Webseite, in der deutschen Ausstellung erarbeiten und die russischsprachigen Teilnehmer können das auf Russisch tun. Und die Interviews, auch die eben so barrierearm wie möglich mit großem Aufwand, noch mit Voice-Over, also nicht nur zum Lesen mit Untertiteln übersetzt, sondern eben auch mit Voice-Over drüber gesprochen in deutscher Sprache, sodass es wirklich für jeden sehr einfach aufnehmbar ist. Und da bekommen wir sehr, oder haben wir, also konnte ich wunderbar schon einsetzen und diese Zweisprachigkeit ist ja wichtig. Wobei bei der Erarbeitung der Webseite, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, noch ein größeres Einbezug der russischen Seite geplant war, aber eben aufgrund der Erinnerungspolitik in Russland ist es für russische Lehrer eben sehr schwierig und für Memorial, den Partner eben sehr schwierig war, russische Lehrer und Lehrerinnen zu finden, die sich damit dem Thema sowjetische Kriegsbefangenschaft auseinandersetzen mit ihren Schülern, weil das einfach in Russland derzeit nicht erwünscht ist. Ja, also eure Website zeigt ja auch einfach die Bedeutung von Memorial über die Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit und poststalinistischen Vergangenheit hinaus. Und ich finde das enorm wichtig, das auch nochmal vorzuheben in Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen in Russland. Und dann würde ich nochmal an Monika Sommerer abgeben, die noch zwei Fragen aus dem Chat hat. Genau, Markus Griegleski fragt noch, wo kann man denn auf der Website etwas erfahren, zu der Frage der NS-Definition des Jüdischseins, die der Statistik zugrunde liegt, vermutlich an euch. Und Hannah Brögeler schreibt, vielen Dank für die Vorstellung der spannenden Projekte, vielleicht auch geprägt durch den intensiven Film, die Wannsee-Konferenz gestern, beschlich mich beim Projekt Questioning Eichmanns Numbers, das Gefühl, in einer Täterperspektive zu stecken. Kam das bei euch auch auf? Was sind eure Gedanken dazu? Man könnte doch den Eindruck erhalten, Eichmanns Nummern korrigieren zu wollen, ist also besser, korrekter zu machen als auf der Liste. Okay, zu Markus Griegleski. Es kam, also das Website ist aufgebaut in Case Studies, das heißt, wir haben uns entschieden, erst mal nur einige der Länder zu vertiefen, und bei jeweiligen von diesen Ländern gibt es auch eine Erklärung von, wie und welche Kriterien sind benutzt, um Juden zu erfassen, unterschiedliche Stellen darunter auch Niederlanden. Und sonst gibt es auch auf dem Website auf mehrere Stellen auch einen Verweis auf Materialien von High History, wo auch da gestellt wurde, was bedeuten die Nürnberger Gesetze und was diese Kriterien überhaupt bedeutet haben. Tonni, do you want to add something, or do you care with my answer? Ja, so maybe that we also focus on the other historical sources, not only by issued by the perpetrators, but for example, the Joint Committee, Jewish Joint Committee, which I mentioned, is a popular source for us to estimate the number of Jews, for example, around 1940, according to this document, in General Government or Old Gebiete. And yes, we also have links to the High History Lessons, materials, which I think, Flavia, will share. Thank you. Es ist aber in der Tat ein schwieriges Problem, weil die Liste, die wir als Eingangsportal benutzen, natürlich geprägt ist von den Tätern und wir uns in der Arbeit immer wieder davon emanzipieren müssen. Aber sozusagen das Schlüsselloch, durch das wir gehen, ist das Schlüsselloch der Täter. Und da muss man immer wieder raus und ich hoffe, dass wir das gut hingekriegt haben. Aber wir haben das auch sehr viel diskutiert und auch dafür war es gut, dass wir wirklich so ein pan-europäisches Projekt waren. Also französischen Partner hatten, die polnischen Partner, wir beide geredet haben hier mit den Kollegen im Haus, sodass wir das gespiegelt haben und selbst auch gespiegelt haben und auf die Finger geklopft haben, wenn wir zu sehr entlang der Täter gedacht haben, was natürlich passieren kann. Okay, dann erstmal vielen Dank. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir in die Breakout-Sessions gehen. Es wird jetzt ein extra Zoom-Link gepostet werden. Auf den müsstet ihr klicken. Und diejenigen, die in der Hauptsession mit Dinesh Cenzana über die virtuelle Präsentation sprechen wollen, die bleiben einfach, wenn sie diesen Zoom-Link geklickt haben, dort, wo sie sind. Diejenigen... Nein? Diejenigen, die mit... Heike, dann erklär du bitte. Unser wunderbarer Öffentlichkeitsreferent, Heike Stegen, wird jetzt erklären, wie es geht. Ah ja, hier, okay. Genau, wir müssen jetzt erst einmal ganz kurz die Zeitplanung anschauen. Und da wird unsere Direktorin etwas sagen. Sprechen Sie, haben Sie ein Mikro? Nein, nein. Wir können auch gerne 20 Minuten Breakout-Sessions machen. Das müsste einfach nur die Technik wissen. Gut. Wir werden 20 Minuten uns jetzt noch Zeit nehmen für die Breakout-Rooms. Und die funktionieren wie folgt. Wer mit Dinesh Cenzana und dem ZDF und dem Haus der Wannsee-Konferenz in dieser virtuellen Realitätsanwendung bleiben möchte, der macht gar nichts. Der bleibt einfach jetzt so vorm Computer sitzen und bewegt keine Taste. Wer in Raum 1 möchte, der klickt auf den Link, den wir jetzt an alle im Chat gepostet haben. Also, es müsste bei Ihnen jetzt, es müsste bei euch jetzt ein Chat, brotes Lichtlein anklicken, anleuchten. Und da sehen Sie einen, da seht ihr einen Link, auf den ihr klickt und dann geht ihr in ein neues Meeting. Und dort gibt es zwei Räume. Einen deutschsprachigen Raum und einen englischsprachigen Raum. In dem deutschsprachigen Raum trifft sich an Unrecht erinnern und in dem englischsprachigen Raum trifft sich Statistics and Catastrophe. Sie können sich in diese Räume selbstständig einwählen. Gut, wir sammeln uns in den neuen Räumen und freuen uns auf eine angeregte Diskussion bis 13.20 Uhr. Sage ich das richtig? 13.30 Uhr. Und dann ist bis 14 Uhr erst mal Pause. Vielen Dank, Eike. Dertine, möchtest du noch was praktisches Erzählen zu eurer virtuellen Präsentation zur Landsekonferenz? Ja, ich würde gerne noch, die Yvonne Bögelein ist ja auch dabei, die können wir jetzt auch noch mit dazunehmen in dem Breakout-Room. Ich würde mich dann, wir würden uns über Fragen freuen. Ich fand die Frage von Ihnen auch schon sehr spannend, die du gestellt hast, wie kann man sozusagen diese verschiedenen Ebenen mischen zwischen diesen fiktionalen Anteilen zwischen den historischen Elementen? Ich habe jetzt hier nochmal ein kurzes Beispiel, wie das quasi als Ausschnitt verarbeitet wird, verarbeitet wird, auch in der Anwendung. Nur eine Frau kann der Konferenz sein. Seit 1938 arbeitet sie in der Zentrale für Terror und Verfolgung. Das war Frau Ineburg-Werlemann, die Sekretärin von Adolf Eichmann in dem Referat des Reichsitzes Hauptstadt des sogenannten Ludenreferates mit der Nummer 4 und 4. Sie hatte die Aufgabe und war von Eichmann dafür getrachtet worden, die Gesprächung zu stehen. Sie wird in die Nachrichtsaussagen von ihren Kolleginnen noch häufig als überzeugte Nationalsozialistin bezeichnet, die auch kein ausgeprägtes Wissen hatte. Das ist letztlich die Art, die wir ja sehr erfahren, dass vor allem die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion Zeitgeschichte diese Themen verarbeiten. Insofern haben wir diesen selben Ansatz auch für die Anwendung gewählt und diese Kombinationen zusammenzuführen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, wenn ich das quasi alleine oder selbst exploriere, dass ich diese Unterschiede auch mir bewusst mache und das auch sehen kann. Gibt es denn Fragen von den Teilnehmern? Ihr könntet die auch mit Bild durchaus dazuschalten, damit Leute, also auch, damit wir sie sehen, damit sie Fragen stellen können. Könnt ihr das machen? Ich glaube, Herr Zauroff hat gerade beschrieben, dass er sagt. Super, ich sehe nämlich den Chat nicht. Also wenn du den Chat betreuen könntest, es tut mir leid. Ich freue mich auch noch mit. Also Herr Zauroff hat eine Frage gehabt. Herr Zauroff würde gerne, dass sein Videobild geöffnet wird. Das ist, glaube ich, das, worum er bittet. Ansonsten glaube ich, das ist jetzt hier. Okay, das wird schwierig werden mit einer Bildschirmfreigabe, Herr Zauroff. Haben Sie ansonsten eine Frage zur Anwendung oder gibt es sonst noch Fragen im Chat? Ja, die Frage ist, können Fragen über Frage und Antwort gestellt werden? Die Antwort ist, glaube ich, ja. Ja, einfach Fragen stellen. Bonnert, danke, es ist werteweise auch schon geantwortet. Ich glaube, Herr Zauroff hat ein Thema, das, glaube ich, Jakob ihr nochmal gucken müsst. Seine Frage ist, wie soll ich in meiner Sprache, der deutschen Gebärdensprache, wie soll er sich äußern können? Ich glaube, er hat eine Frage und würde sie gerne stellen. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob ihr da helfen, unterstützen könnt. Vielleicht wäre es einfacher, tatsächlich die Frage, doch, wenn es geht, auch im Chat oder in das F&A zu schreiben. Ja, man muss berücksichtigen, dass, und da sind wir bei den Problemen der Digitalisierung, wir noch kein Glasfaserkabel hier in Wannsee haben. Die Telekom hat das Glasfaser vergessen. Das heißt, wir können jetzt nicht so, es wird dieses Jahr nachgerüstet, hoffen wir. Das heißt, wir können jetzt keine größeren Videos abspielen oder so. Gibt es ansonsten noch Fragen bei den Teilnehmern? Wir haben jetzt, wenn ich kurz unterbrechen habe, wir haben jetzt Fragen im F&A, also die, es läuft. Dine, soll ich sie vorlesen oder möchtest du sie derselbe? Du kannst sie vorlesen und nicht antworten. Das ist, glaube ich, eine schöne Aufzeichnung. Also wir haben jetzt hier die erste Frage von Hanna Brügeler. Inwiefern glaubt ihr, wird sich die Erinnerungskultur Art des Erinnerns durch diese AR, VR verändern? Man kann dann ja beispielsweise von zu Hause an Erinnerungsorte, die sonst immer Orte von Gesellschaft waren, weniger individuell, dann bricht sie ab, die Frage. Aber wir nehmen das jetzt mal so, also wie sich das verändert, dieser virtuelle Ort und Zeit, wo souveräne Zugang ist, glaube ich, die Frage, wenn ich das so richtig interpretiere. Also da wir das ja als komplementär konzipiert haben und nicht als Ersatz, geht es tatsächlich darum, dass man eine andere Form der Erstbefassung auch mal erleben kann und dass man auch, wenn man das im Unterricht einsetzt, auch eine andere Form der gemeinschaftlichen Erleben solcher digitalen Räume auch ermöglichen kann. Weil es ist auch denkbar, dass so wie ich jetzt auch meinen Bildschirm geteilt habe und die quasi zusammen durch diese virtuellen Räume gegangen sind, das kann natürlich auch ein Lehrender über sein Smartphone machen. Und deswegen finde ich, glaube ich, das tatsächlich eine andere Art der Befassung. Ja, die Erinnerungskultur wird sich verändern, die wird sich aber allein durch die Digitalität und durch diese unfassbare Bilderflut, die wir jetzt momentan erleben und vor allem die Wegbildflut, die Wegbildflut, wird die sich tatsächlich auch verändern. Ich denke, dass auf der einen Seite das faktenbasierte Erzählen, dass sich auch diesen anderen Erinnerungskultur-Momenten zuzuwenden und auch eine neue Form der Befassung zu schaffen, tatsächlich jetzt auch das, diese VR-Anwendung eine Möglichkeit gibt. Ich würde mal zur übernächsten Frage springen, auf die andere kommen wir dann gleich, von Herrn Christian Bartolf. Ist eine virtuelle Tour der Ausstellung der Gedenkstätte nicht auch gut auf der Internetseite der Gedenkstätte aufgehoben? Da müssen wir, glaube ich, noch mal was zu den Zugangsorten, wie man da hinkommt, sagen. Ja, das würde ich nur sagen. Also ich würde als erstes mal sagen, ja, das ist eine, es ist ja auch gut aufgehoben. Wir sind hier mit dieser Anwendung tatsächlich auch auf einem sehr modernen Weg und auch, das ist, das sind die nächsten Gespräche, wie kann man das auf der Website der Gedenkstätte auch unterbringen. so, dass es auch auf der Gedenkstätte erlebt werden kann. Das hier ist jetzt die Einbindung in der, quasi, das ist dieser Themenschwerpunkt innerhalb der ZDF-Mediathek mit dem Film, man sieht die Dokumentation, andere Hintergründe, den virtuellen Rundgang und weitere Informationen. Darüber hinaus haben wir aber auch, das vor allem in unserem Bildungsangebot TerraExpress-Schule prominent verlinkt, das ist jetzt der Ort, wo sozusagen die Lehrenden auch sich immer mehr auch dahin bewegen, um zu sehen, was da passiert und da haben wir auch neben diesem Schwerpunkt auch noch andere Möglichkeiten, sich mit den Themen zu befassen und der Zugang über die Gedenkstätte wird sicher auch ein wichtiges Thema werden. Aber da müssen auch die, sagen wir mal gucken, welche technischen Möglichkeiten auch die Website bietet, der Gedenkstätte, um das auch zu embedden sogar oder dann minimal zu verwenden. Dann die Frage, die wir gerade kurz übersprungen haben, da würde ich den Fragesteller Herrn Eberhardt auch bitten, wenn wir das jetzt falsch interpretieren, die Frage nochmal nachzuhaken. Die lautet, mich interessiert, warum die Redaktion Zeitgeschichte diesen Weg beschreitet nach Guido Knopf. Ich nehme an, es geht da um den innovatorischen Aspekt oder wie sich die Redaktion Zeitgeschichte jetzt diesen Vermittlungsstrategien gegenüber positioniert, Dinesh. Wir würden das jetzt, glaube ich, mal in die Richtung interpretieren, sonst gerne nochmal nachwagen. Ja, also erstmal ist ja ein wichtiger Erzähl oder ein wichtiger Anknüpfungspunkt zu diesem Thema, wenn man jetzt die linearen Ausstrahlungswege anschaut, gibt es den Film und direkt danach im Anschluss die Dokumentation, die die Redaktion Zeitgeschichte hergestellt hat. Dieses Projekt oder dieser Themenschwerpunkt Wannsee-Konferenz ist ja aus verschiedenen Redaktionen des Hauses angegangen worden, zum einen der fiktionalen Redaktion, Frank Zervos, Stephanie Hartwolf, die den Film redaktionell betreut haben und dann die Dokumentationsteile drumherum, die aus dem Bereich der Zeitgeschichte betreut wurden und innerhalb des ZDF haben wir als digitale Partnerschaften zusammen mit der Zeitgeschichte diese VR-Anwendung publiziert. Und wichtig war für uns auch die Fragestellung, wie ist eine aktuelle, moderne Umfassung mit solchen historischen Themen, welche Möglichkeiten bieten sich da, wie kann man auch mit einem Kooperationspartner auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wie können wir neben den Bewegtbildangeboten auch andere Zugänge wählen. Und tatsächlich ist das immer wieder neu ausprobieren, neu denken, wie kann ich gerade auch diesen sehr prägenden Zeitraum für das 20. Jahrhundert immer wieder auch aufbereiten und immer wieder auch neu sozusagen anbieten, war letztlich auch die Motivation für die Redaktionszeitgeschichte sich hier auch zu anbieten. Weil es einfach darum geht, man kann nicht mit einer Erzählung immer weitermachen. Das ist ja auch das, was die Gedenkstätte auch in einem der Vorträge zeigt. Es gibt drei unterschiedliche auch Ausstellungszugänge für das Thema, weil man muss sich sozusagen immer wieder auch den neuen Vermittlungsstrategien und Methoden stellen. Wir würden dann doch kurz Herrn Zaurow dazu schalten. Kleiner Augenblick. In der Zwischenzeit es gibt eine Frage im Chat, die ich dann am besten auch einfach im Chat für alle beantworte, nämlich unter welchem Stichwort oder Titel findet sich der Beitrag des ZDF. Gibt es einen Link? Ja, es gibt mehrere Links, die Frau Tschentschana gerade dargestellt hat, nämlich mehrere Zugänge. Ich schreibe die einfach in den Chat für alle, dann finden sie das auch in unserem Angebot. Ja, der Herr Eberhard ergänzt nochmal, ja, der Ansatz von Herrn Knopper tatsächlich ganz anders, er sagte mir zur Begründung Hitlers Herz, ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil das offensichtlich ein Gespräch war, es hier mit ihm hatten, hier geht es nicht darum, dass irgendetwas verkauft werden soll, hier geht es darum, dass Geschichte und dass diese Geschehnisse nicht vergessen werden dürfen. Okay, dann ist Herr Zaurow zugeschaltet. Genau, dann hören. Die können wir hören, wir können die Dolmetscherin hören. Vielen Dank, freut mich, dass es das doch geklappt hat, dass ich durchgekommen bin. Es ist natürlich eine riesen Herausforderung, dass ihre Freiheit gewährleistet werden kann auf den digitalen Plattformen. Vielen Dank für Ihr Willkommen. Vielen Dank, dass Sie die virtuellen Räume gezeigt haben. Nur frage ich mich mich, das Designkonzept Universal Design umgesetzt werden. Wir müssten zum Beispiel auch Führungen mit in Gebärdensprache machen, damit auch gebärdlose Menschen oder gebärdensprachliche Menschen einbezogen werden. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, dass sie im Video unter digital geschaltet werden können. Da ist dieses Schaltliche da. Aber gebärdensprache ist nicht drin. Muss man das dann alles neu gebärden und filmen? Das ist natürlich sicherlich auch eine kostenfrage. Wenn Gebärdensprache der Einwesen sein, das wäre wirklich gut, wenn man an Universal Design für alle denkt, dann sollte man ihre Freiheit auch denken. Die deutsche Gebärdensprache gehört auch zu Deutschland und sie ist auch anerkannt und ist eine Sprache wie jeder andere auch und sollte auch dabei sein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Hartnäckigkeit, dass Sie uns diese Frage stellen wollten. Das ist wirklich eine große Herausforderung, der wir uns stellen. müssen, wie wir in sich so technologisch schnell entwickelnden Welt als ZDF da auch gesellschaftlichen Zusammenhalt erreichen können. Dass wir, weil die Möglichkeiten rennen immer weiter, aber alles mitzuziehen in dieser barrierearm oder barrierefreien Zugang, das ist wirklich eine Herausforderung. Tatsächlich wäre, ist es ein Aufwand, wenn man das Modul komplett nochmal angelegt als Gebärdensprache anlegen würde. Es ist tatsächlich auch eine Kostenfrage an einer bestimmten Stelle, aber hier geht es mir vor allem auch darum, welche Möglichkeiten kann man auch des Erzählens machen. Ist es dieser individuelle Gang durch die Ausstellung, kann man auch einen Gang sozusagen vorher aufzeichnen, den man tatsächlich dann als Gebärdensprache zur Verfügung stellen kann. Das sind alles Fragen, denen wir uns jetzt auch stellen, weil wir noch Versionen, die noch anstehen, produzieren wollen. Auch einen Gang zum Beispiel auch, der einfach abläuft sozusagen, wo ich mich nicht selber da durchbewegen muss, weil auch das Durchbewegen durch virtuelle Räume ist jetzt nicht für jedermann einfach und jeder Frau und insofern ist es tatsächlich eine sehr spannende Frage, wie dieses Universal Design auch in Zukunft gestaltet wird und vielen Dank dafür, wir nehmen das mit und werden es einfach in unsere Überlegungen einpflichten. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit. Wollen wir vielleicht noch eine letzte Frage beantworten? Ich würde noch ganz gern mit in Kontakt bleiben, um weiter mit zu sprechen. Danke. Den können wir gerne herstellen. Ja. Ich denke, der Kontakt ist tatsächlich gut, wenn wir den auch über der Gedenkstätte sozusagen weiter behalten. Das wäre sicher ein richtiger Ort dafür. Super. Dankeschön. Ja, gibt es noch eine Frage im Chat? Yvonne, Gürgelein, danke schön, dass du es übernommen hast. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Wir haben noch eine im F&A von Petra Blang, die, wie sich die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen gestaltet hat und wie da das Prozedere war. Also tatsächlich war es so, dass wir im Rahmen das Neuntest Bildungsangebot uns mit Lehrenden ausgetauscht haben, um zu gucken, was können wir aus Sicht eines Bewegbild produzierenden und sendenden Organisationen etwas dazu beitragen, wie können wir auch das tun, was wir gut können, nämlich diese Bewegbilder zur Verfügung stellen und in dem Zuge haben wir uns mit Lehrenden auch ausgetauscht und geschaut, wie funktionieren denn diese Unterrichtskonzepte, wo kann denn ein Video überhaupt eingesetzt werden, wie kann es verwendet werden. Das geschah unter großem Druck auch der pandemischen Situation. Es gab ja verschiedene Angänge, das zur Verfügung zu stellen und das Bildungsangebot des ZDFs jetzt, wie es da steht, ist sozusagen ein Ergebnis aus diesem Austausch und diese Erfahrung haben wir auch mitgenommen in das Projekt für die WA-Anwendung. Es gibt noch einen anderen Kontakt, das ist auch ein Teil der auf dieser Webseite ist. Es gibt tatsächlich auch ein Unterrichtskonzept, das ist aber über die Redaktion Zeitgeschichte organisiert worden mit dem Geschichtslehrenden Verband. Wir hoffen aber, dass das sozusagen auch nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern auch in anderen Unterrichts und in anderen Fächern eingesetzt wird, die sich auch mit Sprache, die sich auch mit sozusagen gesellschaftlichen Momenten beschäftigen, dass das überall eingesetzt werden kann. Ja, dann vielen Dank an euch beide. Ich habe heute Morgen zum ersten Mal dann wirklich in die richtige Anwendung reinschauen können und habe es im Bus mit mobilen Daten und meinem Smartphone gemacht. Das funktioniert sehr gut und ist also deswegen gerade für jüngere Benutzerinnen und Benutzer, die ja häufig nur ein Smartphone haben, sicherlich gut geeignet. Ich bin gespannt und schaue es mir sicherlich noch mal intensiver an. Vielen Dank, dass ihr beide da wart, Dinesh Tschentschaner und Yvonne Göglein. Vielen Dank, Yvonne, dass du den Chat übernommen hast und wir sind sicher, wir überwinden die Fairness der Digitalisierung hier in Wannsee dann auch irgendwann, sodass das alles noch ruckelfreier funktioniert, als das bisher der Fall war. Okay, vielen Dank und wir machen jetzt bis 14 Uhr Pause. Tschüss nach Mainz. Okay, jetzt sind wir glaube ich da. Ja, hört man mich auch? Gut, wunderbar. Genau, ja, also hallo und herzlich willkommen zur online oder zur virtuellen Eröffnung unserer Gartenausstellung. Lieber wäre es natürlich gewesen, dass wir mit Ihnen heute hier vor Ort sind und mit Ihnen zusammen diese neue Gartenausstellung eröffnen. Das ist jetzt leider aufgrund der Pandemie nicht möglich und deshalb machen wir eben sowas wie eine Online-Vernissage und ich stehe auch nur repräsentativ hier für eine ganze Arbeitsgruppe, die sich im vergangenen Jahr intensiv damit auseinandergesetzt hat, was wir eigentlich in dieser Gartenausstellung zeigen möchten und ich möchte gerne kurz die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe nennen. Das waren Jakob Müller, Miriam Hart, David Soldern und Ruth Preuße und wie Sie dem Programm entnehmen können, wäre es eigentlich auch Ruth Preuße gewesen, die hier jetzt mit Ihnen im Gespräch sein sollte. Ruth hat in den vergangenen in den vergangenen Monaten war massiv kuratorisch beteiligt an der Realisierung und der Umsetzung dieses Projekts und dieser Ausstellung und auch an dem, was wir Ihnen jetzt noch zeigen werden, nämlich wir werden Ihnen diese Gartenausstellung in Form eines elfminütigen Filmes präsentieren und dann eben ins Gespräch gehen mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Genau, Ruth hat sich wirklich ganz viel Arbeit gemacht, ist aber leider krank seit Montagabend, wäre sehr, sehr gerne hier gewesen. Genau, und wir hätten uns das auch natürlich gewünscht, lieber Ruth, dass du heute hier stehst und diese Gartenausstellung eröffnest. Genau, also liebe Grüße zu dir nach Hause und genau, ich hoffe, dass du zumindest virtuell mit uns dabei bist. Die alte Gartenausstellung hat in sehr komprimierter Form relevante Kerninformationen zur Wannsee-Konferenz gezeigt oder auch ein bisschen reproduziert von dem, was auch in der Dauerausstellung zu sehen gewesen ist und diese Arbeitsgruppe hat sich dann im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen des Hauses dafür entschieden, ganz neue Wege zu gehen und eher Fragen der Gegenwart zu thematisieren und sie eben auch in Verbindung zu bringen mit den Kernthemen des Hauses. Dafür haben wir eben dann Künstlerinnen und Künstler auch angefragt, die mit uns zusammen diese Themen gestaltet haben. Eine dieser Künstlerinnen, Jael Batana, konnten sie bereits gestern kennenlernen und die anderen werden sie jetzt im Laufe des Films beziehungsweise dann im Gespräch noch mal kennenlernen. Genau, vorab schon mal ein Dankeschön an alle Beteiligten. Das sind zum einen Christine Kitter, die die Gestaltung der Ausstellung übernommen hat, Sven Junge, der mit Ruth Preuße eben zusammen den Film, den Sie gleich sehen werden, konzipiert hat und ein ganz, ganz besonderer Dank gilt unseren Interviewpartnerinnen. Es gibt einen, oder ich erkläre kurz was dazu, Sie werden das gleich im Film sehen, ein Thema dieser Gartenausstellung beschäftigt sich mit der Frage nach jüdischen Perspektiven und für diesen Themenbereich haben wir Gespräche geführt und wir möchten unseren Gesprächspartnerinnen, die sich wirklich in einem sehr offenen Gespräch sich mit uns über die Frage nach der jüdischen Erfahrung ausgetauscht haben, danken. Das sind Hermann Simon, Annetta Kahane, Doron Rabinovic, Esther Hirsch, Romina Wiegemann, und Lukas Schaaf-Simon. Und jetzt würde ich erst mal sagen, damit Sie ein bisschen einen Einblick bekommen, wie diese Gartenausstellung nun aussieht, dass wir uns den Film anschauen. Zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz bekommt das Haus eine neue Gartenausstellung. Zum ersten Mal werden am Rondell vor dem Haupteingang keine historischen Fotos und Dokumente zu sehen sein. Es sind künstlerische Beiträge zu aktuellen Fragestellungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte haben gemeinsam vier Themen festgelegt und dazu deutsche und internationale Künstlerinnen und Künstler angefragt. Wegen der Pandemie findet die Vernissage online statt. Ein Thema der Ausstellung ist Antisemitismus nach der Schoah. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe, in der wir zusammengearbeitet haben, einfach Gedanken darüber gemacht, welche Themen in der neuen Dauerausstellung hier in Wannsee vielleicht nicht genügend Berücksichtigung finden. und so sind wir sozusagen an das Ganze herangegangen und haben uns überlegt, welche Themen wollen wir in der Gartenausstellung stärker in den Vordergrund rücken und ein Thema, auf das wir uns relativ schnell geeinigt haben, war das Thema Antisemitismus, was uns daran wichtig ist, dass wir diese Verbindungslinien zeigen zwischen dem historischen Antisemitismus und insbesondere eben dem Antisemitismus während des Nationalsozialismus und der Schoah und eben aber auch Kontinuitäten aufzeigen, die eben bis in die Gegenwart hineinreichen und wie das miteinander zusammenhängt und das ist durchaus auch ein Thema, das uns in der Bildungsarbeit hier wichtig ist, also zu überlegen, sprechen wir nur über Antisemitismus in der Vergangenheitsform oder wollen wir eben auch aktuelle Erscheinungsformen von Antisemitismus stärker in den Vordergrund rücken. Beide Künstler, die für dieses Thema angefragt wurden, arbeiten hauptsächlich mit Karikaturen. Der Beitrag von Till Mette ist schon einige Jahre alt. Er erschien zur Eröffnung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas im Jahr 2005 und ist immer noch aktuell. Der belgisch-israelische Zeichner Michel Kischka hat für uns drei seiner Bilder für den deutschen Kontext überarbeitet. Unsere Kollegin Arya Zafati hat mit ihm via Zoom gesprochen, auch über die Absichten, die er mit seiner Arbeit verfolgt. As an Israeli, as a Jew, and as a former European, I have a lot of, let's say, legitimacy to deal with that in a personal way. and I think also in this century, the one that we live in, 21st century, there's a huge comeback of antisemitism, okay? it's not a secret. And when I say comeback, I don't consider it disappeared before, but there's a comeback. And it's in a lot of countries, democratic countries, too. In the States, in France, and in Germany. So, there's a lot to do about that. But there's so many to do about other things that I want, I don't be, I don't want to be considered as a Jew obsessed by antisemitism, okay? Because it's not that. I'm obsessed by freedom, by respect, by fraternity, by democracy. And racism goes against all these values that I believe in. And I think those values are universal. I don't consider they are Jewish values. I'm a secular Jew. so I think all those things that I have inside that are me, that build me, I think that I sometimes I want to share with readers. Ein zweiter Themenbereich heißt Wer schreibt die Geschichte? Das war sicherlich das Thema, zu dem wir am meisten diskutiert haben, weil es ganz unterschiedliche Fragen dazu gab. Es ist der Versuch, deutlich zu machen, wie hat sich die Perspektive verändert, von einem Thema, was in Nachkriegs-Deutschland eigentlich eher gestört hat, kaum jemanden interessiert hat, hin zu einem Thema, was spätestens seit der Rot-Grünen-Regierung in den 90er-Jahren ja so identitätsstiftend ist. Dass also der Bundespräsident sagt, die Erinnerung an den Holocaust gehört zu unserer Identität. Das ist ein Wechsel in der Sicht auf das Thema, der ganz enorm ist. und das wollten wir natürlich auch reflektieren. Was heißt das denn, wenn jetzt auf einmal die Mehrheitsgesellschaft sagt, das ist die Geschichte und wir schreiben die, wir setzen die Schwerpunkte, wir bezahlen die Institutionen, die vorher von Überlebenden betreut und gegründet worden ist. Und da gibt es natürlich auch viele Reibungspunkte. Also der beiträgt von Yael Barthana, also es ist ja ein Filmstill aus einer Installation, die insgesamt eine Dreiviertelstunde lang ist, Malka Germania heißt, also sehr anspielungsreich ist, mit ganz vielen Assoziationen spielt. Und ich habe gedacht, Mensch, der Wannsee spielt eine ganz zentrale Rolle da. Und ich fand die Idee, israelische Soldaten zu haben, vor der Kulisse des Hauses der Wannsee-Konferenz ganz enorm, weil es eben eine andere Perspektive ist. Weil die Frage ist, ja nie wieder heißt das jetzt Pazifismus oder heißt das, wir müssen auch mit militärischen Sorgen, Mitteln dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Der zweite Beitrag zu diesem Thema stammt von den Künstlerinnen Sharon Adler und Schlomet Lehavi. Sie haben sich auf unsere Anfrage hin Gedanken über die Wannsee-Konferenz und die Erinnerung an die Ermordeten gemacht. Auf diesen Tafeln geht es um jüdische Perspektiven auf den Umgang mit der Shoah in Deutschland und Österreich. Wir haben Gespräche mit sechs Personen unterschiedlichen Alters geführt, von Jahrgang 1949, Hermann Simon, bis Jahrgang 1998, Lukas Schaaf war der Jüngste und haben diese Leute gefragt, ob die Shoah in ihrem Leben heute noch eine Rolle spielt und welche, wie sie eigentlich den Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit diesem Thema beobachten und auch, welche Rolle jüdische Perspektiven an Gedenkstätten spielen, was sie da beobachten. Und dann haben wir aus diesem Gespräch ein Zitat ausgesucht, hier zum Beispiel bei Annetta Kahane, dieses Zitat und wenn man über den QR-Code auf dem Handy scannt, dann kann man sich einen längeren Ausschnitt aus diesem Interview anhören. In meinem Leben heute spielt es eine ganz große Rolle, weil ich ehrlich gesagt immer noch, ich meine, ich bin zweite Generation, meine Eltern waren sowohl in Lagern als auch im Widerstand und ich bin typisch traumatisierte der zweiten Generation und ich habe einfach, ich muss, sagen wir mal, um mein Vertrauen gegenüber Menschen auf der Straße oder so, die sie jeden Tag neu kämpfen. Ich habe das nicht. Ich habe einfach totale Angst vor Leuten, wo ich nicht weiß, wie die drauf sind. Ich habe ein tiefes Misstrauen und eine ganz tiefe Angst davor und er habe immer, ich habe das, das ist so eine ganz große Last, immer das Gefühl, ich muss da offen sein, ich muss das so, aber im Prinzip ist diese ganze Verfolgungsgeschichte meiner Eltern, meiner Großeltern, meinen Großeltern mütterlicherseits sind ermordet worden in Auschwitz, das steckt mir so in den Knochen. Das ist eine solche Anspannung ständig, dass mir das auf den Atem nimmt und ich mich ganz voll fokussieren muss, um das loszuwerden. Und ich frage mich immer auf die Leute, die das nicht haben, die sozusagen keine solche traumatisierte Vorgeschichte haben, was machen die mit ihrer ganzen Kraft? Also die müssen sich ja nicht so anstrengen, um das zu kompensieren. Ich entstehe ja auch unter dem ständigen Druck, sozusagen einen Beitrag zu leisten, um die Welt wieder zu heilen, wenn du so willst. Und auch das ist jetzt nicht gerade die leichteste Aufgabe, die man sich als Juden so vorstellen kann in Deutschland, ausgerechnet. Insofern, das spielt für mich jeden Tag eine Rolle und es ist einerseits sehr intim und andererseits natürlich liegt es auf der Hand. Ich will gar nicht sagen, wie mich das manchmal schlaucht, also dieses Thema ständig an der Backe zu haben. Und manchmal frage ich mich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mache das, weil ich meinen Eltern immer noch was schuldig bin, also und deren, den ganzen Opfern. Und dann stellten wir uns noch die Frage, welche Emotionen eigentlich bei dem Besuch einer Gedenkstätte ausgelöst und auch erwartet werden. Dieser Teil der Ausstellung hier beschäftigt sich mit der Frage nach Emotionen an NS-Gedenkstätten, also mit welchen Emotionen kommen wir an einen solchen Ort, was macht ein solcher Ort mit uns, aber auch, was für eine Erwartungshaltung gibt es an einem Besuch an einer NS-Gedenkstätte und das kann natürlich auch durchaus problematisch sein, wenn damit die andere verbunden wird, dass der Besuch an einer Gedenkstätte eine Art Präventionsmaßnahme beispielsweise im Kampf gegen den Antisemitismus darstellt. Der Illustrator Mathis Eckelmann war uns bekannt durch seine Publikation mehr als zwei Seiten und wir haben ihn deshalb gefragt, ob er etwas zum Thema Emotionen an NS-Gedenkstätten zeichnen kann für uns. Er hat einen Comicstrip gemacht, der sich beschäftigt mit dem Verhältnis von historischem Ort und dem Wissen, was man hier mitbringt. Dieses Kunstwerk hier stammt von Leon Kahane, der hier über die Geschichte seiner Großmutter berichtet. Seine Großmutter, Doris Kahane, flieht aus Deutschland nach Frankreich. Sie schließt sich dem Widerstand an, wird verhaftet, überlebt aber. Diese Illustrationen fertigt sie an für US-amerikanische Soldaten. Das ist eine Broschüre über die französische Riviera. Und in diesem Kunstwerk drückt sich zum einen der emotionale Zugang aus, der vielleicht von Leon Kahane so empfunden wird, wenn er an einen solchen Ort wie das Haus der Wansekonferenz denkt. Und zum anderen aber wirft das natürlich auch die Frage auf, nicht nur mit was für Emotionen kommen Besucherinnen und Besucher her, sondern auch wie, genau, was machen eigentlich solche Geschichten oder die Erfahrungen der Mordeten und Überlebenden mit uns. Die Ausstellung ist hiermit eröffnet. Wir hoffen sehr, Sie bald als Besucherinnen und Besucher hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Okay, also ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen einen Einblick gewinnen konnten darin, wie diese Ausstellung in etwa aussieht. Und wir würden jetzt gerne ins Gespräch gehen mit den verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die an diesem Projekt beteiligt gewesen sind. Und als erstes würde ich Ihnen gerne den Karikaturisten Till Mette vorstellen wollen. Ich hoffe, er ist uns zugeschaltet. Ah, genau. Hallo. Ja, hallo. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ah, wunderbar. Genau, wunderbar. Genau, genau. Herzlich willkommen hier im virtuellen Raum. Vielleicht sage ich kurz noch einen Satz zu Ihnen. Till Mette ist Maler und Karikaturist und seine aktuellen Cartoons, vor allem zu politischen und gesellschaftlichen Themen, können Sie auch im Stern immer wieder sehen. Vielleicht zu meiner ersten Frage. Sie thematisieren ja in der Karikatur, die wir hier auch zeigen, steht ja im Zentrum das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und da gab es ja bereits im Vorfeld ganz viele Diskussionen um dieses Denkmal, was da überhaupt hinkommen soll oder auch nicht. Und auch als das Denkmal dann eröffnet wurde, gab es Diskussionen darüber, ob das überhaupt tragfähig ist, ob die Leute jetzt mit diesem Stehlenfeld überhaupt das Thema Holocaust in Verbindung bringen oder auch nicht. Und Sie haben ja sozusagen diese Karikatur damals schon gezeichnet. Das heißt, Sie sind davon ausgegangen, dass das Denkmal für die ermordeten Juden, Jüdinnen und Juden Europas tatsächlich aussagekräftig ist in unserer Gesellschaft? Naja, aussagekräftig ist es auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch unstrittig, weil es hat sich ja im Vorfeld wahnsinnig Leute darüber unterhalten. und von daher, das hat ja, bevor es überhaupt stand, schon Diskussionen gegeben. Die Frage bei mir war eigentlich eine andere. Das ist die Sache, wir sind ja, wir sind ja eigentlich als Deutsche ein Volk von Tätern, aber in meiner Generation sind wir eigentlich auch ein Volk von Leuten, die das verdrängt haben, vergessen haben, Schlussstriche ziehen wollen. Und das spielt bei so einem Denkmal natürlich die eher größere Rolle, die des Verdrängens. Und da spricht man natürlich die Leute auch an, die durch so eine Gedenkschnitte gehen, also die sich das anschauen. Da geht es ja nicht um den Vorwurf des Täters, sondern um den, die das Thema Verdrängen vergessen, Schlussstriche ziehen. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind damals davon ausgegangen, dass dieses Denkmal Besucherinnen und Besucher provozieren wird, die lieber vergessen oder verdrängen wollen würden. Ja, also mir hat das, als ich die ersten Skizzen gesehen hatte, ich habe damals in New York gewohnt, ich hatte sozusagen auch während der Bauphase, ich habe das nie gesehen während der Bauphase, aber ich mir, von den Fotos war mir klar, dass das ein monumentales deutsches Denkmal sein wird, was wahrscheinlich das deutscheste Denkmal ist, das es überhaupt gibt in diesem Land. Wir müssen hier noch kurz die Lautstärke, kann man den Ton vielleicht hier bei uns ein bisschen lauter machen, weil ich höre nicht besonders gut. Okay, also ich habe sie gehört, aber genau, bei den nächsten Antworten wäre es besser, wenn wir hier die Lautstärke etwas besser regulieren können. Sie haben ja eine ganze Reihe von Karikaturen zum Thema Antisemitismus gemacht, das heißt, Sie beschäftigen sich ja offensichtlich anscheinend schon länger mit diesem Thema. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, wie Sie dazu gekommen sind? Ja, ich zeichne ja soziale Themen, ich zeichne seit sechs, zwanzig Jahren für den Stern. meine Arbeit bezieht sich auf gesellschaftliche Themen, die uns bewegen. Da spielt das Thema Antisemitismus natürlich eine Riesenrolle, aber ich muss auch fairerweise sagen, das Thema Spargel und Weihnachten mache ich natürlich auch, also ich mache, weil ich mich spezialisiert auf ein Thema. Natürlich ist das ein Thema, auch deswegen interessiert mich das Thema, weil es eben eine dramatische Fallhöhe hat, weil es ist für uns Deutsche das wahrscheinlich schwierigste Thema, damit umzugehen. Man kann, wenn man, und ich bemühe mich humoristisch damit umzugehen, auch komische Pornen da zu machen. Man hat dadurch eine Fallhöhe, mit der man unglaublich schnell auf die Schnauze fallen kann, mit der man völlig daneben liegen kann, mit einer sozusagen humoristischen Positionierung und das genau interessiert mich aber an dem Thema, wie kann man es schaffen, trotzdem als Karikaturist humoristisch damit umzugehen. Das ist ja auch ein Thema, das Michel Kischka in seinem Interview und auch im Kunstwerk aufgreift. Also Michel Kischka ist uns heute nicht zugeschaltet, aber das ist ja genau auch das, was er versucht zu thematisieren. Also dass man über bestimmte Sachen in irgendeiner Form vielleicht auch Witze machen muss oder damit auch versuchen, also das ist sein Ansatz, damit tatsächlich auch humoristisch umzugehen. Warum halten Sie es so wichtig bei dem Thema? Also Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt da unglaublich viele Falschstricke, man kann unglaublich viel falsch machen, gerade sich dem Thema Antisemitismus so anzunähern. Warum ist es Ihnen dennoch wichtig, das in der Form zu machen? Ja, das hat einfach mit meinem Beruf was zu tun. Ich bin Kabinist und wenn man die Werkzeugkiste eines Kabinisten sieht, da gehört der Humor unmittelbar, das ist eines der wichtigsten Werkzeuge. Aber auch deswegen, weil ich daran glaube, dass Humor eine Message rüberbringen kann, die eine versachlichte Darstellung nicht kann, weil der Humor zielt auf ein anderes Zentrum, auf ein Zentrum, was wir nicht unbedingt steuern können als Rezipienten. Man muss lachen, nicht weil man es verstanden hat, sondern weil es irgendwie komisch ist oder weil es irgendein Widerspruch drin ist, den man, und das ist eine Botschaft, die kommt oft sehr tief an. Deswegen glaube ich, dass wichtige Themen, wenn man es schafft, Humor voll rüberzubringen, hat man den Menschen sehr tief getroffen und tief bewegt. Okay, dann würde ich mich jetzt an der Stelle erst mal wieder verabschieden wollen. Wir versuchen alles, die Gespräche ein bisschen kürzer zu machen, damit wir dann noch die Möglichkeit haben. Deshalb bleiben Sie auch bitte weiterhin online, weil wir dann sehr gerne Fragen aus unserem Chat aufnehmen wollen würden. Ja, aber ich bedanke mich aber erst mal und würde jetzt gerne ins Gespräch gehen mit Sharon und Schlomit. Genau, hallo, herzlich willkommen. Genau, das Bild wird immer größer. Auch zu euch kurz eine Vorstellung. Sharon Adler ist Publizistin und Fotografin. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Lebensrealitäten von in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, den Erfahrungen und Perspektiven der ersten, zweiten und dritten Generation, ist Herausgeberin von Aviva Berlin, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Zurückgeben und Mitherausgeberin der Reihe Jüdinnen in Deutschland nach 1945 Erinnerungen, Brüche, Perspektiven. Die Künstlerin Schlomit Lerwi in Tel Aviv geboren, lebt und arbeitet von 1998 bis 2016 in New York und seit 2016 ist ihr künstlerischer Mittelpunkt Berlin. Sie arbeitet vornehmlich mit neuen Medien, interaktiven und ortsspezifischen Installationen und was bei ihr im Zentrum steht, ist vor allem die wechselseitige Beziehung zwischen kollektiver und individueller Identität in Raum und Zeit. Genau, ihr habt ja schon vor diesem Projekt hier zusammengearbeitet und unter anderem gibt es da auch ein Projekt zum Thema Antisemitismus, was ihr betreut habt. Genau, könnt ihr vielleicht ein bisschen was erzählen, was ihr so für Projekte miteinander bereits gestaltet habt? Ja, sehr gern. Vielen Dank, liebe Deborah. Wir haben uns erst mal kennengelernt überhaupt, Schlomit und ich damals 2012 als Schlomit, die damals auch ebenfalls die Tremette noch in New York nämlich gelebt und gearbeitet hat, eine Ausstellung hier in Berlin hatte. Das Thema oder der Titel hieß, bitte korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, Time-Zifter und ich habe damals mit der Aviva Berlin die Medienpartnerinnenschaft gehabt, so haben wir uns überhaupt kennengelernt. Ich habe ein Interview mitgeführt, sehr viel dann natürlich zu ihr recherchiert als Journalistin ist es auch das tägliche Brot natürlich da zu schauen, erst mal, wer ist überhaupt die Person, die ich da treffe und ja, das Projekt Stop, jetzt erst recht Stop Antisemitismus, was wir im vergangenen Jahr in der Stadt Dortmund speziell durchgeführt haben, das haben wir letztes Jahr zusammen gemacht und vorherigen Jahr hatte ich das tatsächlich schon angeschoben, direkt unter dem Einfluss des Attentats auch die Synagoge in Halle an Junkbeufu und ich habe einfach mal überlegt damals, was kann man dem auch entgegensetzen und wie kann man auch das Schaffen Alltags-Antisemitismus von jüdischen Menschen direkt sichtbar zu machen und abzufragen, wie sehen denn hier eigentlich auch diese Erfahrungen aus und wie sind auch die Forderungen an Zivilgesellschaft, an Freunde, Freundinnen, KollegInnen, etc. was sind das eigentlich von Formen von Antisemitismus, die jüdische Menschen Alltags-Antisemitismus alltäglich erfahren und das hat damals die Amadeo-Antonio-Stiftung Annetta Kahane unterstützt und im vergangenen Jahr ist dann die Stadt oder im vorvergangenen Jahr ist die Stadt Dortmund genauer die Koordinierungsstelle Vielfalt, Toleranz und Demokratie auf uns zugekommen und hat gesagt, wir wollen das auch in Dortmund machen. Dann haben wir die Erfahrung von jüdischen Leuten in Dortmund abgefragt. Dortmund hat ein großes Antisemitismus und Rassismus Problem und um das jetzt auch abzuschließen, wir haben das dann gezeigt, nicht in einem Museum, sondern wir haben das gezeigt im öffentlichen Raum, in einer Halle, die öffentlich zugänglich ist, in der Bersworthalle und das bedeutet quasi, dass alle Leute, die jetzt nicht explizit zum Thema Antisemitismus sich in ein Museum oder in einen anderen musealen Ort gegeben, direkt mit dem Thema konfrontiert sind und das war eine großartige Ausstellung, von der wir hoffen, dass wir die demnächst nach Düsseldorf bringen können. So, Punkt erst mal. Und andere in Deutschland. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt ist ja sozusagen euer Kunstwerk, das wir hier ausstellen, ist ja eine Kombination aus Bild und Text und ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Konferenz in den letzten Tagen mitverfolgen konntet oder auch heute den Vortrag zu den ersten Ausstellungen. Im Fokus eures Kunstwerks steht ja der sogenannte Tisch, den wir jetzt ja öfters schon auch problematisiert haben in Bezug auf die Frage nach dem authentischen Objekt sozusagen, das vielleicht hier mit diesem Ort auch als Symbolort verknüpft wird. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was sagen, was euer Zugang zu dem Thema auch gewesen ist? Also ihr habt das ja gemacht unter dem Motto Wer schreibt die Geschichte? Also warum habt ihr euch unter diesem Motto Wer schreibt die Geschichte dafür entschieden, den Tisch mit diesem besonderen Text zu kombinieren und was wollt ihr damit eigentlich ausdrücken? Ja. Das spielt eine viele Richtung, denke ich, dass das Tisch erst für uns dieses Frühstück am 20 für uns, das war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil als wir in der Wannsee-Konferenz besuchen waren und dann haben sie echt Dokumente und auch die Einladung zum Frühstück, diese Blasee-Einladung wie in Amerika Let's meet for brunch und dann Discuss die Endlosung der Juden-Fragen. Das war für uns dieser Kontrast zwischen die beiden ein bisschen schockiert und das war für uns von Anfang an, wir haben gesagt, wir wollen dieser Tisch in unserem Center für unsere Arbeit zu sein, aber die fünften Leute, die Männer, wir wollen den mehr anonym machen, weil jeder, aber auch wenn man besucht in der Wannsee, das Haus, der Wannsee-Konferenz, man sieht sofort den Namen und die Geschichte und die Historie vor allem von diesen fünften Männern. Wir wollen den Fokus ein bisschen ändern, geändert, und das der Fokus ist, das ist anonym, weil diese fünften Männer sozusagen können jeden sein, nicht jeder, aber nur als in Prinzip. Und dann kommt die Geschichte, wer schreibt die Geschichte, ja, und das ist eine sehr tiefe Frage hier, was ist die Geschichte, das kannst du vielleicht wegen der Mascha Rönlich sagen, was inspiriert uns, wie die Schreife ist. Wir wollten tatsächlich den Fokus ein bisschen wegrücken, auch von diesen Männern, deswegen sind die Stühle auch freigeblieben und mal ganz kurz noch ergänzend auch zu der Arbeit, die ja schon mit gemacht hat, das war ganz bewusst auch tatsächlich angelehnt so ein bisschen auch an dieses Plakatartige, also an die Zeit natürlich, also damals ästhetisch vor dieser Zeit, diese Propaganda als Plakat und ästhetisch Schwarz und Rot und das ist auch hier ein bisschen Spiel mit der Farbe, das Rot und Weiß und Schwarz als Nazi und dann Rot Schwarz das ist Gelb also Gelb Rot Schwarz als Deutschland und dann Gelb als der jüdische David Stern ein bisschen das Spiel auch mit Farbe und auch mit der Ästhetik und Zeit und diese Post Propaganda ästhetisch Ja Also ihr habt ja vielleicht in dem Filmbeitrag vorhin gesehen dass mein Kollege Jakob Müller gesagt hat dass das mitunter ein Thema war das wir sehr intensiv und auch sehr kontrovers diskutiert haben Ist es euch schwer gefallen einen Zugang zu finden zu diesem Thema Es war vor allen sehr belastend wenn ich mal das so sagen darf also wir ich bin ja Berlinerin jüdische Berlinerin oder Berliner Jüden wie man will und in meiner Familie ist natürlich die Schoah auch ein Thema was quasi auch allgegenwärtig ist das ist etwas mit dem ich aufgewachsen bin mit dem ich mich ab heute auch beruflich beschäftige im Prinzip und das war etwas je tiefer man da wiederholt nochmal diese einzelnen Statements des Protokolls liest und das auch dann natürlich auch einen Bezug nimmt in die eigene Familien sie ist in Israel geboren aber das war eine ich sag mal so tatsächlich eine Arbeit nach der wir dann nach jedem weiteren Schritt wir haben ja viele Entwürfe gemacht und uns da sehr tief mit beschäftigt erstmal Luft holen mussten kurz das ist nicht so was was man da mal eben kurz zeichnet oder schreibt sondern tatsächlich etwas was auch ja belastet wird wo man sich dann eben auch austauschen muss und das haben wir dann auch getan ja ich muss sagen ich war ein bisschen überrascht wie stark und das war für mich total schwer vielmal schwer als ich gedacht habe zum Erdn auch weil ich habe gearbeitet mit Photoshop und Dokument und bekomme so intim mit diesem horrible horrible Dokument dass auf mein Computer mit Namen dass ich konnte keinen Namen für diese Dokumente geben weil das war für mich so so stark und ich muss sagen das war das erste Mal in meiner kunstlich Arbeit dass sofort nach der Arbeit fertig war ich habe das alles gelöscht ich konnte das nicht auf meinem Computer haben das war so tief tief und ich habe gedacht dass ich habe das für mich das ist Israel wir machen so viele das für uns ich habe gedacht das war echt schwer ok erstmal vielen Dank auch an euch und dann würden wir gleich weiter gehen zu Leon Kahane vielen Dank vielen Dank danke hallo Leon genau schön dass auch du da bist ich werde dich auch kurz vorstellen Leon Kahane ist Fotograf Video und Installations Künstler und greift in seinen Arbeiten Themen wie Migration Identität die Auseinandersetzung mit mehr und Minderheiten in globalen Gesellschaften auf du hast ja in dem Film also in dem Film habe ich ein bisschen dein Kunstwerk und deinen Zugang zum Thema Emotionen interpretiert das kannst du an der Stelle natürlich auch gerne korrigieren falls du das anders siehst oder du eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen wolltest und du hast uns ja auch immer wieder erzählt dass deine Großmutter für dich einen großen künstlerischen Einfluss auf dich gehabt hat obwohl du sie gar nicht mehr kennenlernen konntest genau hast du schon mal ihre Geschichte künstlerisch verarbeitet oder eure Kunst miteinander in Verbindung gebracht ja vielen Dank erstmal für die Einladung ich habe also die Kunst direkt in Verbindung gebracht so eins zu eins habe ich jetzt nicht und ich habe mich aber schon öfter mit ihrer Arbeit auseinander gesetzt vor allem in einem größeren Projekt allerdings versuche ich das dann nicht ganz so biografisch zu erhalten sondern in der Regel die Aspekte zu finden die auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben also und vielleicht auch historische Widersprüche zeigen da sie war ja in Bronsie in einem Lager das war das größte französische Deportationslager nach Auschwitz und ich bin dann dort mal hingefahren habe mir die Situation dort vor Ort angeschaut und da sind sehr viele Sachen zusammengekommen die mich generell auch in meiner Arbeit interessieren also der Zugang ist dann meine Großmutter aber es ist auch ein wahnsinnig spannender Ort dieses ehemalige Lager war in einem modernistischen in einem modernistischen Bauprojekt beherbergt das Vorzeigeprojekt waren in den 30er Jahren von Jean Prouvé und Marcel Lotz konzipiert und gebaut also das sind sozusagen Größen der modernen Architektur und des Designs international bekannt es wurde in MoMA ausgezeichnet und dieses Lager wurde dann umfunktioniert erst zum Gefängnis durch das Vichy-Regime und dann zu diesem Deportationslager und das zeigt im Prinzip dieses tragische Schicksalsverhältnis zwischen der moderne und einer antimodernen Ideologie und gleichzeitig gibt es an diesem Ort zwei Gedenkstätten eine offizielle und eine Gedenkstätte die von Überlebenden dieses Lagers und den Nachfahren organisiert wird und geleitet wird und das ist irgendwie alles wahnsinnig rührend und zeigt natürlich auch die verschiedenen Aspekte des Gedenkens und auch da die Widersprüche und wie eben verschiedene Aspekte des Gedenkens auch gleichzeitig notwendig sind auch wenn sie einem nicht immer gefallen also das Offizielle Offizieuse manchmal stößt man sich ja daran aber es hat eben auch einen gewissen Zweck und eine Relevanz und dieses Intimere Persönlichere spricht einen natürlich an einer anderen Stelle an und das habe ich dort gezeigt und der dritte Aspekt vor Ort war dass das inzwischen wieder ein belebter Ort ist und jetzt quasi eine typische Bonlieue Demografie beherbergt oder dort wohnen halt viele Leute aus den ehemaligen französischen Kolonien und da stellt sich natürlich wieder die nächste Frage also wie ist verhält sich das eigentlich mit der Erinnerung und das alles an diesem einen Ort und das habe ich dann in dieser Arbeit zum Beispiel erzählt und da war sie quasi Ausgangspunkt und ihre Biografie und auch die Art und Weise wie sie als Künstlerin dann später in der DDR selber auch quasi eine repräsentative Rolle eingenommen hat und einnehmen musste und was das eigentlich bedeutet also das sind so die Sachen die mich interessieren und da ist es natürlich naheliegend das dann auch an der eigenen Biografie so ein bisschen zu erarbeiten aber wie gesagt das sind ja Sachen die gehen viele Menschen was an vielleicht eine Anschlussfrage daran hast du das Gefühl dass Emotionen oder der emotionale Zugang heute an NS Denkstätten zu kurz kommt oder zu unreflektiert ist ich muss ganz ehrlich gestehen dass ich gar keine richtige Antwort auf die Frage habe mir fällt es selbst einfach wahnsinnig schwer also auch jetzt die Frage nach der emotionalen Arbeit für mich ist die Arbeit die ich jetzt dort euch quasi gegeben habe natürlich total emotional aber wenn man sie sich anschaut ist es letztlich einfach ein Dokument das ist ein Zeitdokument und das spricht mich emotional an aber andere vielleicht nicht und ich glaube man kann das auch nicht vorwegnehmen inwiefern das Leute emotional anspricht oder nicht und ich möchte mir das auch nicht anmaßen das irgendwie zu unterstellen weil ich es einfach nicht weiß an welcher Stelle emotional reagieren weil sie möglicherweise Verbindungen sehen oder Parallelen machen das kann ich nicht beantworten du bist ja eigentlich auch ein sehr politischer Künstler und du gehörst zu den Gründungsmitgliedern des Forums Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst genau wie genau wie verbindet sich das alles miteinander also auch dein Zugang zur Geschichte und dein politisches Engagement vielleicht magst du uns noch ein bisschen was darüber sagen naja also ich habe immer ziemlich politisch gearbeitet und ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gemerkt dass ich mit meiner Biografie in Deutschland und auch mit meiner eigenen Positionierung selbst auch viel stärker zum Gegenstand der Debatten geworden bin die mich interessieren als ich eigentlich gedacht hatte ursprünglich ohne das jetzt zu wollen unbedingt klingt aber ne dann also zum Beispiel Krieg in Israel dann kamen halt bei Ausstellungen schon die Fragen wie ich mich dazu positioniere und das war dann schon schwierig für mich also auf diese Art und Weise meine ich Gegenstand werden und als Folge habe ich dann irgendwann dieses Forum mit Fabian Bechtle zusammen gegründet 2018 und das ist eigentlich ein klassisches Kulturkritik eine Kulturkritik Plattform wo wir eigentlich nur versuchen zu beschreiben an welcher Stelle sich diese ganzen politischen Debatten die wir im Augenblick führen an welcher Stelle die eigentlich zurückgreifen auf kulturelle Kontinuitäten auf kulturelle Fragen und das tun sie ja an sehr vielen Stellen also gerade das Thema Antisemitismus halte ich für ein sehr viel stärker kulturelles Problem als es ein politisches ist das politische Erfolg sozusagen entwickelt sich daraus dass es eigentlich wenn eine kulturelle Überzeugung oder auch Kulturtechniken sich in ein politisches Programm übersetzen das ist eigentlich meines Erachtens was da passiert und da das sind so die Themen mit denen wir uns beschäftigen das bedeutet dass uns auf der einen Seite mit so auch mit Kunst und Kulturgrößen wie Josef Beuys Richard Wagner Heidegger oder sowas beschäftigen müssen aber natürlich auch schauen was passiert jetzt aktuell was sind die Debatten in der Kunst und Kulturwelt und da gibt es zunehmend viel zu erzählen zu und zu beschreiben wir kriegen das ja auch die ganze mit und da wischen wir uns so ein bisschen ein oder beziehungsweise schauen so ein bisschen machen Veranstaltungen schreiben manchmal Artikel arbeiten mit Museen zusammen und so Okay dann erstmal vielen Dank auch in diese wichtigen Einblicke und wir sehen uns gleich nochmal wieder Dankeschön Genau und die letzte Person die wir jetzt noch kennenlernen wollen ist Mathis Eckelmann Hallo Genau Mathis Eckelmann ist Soziologe Grafiker und Illustrator und setzt sich in ganz unterschiedlichen Formaten mit der Geschichte und der Gegenwart des Nationalsozialismus auseinander Herr Eckelmann Sie waren einer der ersten Künstler mit denen wir ins Gespräch gekommen sind über diese Gartenausstellung und damals haben wir es glaube ich soweit ich mich erinnere haben wir Ihnen alle Themen die wir gerne bearbeiten wollen vorgestellt und Sie wollten dann glaube ich darüber nachdenken zu welchem Thema Sie gerne arbeiten möchten und haben sich dann für das Thema Emotionen entschieden also Emotionen an NS Gedenkstätten Warum Naja ich hätte mir durchaus auch vorstellen können zu den anderen Themen zu arbeiten letztendlich würde ich aber sagen es kommt schon auch aus einem persönlichen Bezug heraus weil ich es naja weil ich selbst also ich habe ich denke an verschiedene Situationen wo ich selbst an Orten stand wo ich es sehr stark erlebt habe tatsächlich diese Frage von irgendwie was spricht eigentlich aus diesen Orten heraus was trage ich selber herein und gibt ja zum Beispiel in dem Comic gibt es dieses Panel mit dem zeigt eigentlich eine Wiese im Blanken Felde und das ist ein Ort an dem es früher ein sowjetisches krankenlager gab wo sehr viele Menschen auch gestorben sind sowjetische Kriegsgefangene und ich erinnere mich dass ich da im Zuge meiner Beschäftigung hier mit Zwangsarbeit in Berlin dass ich an diesen Ort gekommen bin und da ist erstmal da ist nichts man steht tatsächlich man steht in Brandenburg auf einer Wiese und man kommt mit dem Wissen dahin in meinem Fall was da passiert ist aber letztendlich ist man mit einer ganz starken Leere konfrontiert und ich fand das wirklich sehr schockierend damals in dem Moment weil es auch so eine Zerrissenheit ist zwischen dem Wissen um das Geschehen in der Vergangenheit und eigentlich aber auch eine Abwesenheit und auch eine Abwesenheit von Erinnerungen und verschwindende Opfer sozusagen auch genau also das war sozusagen eine der Situationen in die ich mich sehr schnell erinnert habe und ich denke dass genau das Tempelhofer fällt und auch der Umgang damit jetzt ist ist ja auch ein anderes gutes Beispiel dafür wie halt auch wie sehr es davon abhängt etwas was eigentlich auch für eine Erzählung über diesen Ort dann irgendwie in der sozusagen halt auch stark gemacht wird und das Tempelhofer Feld denke ich wird von den wenigsten heute als ein Ort der Erinnerungen assoziiert sondern es ist ein Freizeitort also ich merke auch dass der Flughafen selbst auch zunehmend irgendwie als eine ganz coole Event Location verkauft wird es ist halt sehr es ist tatsächlich sehr davon abhängig sozusagen von der Erzählung die existiert wenn Sie jetzt konkret an das Haus der Konferenz denken also sozusagen einen Täterort war es da besonders schwierig auch einen Zugang zu finden zu diesem Aspekt Emotionen oder inwiefern hat das eine Rolle gespielt gerade diese spezifische Geschichte des Ortes und dieser Besprechung Ja ich würde sagen schon also ich fand es schon sehr anspruchsvoll irgendwie ich hatte das Gefühl tatsächlich vor sowas irgendwie so einer gewissen Autorität der Geschichte zu arbeiten es ist ein Ort der sehr stark besetzt ist der sehr bekannt ist sozusagen und naja es hat also es hatte schon einen Einfluss tatsächlich ja ich fand es nicht es hat eine Weile gedauert bis ich wirklich zu einem Punkt gekommen bin an dem ich dann irgendwie auch eine Erzählung aus einer allgemeineren Ebene dazu entwickeln konnte genau wir haben ja oder sie haben ja auch sozusagen an einem anderen Comic in der Graphic Novel gearbeitet mehr als zwei Seiten genau vielleicht können Sie noch was kurz über diese Arbeit erzählen die wir auch sehr eindrucksvoll fanden und die wir überhaupt auf sie aufmerksam geworden sind der Hintergrund von mehr als zwei Seiten ist das ist ein Kooperationsprojekt mit Schüler in der Rüttlich Schule in Köln die Rüttlich Schule ist ja vermutlich den Berlinerinnen und Berlinern bekannt durchaus auch aus Medienberichten vor zehn Jahren wo sie ja irgendwie als Krisenschule dargestellt wurde und das stimmt die Rüttlich Schule Neukölln ist ein sehr armer Stadtteil das sollte man nicht vergessen auch auch die SchülerInnen kommen aus zum Teil sehr prekären Verhältnissen es gibt viele mit einem Migrationshintergrund auch einem arabischen Migrationshintergrund und das ist so ja auch eine andere Sache die man mit Neukölln jetzt ein bisschen aktueller verbindet diese anti-israelischen Diskussionen wo es ja auch einen sehr starken Diskurs gibt also die ja zum Teil wirklich auch wirklich ekelhaft antisemitisch waren und es verbindet sich aber natürlich auch mit Annahmen über die Leute die die halt in diesem Teil der Stadt wohnen und letztendlich genau der Comic basiert auf einer Reise nach Israel die von den SchülerInnen durchgeführt wurde im Jahr 2019 ich war da nicht dabei und genau letztendlich was was ich aber erlebt habe im Dialog mit den SchülerInnen ist also natürlich gibt es auch Vorannahmen über Israel also keinen direkten Antisemitismus erlebt aber in erster Linie haben wir gemerkt dass es einfach dass es Jugendliche sind die einfach auch genauso wenig Plan von Dingen haben wie andere Jugendliche also es gab völlig absurde es gab Vorstellungen irgendwie von Israel eigentlich aus einem Kriegsgebiet sozusagen man könnte da überhaupt nicht hinfahren sie haben sich gewundert dass überhaupt so eine Reise möglich ist genau und letztendlich ist aus dieser Reise dann dieser Comic entstanden der die Reise dokumentiert und Bildungsmaterial bieten soll über Israel über die Geschichte und ja Okay erstmal vielen Dank und vielleicht können wir jetzt nochmal alle zusammenschalten und Fragen aus dem Chat gibt es keine wie ich höre Fragen von euch hier im Raum Jakob Müller nimmt sich schon die Maske ab Willst du was fragen oder du schaust Also im Chat gibt es keine Fragen das heißt ihr könntet gerne man hört dich aber nicht du brauchst ein Mikrofon oder du kommst nach vorne Ja ich hätte eine Frage an Leon Kahane weil ich habe deinen Beitrag zur Gartenausstellung gesehen und konnte erstmal überhaupt nichts damit und habe ich gewundert irgendwie über die Auswahl zum Thema Emotionen an NS Gedenkstätten und du hast es ja angesprochen irgendwie so du kannst ja nicht bestimmen was für Interpretationen dafür unterwegs sind aber vielleicht könntest du noch ein bisschen erzählen was war so der Impuls dass du das für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hast Ja also meine Großmutter war ja wie gesagt die war Malerin und Grafikerin und hat diese Zeichnungen gemacht in Nizza für diesen Guide den die Amerikaner herausgegeben haben weil sie die Region als ein Erholungsgebiet für 16.000 Soldaten quasi bereitgestellt haben nach der Befreiung und sie hat diese Zeichnungen gemacht in Nizza und sie war also meine Großmutter hat sich in der DDR nie besonders wohl gefühlt sie war eigentlich so eine frankfone Person und ist eher oder weniger widerwillig mit meinem Großvater in die DDR gegangen um dort den sozialistischen Staat aufzubauen und für mich es ist nur so ein Versatzstück in meiner Arbeit diese Dokumente zu benutzen und wie diese Zeichnungen dann in einem bestimmten Kontext auftauchen und für mich spielt es eine wichtige Rolle und ja das ist so ein Moment gewesen für sie der sehr geprägend war das hat ihr Leben geprägt das war kurz nach der Befreiung ihre Befreiung aus dem Lager und für mich ist das wichtig und für andere ist es aber vielleicht einfach nur so ein Dokument und vielleicht auch eine Kuriosität auf eine Art und Weise so eine gleich ähnliche Kuriosität wie dass die Amerikaner für den D-Day den Guide Michelin benutzt haben weil sie kein Kartenmaterial hatten und einen Feinschmecker Guide benutzt haben um in Frankreich quasi einzumarschieren einzureisen und das ist sowas interessiert mich also sowas ist mir halt wichtig im Augenblick ich sitze gerade im Deutschen Historischen Museum im Archiv mein Großvater war Richterstatter bei den Nürnberger Prozessen und hat die gesammelten Prozessakten in den 50er Jahren an das Deutsche Historische Museum übergeben und er hat alle Akten das sind haufenweise Akten versehen mit selbst gebastelten Deckblättern und diese Deckblätter das sind aus der DDR der frühen DDR aus den 50er Jahren antifaschistische Plakate von Konferenzen und ähnlichen Veranstaltungen und das ist auch einfach teilweise sehr absurde Objekte weil dieses Deutschland plötzlich das suggeriert sich die DDR suggeriert sich dann plötzlich so als antifaschistisches Bollberg dabei ist es gerade irgendwie fünf sechs sieben Jahre her was da passiert ist oder das Kriegswende war also das sind so Dokumente das ist halt so ein bisschen Teil meiner Arbeit ich wurde ja quasi als Künstler eingeladen diese Dokumente oder solche fast schon Artefakte dann nochmal neu zu verwerten und dann in so Installationen nochmal so neu zu kontextualisieren und es ist natürlich interessant wenn man dann die Sprache auf diesen Postern liest das wird dann sozusagen aber es steht dann auch ein bisschen für sich deshalb ja das ist so ein bisschen also es ist natürlich keine jetzt kein Porträt was ich gezeichnet habe von meiner Oma oder so aus dem Kopf also das ist sozusagen sowas jetzt nicht so mein Ding aber es hat auf einer anderen Ebene schon es ist etwas was mich emotional berührt und emotional berühren heißt ja auch nicht immer dass es nur gut ist das kann ja auch Sachen sein die einen sehr ärgern oder aufregen oder generell einfach sehr beschäftigen in der eigenen Arbeit und im Alltag Weitere Fragen von jemand oder Matthias glaube ich würde gerne eine Frage stellen ja ich würde gerne noch mal wissen also wir haben uns ja alle im betrachten ein bisschen im auswählen hier im Haus mit diesen Entwürfen Vorschlägen auseinander gesetzt und das ist hat zu Diskussionen geführt geht das ist das nicht gestern kam in einer Diskussion der Begriff zu vage müssen wir nicht konkreter sein wo ist unsere Botschaft also sozusagen so ein Spannungsfeld und das ist jetzt sehr verkürzt und so einfach war es nicht aber genau die Frage wo sind was ist unser Auftrag als Bildungseinrichtung auch als Einrichtung die einen historischen Ort erklärt mit einer Ausstellung welche Antworten müssen wir dann doch irgendwann geben und diese künstlerischen Zugänge die stellen ja eher Fragen die regen uns an und das bleibt aber offen und das ist ja auch das spannende aber die Frage an die Künstlerinnen und Künstler von mir aus wäre die mit dem offenen Zugang kommen und dann an so einen Ort der Antworten gibt ist das auch etwas wo man sagt ihr als historische Orte seid mal mutiger seid mal offener also gab es da auch sich stören vielleicht oder sich reiben an der Konkretheit dessen was hier zu sehen und ausgestellt wird wer möchte wer möchte anfangen ja also das ist auch eine tiefgreifende Frage über die natürlich abendfüllend tatsächlich gesprochen werden könnte kurz wirklich nur dazu unsere Arbeit also die Arbeit von Schlomi Lehavi ist ja auch mit einem Begleittext versehen und uns ist es eben sehr wichtig tatsächlich auch deswegen ist die Arbeit auch übertitelt mit wir müssen erzählen wer ist denn wir an dieser Stelle also wir möchten erst einmal Schlomi Lehavi und ich mit unserer Arbeit tatsächlich Fragen aufwerfen und nicht direkt vorgefertigte Antworten geben und ich denke dass es wichtig ist für jede Besucherin oder jeden Besucher und vor allen Dingen für SchülerInnen also wenn man das Haus die Gedenkstätte und Bildungsstätte Haus Wannsee Konferenz als außerschulischen Lernort betrachtet und mit integriert in den Unterricht und ich denke das ist wirklich ganz 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 dringend nötig nötig aber auch das ist ein abendfüllendes Thema dann ist es uns eben wichtig auch diese SchülerInnen unterschiedlichen Alters mit einer Frage zu konfrontieren die sich ihnen dann vielleicht im besten Falle natürlich stellt und die Frage lautet nach der Recherche oder eine Frage aufzuwerfen wie eigentlich ihre Großeltern Urgroßeltern oder generell ihre Familie sich positioniert hat in NS also über eine Erzählung einer kollektiven Geschichte die im Schulunterricht auf Seite 43 bis 46 abgehandelt wird ich sage das jetzt mal so ganz ja plakativ an der Stelle sich auch auseinander zu setzen mit einer individuellen Geschichte also wer muss eigentlich erzählen und müssen wir nicht alle erzählen müssen es nur die jüdischen Menschen sein die erzählen und da gibt es eben viele Dokumente wir haben also in diesem Text der die Arbeit begleitet über eine jüdische Frau Überlebende geschrieben Mascha Wollnig die im Ghetto Wilna im Ghetto KZ Strassenhof und Stutthof beziehungsweise dort eben überlebt hat und ein Tagebuch hinterlassen hat und das ist etwas was von jüdischer Seite hinterlassen wurde aber ich denke tatsächlich dass dieses wir müssen erzählen auch die inkludieren sollte die nicht jüdischen Deutschen die sich dann eben tatsächlich auch mit ihrer eigenen Familien Biografie mit ihrer eigenen Familien Geschichte auseinandersetzen müssen 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 und diese auch erzählen könnten sollten müssen vielen Dank Herr Mette vielleicht wollen Sie auch was zu der Frage sagen ich finde ich finde das auch eine total zentrale Frage auch für meine eigene Arbeit weil in meiner eigenen Arbeit geht es auch immer darum an wen richte ich mich eigentlich und das ist deswegen finde ich genau und ich bin ja kein Jude also da ist auch immer die Frage der Legitimation welchen muss ich mich rechtfertigen dass ich mich um das Thema kümmere und das sind ja alles Fragen die dahinter auch im Raum steht das was Leon gesagt hat dass es weniger eine politische Frage ist sondern eher eine kulturelle Frage finde ich für meine Arbeit fast absolut das kann ich total nachvollziehen dass es zuerst eine kulturelle Frage ist und dann eine politische Frage die ist natürlich auch daran dass ich im Kulturbereich arbeite also von daher eine größere Nähe zur Kultur habe aber was wenn wir Wahnsinn nehmen also diesen zentralen Ort das ist für mich auch wahrscheinlich die deutscheste Art der Umgang wie diese Konferenz zusammen wie diese 15 Männer am Tisch gesessen haben wie das Protokoll geschrieben ist wie was ihr vorher gesagt habt wie zwischen Frühstück also Brunch und dann wieder zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen wurde der die Vernichtung sozusagen in Gang gesetzt hat das ist für mich auch ein so derartig deutscher Vorgang der den erkenne ich auch 80 Jahre nach der Wahnsinn Konferenz immer wieder wie wir mit solchen Themen umgehen als Deutsche also mit Themen die das ist eine deutsche Eigenheit die man weiß dass die Deutschen gut sind Mercedes Türen toll zu bauen die Klappen zu und die schmatzen aber so sind auch die Türen der Gaskammer gebaut worden die sind genauso schmatzen zu gegangen und so dicht gewesen wie eine Mercedes das heißt das was eben gesagt worden ist dieser kulturelle Zugang und der Zugang aus deutscher Sicht das finde ich das würde ich auch erwarten wollen dass das stattfindet weil ich glaube das ist heute nach 80 Jahren auch Riesenbotschaft an Schülergruppen an Jureleute wenn die sich so eine Ausstellung angucken Leon was würdest du sagen auch zu diesem Punkt der ja hier der Ort an dem angeblich konkrete Antworten gegeben werden das würde ich zwar in Frage stellen ja aber sozusagen diese Frage die hier jetzt aufgekommen ist ja der Ort hier mit seinen konkreten Antworten oder seinem historischen Wissen und eben der künstlerische Zugang der ja immer in irgendeiner Weise auch offen bleiben muss naja erstmal würde ich sagen dass es aus künstlerischer Perspektive ganz schwer ist also ich kann ja keine Antworten geben also als Künstler zumindest nicht ich kann bei jetzt in dem Forum zum Beispiel kann ich über Themen kann ich was beschreiben und mal was sagen und zu was eine Antwort geben aber im Prinzip ist es gar nicht die Aufgabe der Kunst eine Antwort zu geben also ich maße mir jetzt mal einen Vergleich an Till korrigiere mich wenn ich falsch sagen würde man erzählt nicht einen Witz sondern man erklärt den halt von vornherein das macht ja wo Menschen anfangen zu arbeiten selbst also im Kopf und nachdenken und emotional irgendwie auch also ihre Bezüge herzustellen und so deshalb kann man das eben nicht vorwegnehmen und das ist aber tatsächlich hat auch was zu tun mit diesem mit dieser Kultur die dort quasi gelebt wurde während der Wannsee-Konferenz das ist ja auf eine Art und Weise emotional distanziert und abgegrenzt von sich selbst also das ist sozusagen in der ganzen Struktur alles wie es stattfindet ist so als hätte es mit den Leuten nichts zu tun sie blöden sich alle ein sie sind nur Ausführende einer Idee sie sind alle nur Sachbearbeiter oder so und als hätte das mit ihrer Idee nichts mit ihrer eigenen Überzeugung zu tun und das ist was wir heute in der Aufarbeitungsarbeit ja auch ständig erleben also gerade auch aus deutscher Perspektive so die die Bitte darum ja jetzt gebt mir doch mal die Antwort wo ist denn die Antwort warum geben also hier müssen ja alle mitdenken keiner hat die Antwort parat dazu sondern es geht darum dass Leute sozusagen anfangen sich in ihrer eigenen Verantwortung bewusst zu werden und entsprechend sich selbst quasi mündig zu verhalten um mal dieses Wort zu bemühen was irgendwie so ein bisschen abgenutzt ist aber das ist das ist ja das ist ja eigentlich der Punkt und das ist finde ich auch was bei der Kunst wichtig ist dass man sieht ich bin ein Individuum ich entscheide was und ich denke darüber nach und wenn ich mich aber so verhalte als hätte das alles mit mir nichts zu tun kann ich mich natürlich auch danach immer so verhalten als hätte es mit mir nichts zu tun gehabt und in der Aufarbeitung so tun als hätte es mit mir nichts zu tun gehabt also müssten es mal andere für mich machen und das kann man hier nicht machen und wahrscheinlich kann das auch die Gedenkstätte selbst nicht machen sondern sie kann nur etwas vermitteln und etwas in die Hand geben und dann ist die Frage was machen die Leute die das sich anschauen damit Vielen Dank und Herr Eckelmann vielleicht auch noch uns würde natürlich auch noch Ihre Sicht auf diese Frage interessieren Ja ich mache jetzt mal so ein bisschen die Neukölln Perspektive für mich also genau ich finde das tatsächlich richtig es wurde ja gesagt dass es gut ist wenn es Leute auch zum Erzählen bringt irgendwie über ihre eigenen Familiengeschichten wir haben natürlich jetzt nicht nur also sozusagen nicht nur Leute mit deutscher Familie die also das ist richtig ich finde es total wichtig dass sozusagen auch Deutsche sich mit ihrer eigenen Familiengeschichten beschäftigen für mich war das tatsächlich auch selber sehr wichtig das zu machen genau aber wir haben natürlich auch Leute die deren Eltern aus ganz anderen Kontexten kommen und was allerdings nicht heißt und das ist ja auch so ein Ding was irgendwie diskutiert wird zum Teil in der Pädagogik diese Schwierigkeit erstmal es gibt eine Annahme darüber dass es schwierig ist Menschen mit nicht deutschem Hintergrund für dieses Thema zu begeistern was aber gar nicht unbedingt der Fall ist tatsächlich also nur nur wenn man keine deutsche Familiengeschichte hat heißt das nicht dass man nicht irgendwie über die Sachen nachdenken kann und motiviert ist dazu auch die mit dem NS zu tun haben und ich denke da ist halt auch so eine offene künstlerische Perspektive vielleicht durchaus gut und angebracht um sowas anzuregen gerade weil sie halt offen ist und nicht so viel sozusagen nicht so eine Richtung vorgibt Ja herzlichen Dank herzlichen Dank auch für euer Kommen oder euer Dabeisein heute und wir hoffen natürlich sehr dass so wie wir mit euch jetzt ins Gespräch gegangen sind wie es auch diese neue Gartenausstellung auch eben möglich machen wird mit unseren Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen das war ja das mit Fragen also die Themen mit denen wir uns hier beschäftigen die auch an aktuelle Fragestellungen und Aspekte zu binden oder die miteinander zu verbinden und dann eben auch darüber ins Gespräch zu kommen genau herzlichen Dank und wir sind natürlich alle eingeladen die Gedenk- und Bildungsstätte zu besuchen und sich dann selbst ein Bild dieser neuen Gartenausstellung zu machen ich würde vorschlagen dass wir jetzt trotzdem eine fünf oder fünf minütige Pause machen und dann würden wir uns noch mal ganz ganz kurz zu so einer kleinen Abschlussrunde treffen vielen Dank Gut dann würden wir jetzt noch mal weitermachen noch mit so einem kurzen Abschluss das ist tatsächlich kurz ich weiß auch nicht warum wir dafür 30 Minuten beanraumt hatten aber ich glaube noch so einer dreitägigen Tagung muss man die Dinge auch erst mal sacken lassen und vielleicht auch noch über das ein oder andere nachdenken Andreas Eberhardt von der Landegger Foundation ich hoffe genau du bist da wunderbar genau möchtest du gerne beginnen ja ganz herzlichen Dank Deborah ich halte es sehr kurz weil du hast vollkommen recht es waren anregende aber auch anstrengende Tage ich habe mir ein paar Notizen gemacht die ich sehr ungeschützt und sehr offen den teilnehmenden und nicht Beteiligten aufzeigen wollte was ich überaus gut fand wir hatten zeitweise über 270 Teilnehmerinnen in der digitalen Form sondern auch Anwesende in Berlin das heißt wir haben wirklich ein überaus großes Interesse zu spüren bekommen fast alle RednerInnen gerade auch am Anfang aber eigentlich durch die drei Tage haben einen sehr starken Fokus auf gegenwärtige Erscheinungen die uns befassen und beworfen und das war nicht nur symbolischer Art sondern tatsächlich mit sehr konkreten Hinweisen und Beispielen ich behalte auch sehr die Worte der Staatsministerin in Erinnerung denn sie hat eine Art Grundsatzerklärung abgegeben dass sie und sie ist immerhin für die Förderung der großen Gedenkstätten zu denen auch das Haus der Rheinsee-Konferenz gehört zuständig und sie hat gesagt sie wird die Weiterentwicklung der Gedenkstätten zu ihrem Hauptbestandteil der Arbeit machen ich finde es auch noch mal gut zu spüren dass solche Jahrestage tatsächlich auch große Aufmerksamkeiten erregen und das war auch Teil glaube ich eurer guten Arbeit also der Arbeit des Hauses die Frage ist wie kann man so eine Aufmerksamkeit tatsächlich auch außerhalb solcher Jahrestage aufrechterhalten kann man die Themen aber auch in sehr persönliches persönliche Erfahrung das hat mich wirklich beschäftigt und es hat sich durch diese drei Tage bezogen es ist einfach ein verstörendes Ereignis und euer Ort das Haus der Rheinsee-Konferenz dieser Ort ist ein beunruhigender Ort es gab für mich eine deutliche Zweiteilung die war gar nicht gleichgewichtig wir haben ja begonnen mit eigentlich einer Beschreibung 80 Jahre danach das war ja auch anders also die Einordnung des historischen Ereignisses und dann gab es ein zweites Ereignis 30 Jahre Gedenk- und Bildungsstätte und in meiner Wahrnehmung hat eigentlich dieses Thema Diskussion die Beiträge viel stärker bestimmt als das historische Ereignis und meine Folgerung ist offensichtlich ist die Frage für uns doch von sehr großer Bedeutung was ist und was kommt wenn ich mir die Inputs die Gespräche die Beiträge anschaue auch gerade die Gespräche die ich so am Rande gefühlt habe dann bewegt mich ein Aspekt der mir so deutlich vorher nicht war dass der Ort heißt Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Rande Konferenz und ich habe dann auf einmal mich wieder erinnert gefühlt an das was in der Gedenkstättenbewegung in den 80er und 90er Jahren eigentlich mit dem Wort Gedenkstätte auch verbunden hat dass das ein authentischer Ort der Opfer ist manchmal ich meine und sehr oft auch ein Friedhof aber das Haus am Wannsee ist ein Täterort und da komme ich tatsächlich zurück auf die Feststellung und die Bemerkung die Daniel Diener in seinem Einleitungsvortrag gemacht hat das was an diesem Ort vor 80 Jahren besprochen wurde geplant wurde das hat tatsächlich eine Statistik gestern in dem Film ist das ja nochmal sehr deutlich geworden das was es war dort der Völkerwort der hat kein Narrativ und das ist glaube ich eine Herausforderung die sich durch die gesamten Debatten Beiträge Gespräche der letzten drei Tage gezogen hat und dieser Herausforderung bleibt der Versuch dieses Narrativ zu füllen und für mich bedeutet das auch vielleicht noch einmal genauer auf das historische Ereignis zu gucken aber das ist eine spannende Debatte auch für Vermittlungs für Bildungs Arbeit an eurem Ort an anderen Punkten Ja was bleibt auf jeden Fall allen Beteiligten zu danken und das mache ich ganz bewusst auch im Namen des gesamten Teams der AFIT Landekaff Foundation zuallererst den Übersetzerinnen die uns so ausdauernd und gut begleitet haben und dann natürlich den Referentinnen die mir und ich glaube uns allen viel Anlass zur Reflexion zur Diskussion gegeben haben auch ganz besonders allen Beteiligten vor dem Bildschirm auch die die zum Glück auch in Berlin sein konnten natürlich denen die sich durch Chatbeiträge durch Fragen beteiligt haben aber auch die die überhaupt da waren weil das ist wichtig auch zu sehen auch für uns und ich glaube auch für euch zu sehen dass dieses Interesse nicht nachlässt und ich finde das sehr spannend auch in den letzten repräsentativen Umfragen man sollte nicht mehr aufsitzen dass das Interesse nachlässt gerade bei jungen Leuten sehen wir mindestens das gleiche Interesse wie es vielleicht aus unserer Generation kommt vielleicht sogar mehr also das ist etwas sehr Positives was wir auch mitnehmen sollten Blick in die künftigen Gestaltungen der gestaltung von Programmen und ganz zum Schluss natürlich ein wirklich sehr herzlicher Dank an all die KollegInnen der Gebäden von Bildungsstätte aus der Rannsee Konferenz für das Engagement nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung solch einer Konferenz und das unter den Gegebenheiten der Pandemie mit all den Improvisationen die da auf einmal notwendig waren mit all den schwierigen Vorbereitungen wirklich ein ganz herzlicher Dank aber eben auch verbunden mit dem Dank für die tagtägliche Arbeit die dort geleistet wird und zum Schluss liebe Deborah Hartmann möchte ich dir auch ganz persönlich danken ich glaube das war ein ganz wunderbarer Start in deine neue Aufgabe für dich dir sehr viel Erfolg und guten Blick in ruhige Hand wünsche uns allen wünsche ich jetzt einen guten und gesunden Start ins Wochenende und freue mich auf Wiederbegegnungen an guten und geeigneten Stellen bis dahin Vielen Dank lieber Andreas genau ich werde jetzt versuchen mich auch kurz zu fassen ich muss ehrlich zugeben dass ich mich noch nicht so richtig gesammelt habe das ist immer so also ich kenne das noch aus meiner Arbeit in Yad Vashem man hat dann eine Woche Seminar oder zwei Wochen Seminar und eine ganz intensive Zeit mit Polizisten Juristen Lehrerinnen Schülerinnen wie auch immer und dann gibt es immer diese Abschlussrunde die noch mal dazu dient ein bisschen zu reflektieren das fällt mir in so einem Setting leichter weil man da die Leute schon besser kennt weil man da wirklich ins persönliche Gespräch kommt und tatsächlich über konkrete Dinge auch diskutiert sich aneinander reibt sich wirklich mit den Dingen auch sehr intensiv auseinandersetzt und gleichzeitig ist es manchmal einfach total schwer jetzt wirklich zu wissen okay was steht jetzt am Ende dieser einen Woche oder dieser zwei Wochen und so ähnlich geht mir das jetzt auch nach unserer dreitägigen Tagung dass ich das Gefühl habe wir haben eigentlich sehr viele Themen ganz viele Aspekte angesprochen und das muss jetzt erst mal muss ich erst mal setzen genau und das braucht sicher noch Zeit darüber nachzudenken und zu reflektieren und genau ich denke mal dass es vielleicht auch vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähnlich geht wir haben glaube ich viele Fragen aufgeworfen wir haben verschiedene Zugänge wie man sich diesem Thema annähern kann sichtbar gemacht und aufgemacht ohne vielleicht tatsächlich auch hier wieder eindeutige Antworten zu geben wir haben danach gefragt was ist aus historischer Perspektive zu berücksichtigen wie gehen wir mit dieser Frage der Ikonisierung um dieses Ortes und dieses Protokolls also mit dem Symbolcharakter der Symbolkraft des 20. Januar 1942 und welche Bedeutung geben wir denen was für Perspektiven gibt es eigentlich auf dieses Ereignis von heute aus betrachtet aber auch in der Zeit selbst und wie reflektieren wir darüber und welche überzeitlichen Themen also wie was ist da eigentlich so eine überzeitliche Verbindung von verschiedenen Aspekten die uns eigentlich auch nach wie vor beschäftigen also wie verbinden sich eigentlich unsere gegenwärtigen Fragestellungen und Herausforderungen mit diesem historischen Ort und Datum und ich glaube was deutlich geworden ist Andreas du hast dieses Wort vorhin verwendete verstörend also dass dieses Ereignis verstörend ist aber auch dieser Ort und genau ich würde dir dazu stimmen auch ich finde das nach wie vor sehr verstörend und ich glaube auch so bestimmte Diskussionen die wir in den letzten Tagen hatten haben auch einen verstörenden Eindruck in mir hinterlassen nicht zuletzt gestern Abend die Diskussion nach dem Film in der Akademie der Künste wo sich für mich tatsächlich ganz viele Fragen nochmal aufgeworfen haben insbesondere oder beispielsweise auch die Frage nach unserer Sprache weil wir ja so oft darüber gesprochen haben gerade wenn wir die Wannsee-Konferenz betrachten und dieses Protokoll müssen wir auch über Sprache nachdenken und reflektieren und ich mir manchmal die Frage stelle ob wir unsere eigenen Worte die wir heute wählen auch in der Form reflektieren also wenn wir dann beispielsweise am Ende eines solchen Tages der Satz fällt wir müssen an die Wannsee-Konferenz erinnern und gar nicht deutlich wird dass wir natürlich nicht an die Wannsee-Konferenz erinnern dass wir vielleicht an die Erfahrungen der Mordenden und Überlebenden erinnern und uns aber mit den Handlungen und Entscheidungen der Täterinnen und Täter auseinandersetzen müssen aber jetzt nicht an sich am Jahrestag am 80. Jahrestag an die Wannsee-Konferenz als Wannsee-Konferenz erinnern also ich glaube letztlich dass wir mit der Auseinandersetzung natürlich noch lange nicht am Ende sind ich weiß dass es glaube ich für viele nicht immer so einfach ist solche Online-Veranstaltungen zu folgen also das ist sehr anstrengend tatsächlich stundenlang vor dem Bildschirm zu setzen und ich weiß wir haben sie auch einige Male herausgefordert mit technischen Schwierigkeiten mit Übersetzungsproblemen also auch für uns muss ich zugeben war es durchaus eine Herausforderung eine solche Veranstaltung in hybrider Form in dieser Größe durchzuführen und ich hoffe dass das für sie trotzdem einige Male ein wenig doch funktioniert hat die Kollegin Ruth Preuße die eben heute nicht da gewesen ist hat heute zu mir am Telefon gesagt dass natürlich das Atmosphärische vor Ort was ganz anders ist als vor dem Bildschirm zu sitzen und deshalb möchte ich mich an der Stelle auch tatsächlich bei Ihnen ganz herzlich bedanken dass Sie so lange ausgehalten und durchgehalten haben und mich auch dafür entschuldigen wenn es manchmal ein wenig gedauert hat bis wir die Fragen aus dem Chat mit aufgenommen haben und wir bestimmt nicht auf alle Ihre Fragen eingegangen sind genau wir sind nicht am Ende mit der Auseinandersetzung dieses Ortes und dieses Themas und wir planen im Mai eine Anschlusstagung wahrscheinlich um den 8. bis 10. Mai herum wo wir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr über diese Frage 30 Jahre Gedenk und Bildungsstätte reflektieren wollen die Arbeit die hier vor Ort gemacht wird vielleicht auch noch mal ins Zentrum rücken wollen und an Fragestellungen anknüpfen werden die sich in den letzten drei Tagen gestellt haben genau ein herzlicher Dank auch an die Alfred Landegger Foundation an die Kooperation mit euch und auch an die Gespräche ich glaube auch wir haben viel gelernt in den letzten Tagen aus den Gesprächen mit euch vielen Dank noch mal an alle Kolleginnen des Hauses an alle Personen die uns technisch logistisch und inhaltlich unterstützt haben und wie gesagt der allergrößte Dank tatsächlich auch an die Teilnehmer in dieser Tagung analog und digital und genau ich wünsche ihnen jetzt noch einen guten Nachmittag und ein hoffentlich erholsames Wochenende und dann bis hin hin bis hin hin Vielen Dank.